Wieso sieht denn diese Karte so komisch aus? Äh, ich hab, glaub ich, meine Facecam immer woanders gehabt. Kleinen Moment. Ich glaub, die war immer hier. Und dann nochmal gespiegelt, ganz gut aufgehoben. Wir spielen mit einer Mod, die von Atlantis und mittlerweile auch, glaub ich, noch ein ganzes Team dahinter entwickelt wurde, was ihn unterstützt. So. Ihr könnt sagen, ob die Facecam zu groß oder zu klein ist, aber hier war sie immer ganz gut aufgehoben. Hm. Oh, die Zeit läuft auch schon. Okay. Äh, schauen wir mal. Wir haben gleich ein Event. Eine, äh, landesweite Volkszählung. Unsere Staatsbeamten haben einen Plan in Gang gesetzt, um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Land zu registrieren, um unsere Effizienz bei der Verwaltung unserer Bevölkerung zu verbessern. Bayern bekommt 50.000 Bürokraten. Oh, eine Steigerung der Verwaltungseffizienz. Wie schön, wie schön. Gut, wir fangen erstmal an mit dem Pharmazeutika, bitte. Der Bayerische König möchte ein, äh, etwas besseres Gesundheitssystem haben für sein Land. Und ich denke, danach muss eine Industrialisierung stattfinden. Es, äh, führt kein Weg vorbei, sag ich euch. Es führt kein Weg vorbei. Ähm. Deswegen werden wir hier mal einiges, äh, sozusagen vorantreiben dann. Ich habe Bayern, äh, heute erst im Austausch fürs Rheinland an Österreich übergeben. Skapper. Hallo, Matt Henry. So, der Spielzaun ist, glaube ich, ein bisschen leise. Ähm. Wird ich wieder lauter machen. Sag mir gerne, wenn es zu laut oder zu leise ist. So. Wir haben jetzt einen relativ kleinen Bausektor. Wir machen es sogar plus. Das ist erstmal gut. Ähm. Ich muss mich erstmal völlig orientieren. Ich glaube, wir werden erstmal mit allen großen Nationen Beziehungen verbessern fürs Erste. Ah, mit Preußen haben wir schon gute Beziehungen, oder? Nö. Gut, da kann ich keine Beziehungen... Ach so, ich habe keine Diplomatiepunkte mehr übrig, okay. Ähm. Genau. Das machen wir mal zum Start. Ich zeige euch gleich nochmal, welche Spieler alle dabei sind, welche Länder gespielt werden. Ich will nur gerne ein paar Start-Sachen machen. Wir haben den eigenen bayerischen Markt, richtig? Genau, der bayerische Markt ist so eine Art süddeutscher Markt hier. Wir sind nicht wie im eigentlichen Spiel im preußischen Markt. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir so einen eigenen Markt haben. Äh. Und da fehlen uns aber tatsächlich einige Waren. Uns fehlt zum Beispiel Porzellan. Ja, okay. Zucker, das müssen wir halt importieren. Da kann ich schon mal Handelsruhen machen. Mitgliedschaft im Deutschen Bund, aber Imperator Rex. Die deutsche Staatenunion wurde errichtet, um die wiederhergestellten kleinen und mittelständischen Staaten im Zentrum Europas zu schützen, die einst vom Heiligen Römischen Reich beherrscht wurden. Ihr Wesen ist hochbürokratisch und defensiv von Österreich dominiert und durch die offene Frage von Westfalen und die Interessen der anderen großen Konkurrenten in Hannover, Bayern und Preußen in die Sackkasse gehalten. Oh, wir bekommen minus 30% Diplomatie und eine erhöhte Verrufenheitserzeugung, aber auch mehr Prestige und extra Steuereinkommen, geringere Handelsroutenkosten und mehr Technikverbreitung. Was ist das deutsche Vaterland? Es gibt jetzt nämlich offiziell in dieser Mod den Deutschen Bund, sozusagen. Österreich begann ein Diplomatie-Spiel gegen Transsilvanien. Okay, okay. Opium-Verbot. So, ich muss ja noch, ich will noch mit dem Bausektor loslegen, das heißt, wir müssen noch was bauen. So, Lebensmittel. Da machen wir doch schon mal nichts falsch, wenn wir mal in Bayern bitte Lebensmittel ausbauen. Lebensmittelfabriken. Und, ja, das müssen wir gleich nochmal gucken. Waffen. Fehlen uns auch ein paar. Dann werde ich mal auch die Waffenfabrik in Auftrag geben. Wie sieht es denn mit den Grundmaterialien aus? Hartholz fehlt uns nur ein bisschen und normales Holz. Da können wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen was ausbauen. In Bayern. In Franken auch, aber in Bayern, glaube ich, ist es noch am effektivsten auch. Wobei, in Franken gibt es doch, glaube ich, wir müssen uns gleich mal unsere Gebiete anschauen. Ich habe ja schon mal mit Bayern gespielt. In Franken gibt es Eisen vor allem. In Bayern gibt es aber Kohle und Eisen. Ich werde aber in Bayern natürlich auch eine Industrie aufbauen. Dann werde ich mal lieber in Bayern aber trotzdem den Holzfäller noch ein bisschen stärken. Hallo Monoxid, ich grüße dich. So. Okay. Jetzt haben wir schon mal die wichtigsten ersten Sachen, glaube ich, gemacht. Niedriger Lebensstandard. Tja, die Entscheidungen schauen wir uns gleich an. Okay, um euch einmal abzuholen. Wir spielen mit hier mit einer alternativen Geschichte-Mod. In der Mod hat Napoleon Bonaparte länger gekämpft. Die Schlacht von Waterloo gewonnen und wurde später dann aber nochmal in den deutschen Gebieten besiegt. Preußen ist hier sehr stark geschwächt, wie ihr seht. Westfalen ist ein eigenes Land, gehört nicht Preußen. Österreich ist so ein bisschen aufgeteilt und hat mehrere Marionetten, die es mit Events annektieren kann. Es gibt ein unabhängiges Polen, wie ihr seht. Es gibt die Vereinigten Baltischen Provinzen und eine Ukraine. Der Kirchenstaat hat, glaube ich, viel mehr Macht und besondere Sachen im Süden. Wir haben jetzt hier den Deutschen Bund als Besonderheit, sage ich jetzt mal. Und, genau, ich glaube, ich kann auch schon mal, weil wir so viel Geld haben. Ich werde erstmal die Steuern senken. Und dann werden wir mal den Bausektor ordentlich hochbauen. So. Vielleicht mal um mehrere Stufen. Komm, ich grüße dich. Genau, das ist mal unser Startsetting. Also ihr seht von der Karte ganz, ganz viel anders. Da hat Atlantis und alle, die ihm geholfen haben, sehr viel gemacht und geändert tatsächlich. Und es gibt jetzt hier den Deutschen Bund. Alles ist ruhig. Nach der Niederlage Napoleons wurde das Heilige Römische Reich nicht wiederbelebt, sondern stattdessen eine Verteidigungsallianz. Genau. Haben wir hier gerade Schleswig-Holstein-Frage, deutsche Nationalidentität und die Volkszählung. Das wird dann auch wieder beendet. Okay. Welche Spieler sind jetzt in dieser Multiplayer-Runde dabei? Schauen wir es uns doch mal an. Benyohai spielt den Kirchenstaat. Das heißt, er ist der Papst. Für uns, für Bayern, sehr wichtig auf jeden Fall. Angarpak spielt Turkestan. Eine recht große Nation, aber halt eine eher rückständige Nation, würde ich mal sagen. Österreich wird von Avery gespielt. Kennen wir auch. Oh, Platonus spielt die Ukraine. Okay, auch spannend. Ich dachte, er wollte ein anderes Land spielen. Ja, okay, okay. Sehr cool. Hallo, Serafina. Schön, dass du wieder hier bist. Ich grüße dich. Ähm, Preußen wird von Tamir gespielt. Jawohl. Das Reich der SIG von Johannes der Große. Das Reich der SIG ist hier an der Grenze zu Indien. Dann haben wir Spanien von Dr. XYZ. Polen von Askanon. Wieso habe ich das Gefühl, dass eventuell Preußen und Polen... Ne, halt, wobei, ne, ich verwechsel das gerade. Wo ist denn, ne. Ah, ne, Askanon spielt Polen. Okay, cool. Großbritannien wird vom Giftzwerg hier gespielt. In-Game-Name. Brasilien wird auch gespielt. Von zu super. Ähm, Jutesto spielt die Vereinigten Staaten von Amerika. Atlantis selbst die Niederlande. Das heißt, mit den Niederlanden werden wir natürlich auch viel zu tun haben. Und ich spiele Bayern. Das sind alle Länder, die gespielt werden. Das heißt, wenn ich das richtig sehe... Preu... Ne, doch, Frankreich wird von Jet... 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 John gespielt. Okay. Ja? Spannend. Schweden ist zum Beispiel mal nicht besetzt. Aber es fehlen, glaube ich, auch noch ein, zwei Spieler, die dann beim nächsten Mal dabei sind. Bin ich mir gerade nicht sicher. Jims Strategie, ich grüße dich. Hallo. Schöner Name. So, die Bausektoren werden alle mal gebaut. Ich werde vielleicht mal ein weniger bauen, weil... Nicht, dass ich es jetzt übertreibe und wir können uns so viel gar nicht leisten. Jetzt muss ich eh... Ich muss jetzt eh gleich noch ein paar Änderungen machen. Genau, wir könnten eigentlich schon mal auf Gusseisenbau gleich umstellen direkt. Dementsprechend wird uns jetzt wahrscheinlich Eisen fehlen, oder? Jawohl. Da können wir erstmal vielleicht was importieren. Ja, nee. Eisen ist insgesamt ein Mangel. Da bauen wir dann ein paar Minen mal. Ich weiß auch gar nicht, ob wir mit, äh... Welche Einstellungen wir hier so spielen... So. Machen wir mal einen Bausektor noch mal weniger. Aber wir sind ja bei voller Schatzkammer gleich, deswegen... Will ich doch gleich ein bisschen stärker in den Bausektor investieren. Universitäten dürfen wir auch nicht vergessen. Großbritanniens Union mit Hannover ist beendet mit dem Tod von König Wilhelm, haben abweichende Gesetze zur Nachfolge führt. Ja, wir haben jetzt auch einen Hannover. Hannover wird aber, glaube ich, nicht gespielt. Weder Hannover noch Westfalen, okay. Frage der Industrialisierung. Die Entwicklung der Dampfverschienen und anderer neuer Technologien deuten den Beginn eines neuen Zeitalters an. Bayerischer Investitionsfonds erhöht sich. Aber wir haben jetzt hier den ganz... den klassischen privaten, oder? Investitionsfonds. Ja, Privatbau. Wobei, mein Privatbau baut noch gar nichts. Sie sammeln noch, okay. Staatliche Kont... Ja, ich will auf jeden Fall die staatliche Kontrolle haben. Ja, gib mir das Geld. Ich habe jetzt eine Goldreserve, die recht hoch ist. Wir machen jetzt schon Minus. Ja, klar, weil mein Bausektor jetzt natürlich mich wieder was kostet. Aber wenn wir erstmal wieder ein bisschen die Eisenminen bauen, werden wir das schon wieder in den Griff bekommen. Eisen ist gerade so das Hauptproblem tatsächlich. Kann ich aus Hessen noch was importieren? Aber das wird mich alles Bürokratie kosten. Ja, zu Beginn muss man immer recht viel machen. Oh, 44 Bürokratie hier. Das ist jetzt erstmal die Frage, welche Gesetze wollen wir denn ändern als bayerischer König? Grundbesitzerwahlen. Oh, wir haben sogar schon eingesetzte Verwaltung, okay. So, sonst können wir aktuell hier nicht sehr viel ändern, tatsächlich. Was haben wir denn für eine Regierung? Wir haben eine Regierung von Grundbesitzern. Ja, die Grundbesitzer wollen natürlich mehr Macht und dementsprechend drängen Grundbesitzer, Grundbesitzer natürlich sehr mächtige Adlige und Grundbesitzer, dass sie mehr Mitspracherecht bekommen. Deswegen wollen sie da Wahlen haben. Aber, wenn ich das richtig sehe, würden Intellektuelle deswegen und Landbewohner radikal werden. Dann machen wir das tatsächlich erstmal nicht. Dann können wir leider erstmal nicht sehr viel machen. Gut. Dann ist das erstmal so. So, jetzt muss ich mal kurz in den Discord auch schauen, dass ich irgendwo bin, wo ich hingehöre. Ist, ist, ist Wiel der richtige Standort für mich? Wir haben Diplomatie Channel, Asien, Amerika, Rom, Paris, Moskau, London. Ach, Griechisch. Griechenland wird auch gespielt. Griechenland wird auch gespielt? Bist du übersehen. Was Griechenland gespielt wird? Ah, ne, Griechenland, genau, von Honigkrapferl. Ah, ja, okay. Ja. So, einen Moment. So. Ich werde heute übrigens im Laufe des Livestreams auch wieder einen Spiele-Key für Corborn Nations of the Ultra Core verlosen. Beförderung privater Investitionen. Oh, wir gehen ein Holzfällerlager hier, natürlich. Aber bitte, sofort. Das gefällt mir doch. Wir brauchen eh mehr Holz, dann passt das doch so gut. So. Gut, okay, was ist jetzt noch wichtig? Wir müssen uns jetzt mal mit unseren Fabriken, die wir in Bayern haben, beschäftigen. Förderung privater Investitionen. Oh, Möbelfabriken in Franken. Ja, auch das fördern wir natürlich. Debatte in Frankfurt. Die Debatte im Bundestag dienen als Bühne auf der Bestrebungen, Bedenken und Ambitionen einer Nation Ausdruck finden. Die leidenschaftlichen Diskussionen umfassen die Feinheiten von Regierungsführung, Wirtschaft und sogar kulturellem Erbe. Die Frage, welche Stadt der Regierungssitz sein soll und wie das Vereinigte Deutschland regiert werden soll, löst hitzige Debatten aus. Wobei Delegierte die Vorzüge von Frankfurt, Berlin oder sogar München betonen. Ja, München, natürlich. München. Unterstütz den Bund. Fordere den Bund heraus. Hinterfrage die Legitimität des Bundes. Fördere die Unterstützung für den Bund. Jetzt bin ich mir aber... Jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, was das für... Also... Fordere den Bund heraus. Hinterfrage die Legitimität. Fördere die Unterstützung. Was ist denn der Unterschied zwischen Fördere die Unterstützung? Da kenne ich jetzt leider die Mod nicht gut genug, aber ich würde einfach sagen, wir unterstützen jetzt erstmal den Bund. Graf Otto von Bismarck, eine herausragende Figur, unter den Delegierten beschwört die Herrlichkeit des Heiligen Römischen Reichs und drängt seine Kollegen, diese historische Gelegenheit zu nutzen. Unsere große Nation, einst ein Flickenteppich, rivalisierender Lehen, hat das Potenzial, eine gewaltige Kraft auf der Weltbühne zu werden. Lassen Sie uns unsere Unterschiede beiseite legen und ein Vereinigtes Deutschland spielen, das unauslöschliche Spuren in die Geschichte hinterlassen wird. Inmitten des Eifers für die Einigung erheben sich abweichende Stimmen und Warnen von Gefahren. Prinz Wilhelm von Preußen, eine bedachte und abwägende Stimme in der Kammer, unterstreicht das erforderliche sensible Gleichgewicht, um ein Verein des Deutschlands zu erreichen, ohne die einzigartigen Identitäten seiner Teilstaaten zu opfern. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Vielfältige Traditionen, Bewusstsein. Einheit sollte nicht auferlegt, sondern durch gegenseitigen Respekt Verständnis finden. Eine Frage, habe die Ehre. Gehirnkampf, ich grüße dich. Wir sagen jetzt einfach mal, wir unterstützen den Bund. Ich bin gespannt, was passiert. So, jetzt gucken wir mal kurz unsere ganzen Fabriken einmal durch. Ja, Süßungsmittel können wir uns erstmal nicht leisten, weil wir hier leider kein Zucker haben. Darum müssen wir uns auf jeden Fall kümmern. Tuchfabriken. Da fehlen uns die Färbemittel. Schauen wir mal kurz, ob ich dann an Färbemittel komme. Und Blei fehlt uns auch. Färbemittel, Blei und Stahl. Ja, es fehlen leider einiges Sachen. Hier. Uns fehlt doch auch Keramik, oder? Ach, das lohnt sich nicht, weil wir Färbemittel brauchen. Aber ich werde trotzdem mal umstellen. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir an Färbemittel rankommen. Zwölf bekommen wir aus Frankreich. Okay. Das reicht natürlich erstmal nicht völlig. Man kann aus Rüben Zucker gewinnen. Ja, das ist tatsächlich richtig. Deswegen gucken wir jetzt doch mal zu unseren Weizenfeldern. Da haben wir die Zitrusheine. Die bringen uns tatsächlich Zucker. Oder die Weinberge. Ich würde vorschlagen... Genau, hier im Rheinland lasse ich mal die Weinberge. Hier machen wir mal die Zitrusheine für mehr Zucker in Bayern. Dann müssten wir auf genügend Zucker kommen, um unsere Lebensmittelfabrik auf Süßungsmittel umstellen zu können. Richtig? Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Sehr schön. So, ich werde mich jetzt mal im Discord entmuten, falls jemand mit mir reden möchte. Dann stehe ich auch zur Verfügung. Wir müssen auch früh natürlich die Prümmatik machen. Der Bundestag. Die Gesamten beim Bundestag haben nicht viel wirkliche Macht. Sie befassen sich mit den Fragen kleineres Grenzverkehrs und des Prestiges der jeweiligen Monarchen. Gibt ein Staatsempfang. Beziehungen mit Hessen werden besser. Plant einen Wall. Mit Baden oder mit Walldeck. Tatsächlich ist die Frage, wollen wir hier bessere Beziehungen haben? Mit Hessen. Machen wir doch mal mit Hessen. Ein Staatsempfang, um die Beziehungen mit Hessen zu verbessern. Finde ich gut. Was haben wir hier? Ein verstecktes Tal. Tal. Wir bekommen einige Bauern dazu. Während einer gründlichen Untersuchung eines südlichen Gebietes in einer abgelegenen Region unseres Landes stieß eine Gruppe von Kartografen auf ein Tal, das auf unseren aktuellen Karten nicht verzeichnet war. Oh. Ein neues Tal, was wir, äh, perfekt nutzen können. Das ist doch gut. Das ist doch hervorragend. So, ähm, Atlantis hat gesagt, wir sollten schon mal relativ schnell uns mit den Entscheidungen beschäftigen. Eieiei, ein Traum von Größe. Der bayerische König durchlebt eine fiebrige Nacht und er träumt sich eine eigene Fantasie von bayerischem Grondeur. Machen wir das doch mal. Im Reich Bayerns, wo Schlösser emporragen, ein Königreich der Schönheit für immer und ewig, Land der Bergesseen und sanften Hügel, wo die Umarmung der Natur staunend erweckt. Die Donau tanzt durch so grüne Felder, flüstern von Geschichten eines friedlichen Landes, beladen mit Legenden unerzählter Geschichte, das Erbe Bayerns, ein kostbarer Schatz. In den Straßen Nürnbergs, Echo der Vergangenheit, wo die Geschichten des Kaisers ewig wären. Eine Brücke zwischen Alt und Neu, ein prächtiger Anblick, eine Symphonie der Kulturen mit Freude harmonieren. Das Oktoberfest erfüllt die Luft mit Festlichkeit und Lachen, unvergleichbarer Frohsinn und Gelächter. Gläser erhoben, herzlicher Jubel, bayerische Kameradschaft, eine so wertvolle Bindung aus dem Geheimnis, aus dem Geheimnis des Schwarzwalds, tief und dunkel, bis zu mehr ästhetisch aufragenden Bogen der Alpen, Bayerns Landschaften, eine Freude für die Male, ein Fest für die Sinne, ein wahrer Flug der Seele. 10% unserer Pops werden loyaler, tatsächlich. Rumpel Stiel ziehen, danke für den Follow und guten Abend. Förderung der privaten Investitionen, wir bekommen noch einige Eisenminen in Bayern, das ist doch hervorragend. Vor allem in Bayern, ich dachte wir haben in Bayern gar kein, doch da hatten wir auch Eisen, naja, richtig. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich mag diese ganzen neuen Events, die durch die Mod hinzukommen hier. Das ist, das macht richtig Spaß, da kommt man auch richtig schön ins Roleplay rein. Ähm. Oh ne, uns fehlen wirklich Färbemittel leider. So, konnte ich ländlich noch Sachen verbessern? Ja, intensive Weidewirtschaft machen wir mal. Und den bodenanreichernden Ackerbau machen wir auch direkt. Würden sich denn diese Erntewerkzeuge wirklich so sehr lohnen? Ich meine, aktuell haben wir doch noch genügend Arbeitsplätze, dann würden ja alle arbeitslos werden, das lassen wir erst mal. Atmosphärische Dampfmaschine. Die lohnt sich nicht, weil wir keine Kohle haben, wenn ich das richtig sehe. Kohle und Werkzeug fehlt uns. Oh, Weizenfelder und eine Lebensmittelfabrik werden gebaut. Finde ich auch sehr gut. Der Privatbau hat auf jeden Fall gerade einiges zu erledigen, kommt aber natürlich nur sehr langsam voran. Ähm. So. Okay, jetzt machen wir ein bisschen Minus, aber weil der Bausektor, glaube ich, recht teuer ist. Ich will auch nicht zu spät eine Universität bauen. Wir dürfen ja nicht zu sehr hinterher hinken. Nicht wahr, nicht wahr. Sagt der Bayerische König, er möchte durchaus mit den anderen Königreichen in Europa mithalten können. Eine Tuchfabrik in Franken, auch eine gute Sache. Wobei unser Investitionsfonds nicht sehr gut gefüllt ist aktuell. Werden die Sachen dann trotzdem gebaut? Ja, scheinbar schon, ne? Weil dafür wurde dann das Geld schon gesammelt, wenn ich das richtig verstehe. Gut, gut, gut. So, ach ja, wir haben noch natürlich unsere Autorität errichtet. Ich muss noch einige Erlasse errichten. Äh, in Bayern haben wir natürlich viele Fabriken. Da bauen wir jetzt unsere Eisenminen, aber auch bald noch Kohle und Holz. Deswegen, ich würde sogar erstmal hier einen, ähm, Rohstoffförderungserlass reinmachen. Dann machen wir noch eine grüne Graskampagne dazu. Und überall mal bitte soziale Durchlässigkeitskampagnen. Jetzt ist die Frage, was mache ich in Franken? Hm, wir haben Goldfelder in Franken. Oh, schön. Ja, in Franken haben wir ein bisschen Weizen vor allem aktuell. Möbelfabriken und Tuchfabriken. Ja, wir könnten natürlich Möbel und Tuchfabriken hier schon mal unterstützen. Machen wir doch hier mal Fertigungsförderung. Das haben wir im Rheinland. Da haben wir so wenig, da lohnt es sich, finde ich, nicht einen Erlass dafür unbedingt auszugeben. Wobei wir ja immer noch Autoritätspunkte übrig haben. Dann machen wir mal hier noch grüne Graskampagne überall. Ja, und wenn wir dann doch noch was übrig haben, dann machen wir halt noch eine Landwirtschaftsförderung im Rheinland. Einverstanden. Glaube nicht, dass das gebaut wird. Wir schauen nochmal kurz. Tatsächlich, es wird nicht gebaut. Jetzt wird wieder gebaut. Wahrscheinlich, weil unser Investitionsfonds nicht genügend Geld hat. Dann sollte ich vielleicht mal bei einem dieser Events das andere klicken, das mehr in den Investitionsfonds kommt. Weil sonst habe ich, wenn ich normal spiele, habe ich nie das Problem mit dem Investitionsfonds. Da habe ich immer genügend Geld drin, um ehrlich zu sein. So, unser Bausektor läuft auf jeden Fall und wird gebaut. Deswegen kostet es uns was. Immer wenn der Privatsektor baut, dann ist das nicht so teuer. Hallo, Paar. Hallo, Paar. Sächsische Konföderation. Was? Ah, mein Gott. Die Bildung der Sächsischen Konföderation unter der Vermittlung des Deutschen Bundes wird durch die einzigartige Rolle der familiären Bindungen geprägt. Wie bitte? Erbteilung? Bedeutender Staatsmehr herausfordernde Situation erfordert ein feinfühliges Gleichgewicht zwischen den Interessen. Oh, preußisch Holstein. Was? Dieser Punkt geht an Preußen. Eine interessante Entwicklung. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen hier wirklich gucken. Das Oktoberfest, königlich bayerischer Gebirgsjäger. Haben wir dann immer Journalsachen? Deutsche Nationalidentität. Freie Industriisierung, der Traum von Größe. Bayern hat bayerische Bergwerke, Gebirgsjäger. Das Land benötigt Varianten. Bayern besitzt die Staatsregion Elthars-Lothringen. Ui, das ist aber nicht so einfach. Okay. So, jetzt machen wir mal hier, jetzt packe ich mal dem Investitionsfonds mal 250.000 zu. Dann wird da schneller gebaut. Okay. Wie haben denn die jetzt diese Sachsen und so weiter bekommen? Können wir das auch? Bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Können wir als Bayern, wenn wir den Nationalismus erforschen? Ist er ein Vertreter Bayerns anwesend? Sehr wohl. Der erste Minister aus Bayern, der für seine königliche Majestät Ludwig I. von Bayern spricht, ist anwesend. Was denkt ihr über die Gebietserweiterung von Preußen? Die sind doch etwas umfangreich. Ja, wir haben auch soeben die Depesche erhalten, dass unser Nachbarland Sachsen quasi ein Untertan der Preußen geworden ist. Und dass auch Holstein und Schleswig direkt an Preußen gefallen sind, das beunruhigt uns, muss ich sagen. Vielleicht solltet ihr versuchen, die Beziehung mit euren Nachbarn in Hessen, im Staat Hessen zu verbessern, auf einen relativ hohen Wert, um diese vielleicht davon zu überzeugen, sich mit euch zu konföderieren, um jedenfalls ein Gegengewicht zu stellen. Ja, tatsächlich haben wir uns auch gerade versucht, mit dieser Angelegenheit zu befassen. Wir haben tatsächlich mit Hessen schon die höchstmöglichen Beziehungen. Aber ich meine, dass wir wahrscheinlich, um dies zu erschaffen, einen nationalistischen Geist brauchen, oder? Nun, zunächst einmal müsstet ihr einen Rangaufstieg erreichen. Das geht, wie man hört, am leichtesten, indem man seine Armee etwas ausbaut und besser bezahlt. Für wahr, das stimmt. Das stimmt. Aber ich müsste doch dennoch technologisch dem nationalistischen Ziel nacheifern, oder? Ja, durchaus. Nun, der österreichische Kaiser ruft nach mir. Ich muss einmal kurz weiterziehen. Bin gleich wieder bei euch. Jawohl. Werden wir auf jeden Fall mal Nationalismus erforschen als nächstes. Hm. Ja. Seine kaiserliche Hoheit aus Wien hat mir eine Depeche dazu kommen lassen, die mir mitteilt. Dass die preußische Krone erklärt hat, keinerlei Interesse an den Gebieten Hessens zu haben und es euch überlassen ist, die dortigen Staaten unter eure Obwut zu nehmen als Verwalter der süddeutschen Lande. Ah, das freut natürlich zu hören, ja. Äh, das freut natürlich zu hören. Ähm, ich, mein, äh, mein König hat es sowieso vor, standesgemäß mit den anderen Herrschern, äh, Europas noch Gespräche zu führen. Ich bin mir sicher, dass er dann auch mit dem, äh, König von Preuß noch einmal ins Gespräch kommen wird. Äh, hattet ihr eigentlich bereits eine fieberhafte, äh, Traumwanderung? Äh, ja, äh, mein König hat mir tatsächlich von dieser, äh, von diesem Traum erzählt, äh, äh, die, den er hatte. Es ist, äh, höchst, äh, bemerkenswert gewesen und ein sehr, sehr schöner Traum von Bayern. Und dann hoffe ich, dass ihr diesen Traum, äh, umsetzen könnt, den euer König hatte. Nun, ich bin, äh, sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Äh, der Wunsch meines Königs ist mir natürlich, äh, Befehl. Nun denn, dann will ich euch auch nicht weiter von eurem, äh, Geschäften abhalten und, äh, werde zurückkehren, äh, zu Gesprächen nach London. Ist sehr wohl. Ich meine, wenn ich Unruhe in der Verwaltung, unschön. So, äh, genau, wir müssten tatsächlich schauen, dass wir aufsteigen. Wir haben aktuell 77 Prestige, wir bräuchten 118. Vielleicht könnten wir tatsächlich unser Militär ein wenig, äh, stärken. Was haben wir denn hier noch? Gesetzestechnisch. Haben wir hier immer noch das Problem, ja, Intellektuelle und Landbewohner würden radikal werden. Hm. Schwierig. Hallo, Patty Paul. Ob sie mal außer, ich grüße dich. Hallo, hallo. Ähm, was machen wir denn da jetzt? Ludwig I. von Bayern, ein Royalist, natürlich, ein Romantiker. Sonst habe ich nicht sehr viele Informationen über ihn. Sein Sohn ist Maximilian von Bayern. Kleinbürger, taktvoll. Okay, keiner von denen ist jetzt irgendwie da, in der Kirche. Heizenfelder, mal wieder, Lebensmittelfabriken. Der Investitionsfonds ist eigentlich ganz gut gefüllt, aktuell. Weizenfelder, Lebensmittelfabriken. Es gibt halt nicht so viele, äh, Arbeitslose, oder? Überprüfe ich mal schnell. Doch, im Rheinland gibt's aktuell noch ein paar. Dann fördern wir das hier im Rheinland auch nochmal. Das ist eine sehr große Mod, die ändert sehr, sehr viel im Spiel, tatsächlich, Patty Paul. Äh, eine Alternative für einen geschichtlichen Start und ganz, ganz viele Events, die dazu kommen. Infos dazu findest du auf meinem Discord, auf jeden Fall. Ausrufezeichen Discord, da kannst du Atlantis fragen. So, wie sieht's denn aus? Wir müssen unseren Markt ein bisschen für Bayern, äh, in den Griff bekommen. Wir brauchen mehr Zucker und Zucker können wir nur importieren, aber ich kann nicht mehr importieren. Färbemittel können wir auch nicht mehr importieren, das ist natürlich sehr ungünstig. Wieso fehlen uns denn Düngermittel? Nicht von Preußen, aber was importieren. Die meisten Handelsrouten haben wir aktuell mit Preußen. Wir sollten einen Handelsvertrag mit diesen ausmachen. Und mit den Franzosen. Vorher noch vielleicht die Entscheidungen. Wir haben noch, äh, Entscheidungen, die wir treffen können. Machen wir das doch mal. Äh, das Oktoberfest. Was bedeutet das denn? Oh, die Geburtenrate erhöht sich in Bayern für vier Monate. Und alle anderen kriegen auch das Oktoberfest im Süden. Okay, wir machen das einfach mal, würde ich sagen. Das Oktoberfest wurde erst mal 1810 anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern veranstaltet und hat sich seitdem zu einer jährlich wiederkehrenden Volksfestivität entwickelt. Sehr schön. Der König von Bayern hat erneut die Festkommission mit der Ausrichtung des Oktoberfests beauftragt. Oh, wir bekommen extra Gold. Das wusste ich nicht. Und wenn wir so viel Gold extra haben, dann können wir fast mal unseren Bausektor noch weiter ausbauen und die Armee ausbauen. Was der König ja sowieso vorhatte. Eine etwas größere Armee ist immer eine gute Idee. Oh, tatsächlich. Westfalen ist dem französischen Markt beigetreten. In Zollunion einladen. Die wollen sich... Ja, Hessen will sich uns nicht... Entschuldigt. Handelsvertrag? Nein. Hessen-Kassel. Hessen-Kassel möchte auch nicht in unsere Zollunion kommen. Oh, Polen ist Teil des preußischen Markts geworden, wie es scheint. Minus 39. Was ist mit Frankfurt? Minus 72. Haa. Das ist tatsächlich ein wenig beunruhigend. Was ist mit Hannover? Hm. Das ist auch schwierig. Das ist 100. Leider sind die sehr vorsichtig. Ich kann aber Beziehungen mit Hessen nicht weiter verbessern. Bei Frankfurt, die sind sehr argwöhnisch. Ich weiß leider nicht, militärische Bedrohung. Tja. Ich werde mal die Beziehungen mit Hannover verbessern. Und wir haben noch ein Event, was wir zu Beginn noch machen können. Das Königlich-Bayerische Gebirgsjägerkorb. Pläne zur Schaffung eines spezialisierten Gebirgsjägerkorb lieben vor. Machen wir das doch mal. Die bayerischen Lande sind voller Wälder und Erhebungen. Die Alpen im Süden und die hügeligen Landschaften von Franken erfordern eine spezielle militärische Expertise, um zu kämpfen. Oh. Angespornt von den Schwächen-Napoleons in seiner Kampagne nach Waterloo. Als er in unsere Länder vorrückte, haben wir Chancen, ein spezialisiertes Regiment aufzubauen. Löst das Ereignis, die Erweiterung der Gebirgsjäger aus. Offensive in erhöhtem und bewaldetem Gelände. Für 730 Tage ist aber nicht sehr lang. So, das Oktoberfest können wir scheinbar immer mal wieder veranstalten. Das ist ja schön. Badischer Wein. Da müssten wir Baden vollständig besitzen. Alemannisches Handwerkertum. Da müssten wir Württemberg besitzen. Unterwerfung der Herzogtümer. Bayern hat die Gebirgsjäger-Division. Die Anzahl an Bataillone. Die Bayern hat es größer als 50. Bayern hat Nationalismus erforscht. Bayern wird Besitzer von Baden, Hohenzollern und Württemberg. Ah, wir können also den Süden unterwerfen und zwar friedlich. Die Gebirgsjäger-Division. Wie bekomme ich die Gebirgsjäger-Division? Ich habe das doch jetzt gerade gemacht, oder? Ihr seht, es gibt hier eine ganze Menge neuer Events. Hessen-Konföderation. Ach, sobald der Rang von Bayern Mittelmacht ist, können wir tatsächlich mit Hessen koalieren. Ah, ok. Verteidigung der Nation. Wie bekomme ich die Gebirgsjäger-Division? Ich bin da ja... Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich kann die ja nicht einfach rekrutieren. Oder doch? Bayern hat die Gebirgsjäger-Division. Die steht hier auch, aber wie... Wo bekomme ich die? Ich habe ja gerade geschaut, im Journal. Volkszählung. Da ist nichts Neues gekommen, meiner Meinung nach. Frage der Industrialisierung. Größeres BIP. Arbeiten wir dran auf jeden Fall. Mir ist es jesig. Nichts. Und ich habe doch die Gebirgsjäger gerade gemacht. Hier wird es diesen Bonus bekommen. Das Oktoberfest. Badischer Wein. Seid gegrüßt, König von Bayern. Habt ihr Zeit? Selbstverständlich. Für seine Majestät Louis-Philippe de Orléans habe ich immer Zeit. Ich bin nur ein Abgesandter des Königs. Aber auch Abgesandte werden an meinem königlichen bayerischen Hof in München empfangen. Wollten gerne die aktuelle bayerische Position in Europa gerne hören. Ja, für wahr. Ich wollte mich auch schon aufmachen, um mit den verschiedenen Herrschern Europas Gespräche für die Zukunft zu führen. Zuallererst ist Bayern im Herzen Europas natürlich durchaus daran interessiert, mit den anderen großen Nationen Handelsabkommen zu schließen. um den Handel zu stärken. Wäre das Frankreich... Hätte Frankreich ein Interesse daran? Wir haben wohl Interesse an solche Handelsbeziehungen. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben auch schon die ganze Zeit einen Diplomaten nach Frankreich geschickt, da wir natürlich die Beziehungen insbesondere mit Frankreich nun verbessern wollten. nach all den letzten Jahrzehnten ist es Zeit, in die Zukunft zu schauen. Und wir wollen im Westen gerne einen... Nun, sagen wir... einen Frankreich haben, mit dem wir gute Handelsbeziehungen führen und wo wir uns gut verstehen. Dann schlage ich doch mal direkt einen Handelsvertrag vor. Und, äh, ja, was dann Europa und den Rest angeht. Ähm, wir mussten, oder wir haben schon festgestellt, wir wurden... Meine Wenigkeit wurde darüber informiert, dass Frankreich ja scheinbar weiterhin Interessen im deutschen Raum hat. Wie ich sehe, haben es die Westfalen dazu gebracht, Teil des französischen Marktes zu werden. Nicht wahr? Ja, es war ein recht schwieriges Unterfangen, aber die Anspannungen im deutschen Raum sind recht groß. Ja. Und zwischen Hannumpa und Westfalen rechnen damit, dass einer von beiden wahrscheinlich einen Krieg auslösen wird. Und das Problem, was wir vor kurzem festgestellt haben, als der Kirchenstaat ohne Ankündigung hier in Madagaskar sich einverleibt hat. Oh! Wie hat er denn das geschafft? Mit der Unterstützung Österreichs und Preußen. Der Heilige Vater. Ah ja, das ist ja höchst spannend. Aha, das sind wir auch natürlich auch bei dieser Entwicklung ein bisschen besorgt um die bayerische Sicherheit. Da sich Preußen und Österreich ja scheinbar eng zusammenarbeiten. Nun, das müssen wir auf jeden Fall auch noch herausfinden. Wir werden auf jeden Fall Gespräche mit beiden Nationen führen, um herauszufinden, wie das ausschaut. Wir wollen auf jeden Fall die bayerische Sicherheit hochhalten, aber im besten Falle wollen wir natürlich einen unabhängigen nun, sagen wir mal, deutschen Raum haben, der sagen wir mal, in eine Zukunft geleitet wird von Bayern. wir planen sozusagen enger mit den kleineren und mittleren deutschen Staaten zusammenzuarbeiten, um hier langfristig nervige Zollgrenzen und ähnliches wegzubekommen. Ich hatte unlängst einen Traum von einem größeren, stabileren Bayern, wie er sagte, dass ich dann auch durchaus mal stärker langfristig wehren könnte, sollten Aggressoren es wagen, nun, bei uns anzugreifen. An sich vielleicht auch vorstellen, dass ihr vielleicht das französische Ohr im Deutschen Bund vielleicht seid und uns vielleicht über bestimmte Sachen informiert, damit wir darauf besser reagieren können. Aber was hat denn das Königreich Bayern davon? Wir würden uns für den Schutz Bayerns einsetzen. Hm, vor allem da ja jetzt Preußen sich an eure Grenze näher herangerückt ist, durch die Sächsische Konferration. Ich verstehe. Ja, es ist für wahr ein ein guter Vorschlag der französischen Krone. Ich würde nur gerne mit meinen Beratern dieses Anliegen debattieren und dann eine Entscheidung treffen. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken, nachdem ich vor allem auch Gespräche mit den anderen Königen in Europa geführt habe. Mich würde natürlich in dieser Hinsicht unlängst interessieren, wie sie dazu stehen würden, wenn Bayern versuchen würde, einige dieser verstreuten deutschen Lande zu einen und eine Stärkung dieser Nation zu erreichen. Wir sehen, dass es ein sehr gutes Unterfangen, dass doch ein starker Puffer Staat sein würde gegen Österreich, wenn sie gegen Preußen, da sie sich ja zurzeit eher gegen die Frankreich und pro Österreich wenden, würde dieses Wohlgefallen dann auch Westfalen betreffen, da es aktuell im französischen Markt ist. Langfristig gesehen natürlich. Ich grüße die Könige von Frankreich und Bayern. Hätte der bayerische König Zeit für ein Gespräch in der Diplomatie Stufe 2? Ja, in sagen wir einer Minute. Ich bin gerade noch mal an einem abgesandten Frankreichs am Sprechen, aber ich glaube, das ist fast zu Ende das Gespräch. Ich denke, Westfalen unter bayerischer Herrschaft ist wohl besser kontrollierbar als es aktuell ist. Ich verstehe. Dann haben wir auf jeden Fall gehört, was wir hören wollten und wie gesagt, wir treffen aktuell wichtige Entscheidungen um unsere Wirtschaft zu stärken und viele andere wichtige Dinge zu tun. Wir werden auf jeden Fall auf Frankreich zurückkommen, was diese gesamte Angelegenheit angeht. Dann reise ich zurück nach Paris und informiere den König über diese aktuellen Ereignisse. Sehr wohl. Und wir reisen tatsächlich nach Preußen hier ist der Bayerische König höchst persönlich mit seinem ganzen Stab angereist nach Preußen. Ich begrüße Sie mein lieber Bayerischer König. Ich hoffe doch, wir werden hier gut versorgt und verköstigt. Ja, das sind wir Samur. Sehr schön. Wir hatten einige Fragen an die Abgesandte des Bayerischen König und an den Bayerischen König. Wir haben Gerüchte gehört, dass ihr euch mit dem bösen verfriedern wollt, mit den schrecklichen Franzosen. Nun, wir hatten gerade lediglich einen französischen Abgesandten da und haben vor allem Handelsangelegenheiten diskutiert, da wir euch vorstellen können, wir als Bayern, als ein Land im Herzen und Zentrum Europas vor allem angewiesen sind auf die Nachbarländer um uns herum, da wir ja keinen eigenen Zugang zur See haben und somit können wir auch nur mit diesen Ländern Handel treiben. So ist somit unser höchstes Anliegen mit allen Nationen, die sich um unseren Markt herum befinden, gute Handelsbeziehungen zu führen, für eine Stärkung der Wirtschaft, des Handels und des Wohlstands. Was macht Sinn dann? Waren das nur haltlose Gerüchte, in dem Umlauf waren? Wir wollten noch eine weitere Frage stellen, ob der Bayerische König hat vor, eine Konföderation mit Hessen durchzuführen? Ob das der Fall ist? Beziehungsweise wann das vonstatten gehen sollte? Ja, durchaus haben wir tatsächlich schon enge Gespräche mit unseren Freunden in Hessen geführt. Wir haben äußerst gute Beziehungen. Tatsächlich ist das einzige, was gerade dafür noch fehlt, der Rang Bayerns, an dem wir arbeiten, ihn zu erhöhen. Man gedenkt dir, dass ihr diesen Rang denn erreichen könntet. Das können wir euch unmöglich sagen. Das hängt von mehreren Faktoren ab, je nachdem wie die Welt uns dann sieht. Und ob sie uns als würdiger achtet, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Wir arbeiten daran, wir werden die Armeen vergrößern und werden schauen, wo wir weiter Prestige in der Welt erringen können. Wieso ist euch das so wichtig, der Zeitpunkt vor allem? Uns uns ist so wichtig, da Preußen vorhat, den Norddeutschen Bund nächster Zeit zu gründen und wir wollten die Hessen nicht auf andere Gedanken bringen und euch da den Vortritt lassen. Ja, das wäre uns doch sehr, sehr lieb, dass damit dann eben noch gewartet wird, bis diese Nation sich mit uns durchaus konföderiert, wie wir das hoffen. Wir werden natürlich versuchen, das schnellstmöglich zu erreichen. Wie würde denn der Norddeutsche Bund dann im weiteren Detail aussehen? Welche Staaten würdet ihr denn unter diesem Bund sehen, Preuße? Norddeutschen Bund würden dann alle Deutschen, die sich der Norddeutschen Kultur zugehörig geführen, dazu schließen. Ausgeschlossen wäre das Rheinland. Und wir haben das Gefühl, die Rheinländer haben ein starkes Interesse daran, sich mit den Bayern zu verbrüdern, dass sie das Bier in Bayern so sehr lieben. Ja, für wahr, für wahr. Ich meine, das bayerische Rheinland existiert ja auch schon sehr lange. Allerdings gibt es ja dann ein paar kleine Detailfragen, die aus meiner Sicht unklar wären. Wie gesagt, nachdem wir uns mit Hessen gerne zusammenführen möchten und beide Nationen das gerne wünschen, gibt es natürlich noch Frankfurt, was sich dann zwischen Hessen und Bayern befindet. Soweit es uns bekannt ist, dürfte bei einer hessischen Konföderation auch Frankreich und ich glaube auch Nassau noch mit dazugehören. Frankfurt und Nassau meint Achso. Genau, Frankfurt und Nassau und Waldeck. Ich verstehe. Schaue ich doch mal, ob ich dieses Überblick vielleicht sehen kann. Regionen Was ist mit Hessen-Kassel? Ist das bekannt, ob das auch dazugehört? Hessen-Kassel ich denke ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das komplett dazugehören wird, aber ich denke schon. Verstehe, verstehe. Würde auch Sinn machen durch die hessische Kultur, die dort weiterbreitet ist. Ja, das sehen wir auf jeden Fall ähnlich. Gut, das heißt, sie würden dann für sich als Preußen in Anspruch nehmen, dass Hannover und Westfalen langfristig dem Deutschen Bund beitreten sollen. Verstehe ich das richtig? Genau, das stimmt. Okay, ich verstehe. Wie stehen denn aktuell die Beziehungen zu Österreich? Ist ja durchaus auch eine sehr wichtige Nation in diesem Deutschen Bund und in der Frage und in allen Fragen des Deutschen Bundes. also der Heilige Vater hat im letzten Krieg und auch davor sehr vermittelnd gewirkt auf die Beziehungen zwischen Preußen und Österreich und dadurch haben wir auch vor kurzem unsere Rivalität mit Österreich beendet. Oh, dies ging ja schnell, wenn man bedenkt, dass es durchaus eine Jahrhunderte möchte man fast sagen lange Rivalität gab zwischen diesen doch so großen Nationen. Aber wenn diese Rivalität beendet wurde, wurde jetzt haben wir sehr gute Beziehungen besonders, da wir beide eine größere Bedrohung in dem französischen König derzeit sehen. Ich verstehe. Besonders die versuchte Invasion der österreichischen Kaiser gebeten, ihm zu helfen bei einer Kristallisierung Madagaskars und der französische König hat dem vehement widersprochen und hat daraufhin versucht, die heilige Stadt einzunehmen. Er hat aktiv einen Krieg gestartet? Er hat aktiv der französische König hat versucht, die Ungläubigen Madagaskar zu verteidigen und hat aktiv seine Schiffe und Truppen nach Italien geschickt und wollte dort einfallen. Der heilige Vater konnte das jedoch abwehren. Ich verstehe. Daher auch unsere Aussage über die böse Franzosen. Ja, das hatten wir tatsächlich nicht mitbekommen. Das bringt auf jeden Fall einiges an neuen Entwicklungen mit. Das war ja auch unsere größte Überraschung, dass streng katholische Bayern sich mit Feinden des Heiligen Vaters verbinden. Ja, hätten wir gewusst, dass das Frankreich nun solche Interventionen gegen den Heiligen Vater unternommen hat, dann hätten wir einen ganz anderen Ton angeschlagen. Es freut mich, dass ihr uns darüber informiert habt. Wir müssen auf jeden Fall bei Zeit mit dem Heiligen Vater ins Gespräch gehen, um uns nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen. Nun gut, wir werden auf jeden Fall versuchen, unseren Rang zunehmend zu erhöhen in der Welt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, wann das der Fall sein wird, aber wir werden natürlich versuchen, auch im Sinne Preußens, dass dies möglichst schnell gemacht wird. Aber wenn wir schon sprechen, meine ich, dass wir doch jetzt schon auch ein paar Handelsrouten haben und ich wollte anfragen, ob es nicht Sinn macht, dass zwischen dem bayerischen Markt und Preußen ein Handelsabkommen geschlossen wird, sodass die Grenzen und die Zölle ein wenig wegfallen können, vor allem zwischen deutschen Nationen, wie sie unsere auch sind. Das können wir gerne machen, im Sinne der deutschen Freundschaft. Einverstanden, machen wir das so. Gut, gut, gut. Ja, wir wollen auf jeden Fall auch noch mit dem österreichischen Kaiser über die aktuelle Lage sprechen. Das wäre uns auch noch wichtig. Da fällt mir noch ein, ihr als Preußen habt ja jetzt auch relativ schnell, sagen wir mal, an Macht gewonnen und Gebietserweiterungen. Das eine war Sachsen, was sich scheinbar ja mit euch zusammengeschlossen hat und das andere direkt die Gebiete von Schleswig und Holstein, oder? Holstein. Genau, das war ein Kompromiss, den ich mit dem österreichischen Kaiser geschlossen habe für meine Hilfe in diesem Krieg. Unter anderem. Ich verstehe. Hm. Ähm, wieso wurde bei dieser Angelegenheit nicht auch mit mir als Bayerischen König gesprochen? Schließlich bin ich auch ein höchst wichtiges Mitglied des Deutschen Bundes. Sollten nicht alle Mitglieder im Deutschen Bund bei solchen wichtigen Fragen zu Rate gezogen werden und zur Debatte gezogen werden? Hm, diese Frage müsstet ihr dem österreichischen Kaiser stellen, als unter anderem größte Macht im Deutschen Bund. Warum er es nicht vor Sinnvoll halten hat, sich mit euch auch abzustimmen? Ich verstehe. Nun, dann werden wir auf jeden Fall mit dem österreichischen Kaiser noch sprechen, aber würden tatsächlich Preußen bitten, die Autorität des Deutschen Bundes anzuerkennen für all die ganzen Staaten, für die wir als Bayern auch sprechen. Wir sprechen auch für die mittleren Staaten und nicht nur die zwei Größten, die es im Mitgliedern des Deutschen Bundes abgesprochen werden, sowie vielleicht auch gewisse äußere Fragen, da der Deutsche Bund doch wenigstens eine gewisse Zusammengehörigkeit darstellen sollte. Das können wir gerne machen und ihr habt auch die preußische Unterstützung, falls jemand jemals versuchen wollte, Deutsche Lande zu verletzen. Das können wir euch versichern. Sehr gut, sehr gut. Nun denn, dann werden wir auf jeden Fall als nächstes mal mit dem österreichischen Kaiser sprechen. Wenn wir erst mal alles besprochen haben. Genau. Ja, gut. Dann reisen wir wieder ab, danken für die Gastfreundschaft und werden sicherlich bei den ein oder anderen Fragen des Deutschen Bundes wieder zusammen kommen. Gehabt euch wohl, dann reisen wir auch wieder nach Berlin. Gehabt euch wohl. Ich suche gerade die ganze Zeit den österreichischen Kaiser, er ist nicht in Wien. Wo ist denn der? Hätte der Bayerische König Zeit schön abgesandten des Heiligen Stuhls? Aber selbstverständlich immer doch immer doch wir können uns gerne in schöne Räumlichkeiten in München zurückziehen. Nun das ist doch schön. Ich habe eine sehr tolle Kirche habe ich gehört. Absolut, folgt uns gerne. Nun abgesandt das Papusreis natürlich gerne in das christlichste aller deutschen Länder. Ja, wo die Staatsreligion noch hoch im Kurs ist. Genau, also in vielen Teilen der Welt ist der der hat der Teufel sich eingeschlichen aber in Bayern wird der Katholizismus noch hoch gehalten. In Bayern da ist die Welt noch in Ordnung. Nun wir wollten mit ihnen mal sprechen über ihre Beziehungen mit Frankreich. Da doch der französische König ein Feind vom Teufel besessen scheint und doch auf die Idee kam Missionare die Afrika unserem Glauben zuführen wollten abzufangen und dann sogar versucht hat die ewige Stadt selber zu plündern. Die Anlandung französischer Truppen wurde zweimal verhindert aber auf jeden Fall hat nicht unserer Meinung nach der König von Frankreich aktuell auf einem fehlgeleiteten Weg weshalb wir euch vor ihm warnen wollten. Ja für wahr wir mussten jetzt vor kurzem erst durch einen preußischen Abgesandten von diesem also dieser Unverfrorenheit erfahren. hätten wir von diesem ganzen Konflikt schon vorher mitbekommen dann hätte ich vermutlich gar nicht einen französischen Abgesandten in München empfangen. Also das ist ja wahrlich ein Angriff auf die heilige Stadt selbst eine bodenlose Frechheit die uns überhaupt nicht gefällt und wenn dann hätte doch die Frage die wir mittlerweile auch mitbekommen haben Madagaskar auf einem diplomatischen Parkett erst einmal geklärt werden können. Die Aggressionen Frankreichs sind nicht gerade zielführend für gute Handelsbeziehungen wie wir sie uns erhoffen für die Zukunft und selbstverständlich als treue Christen stehen wir dem heiligen Vater immer näher als den gottlosen Franzosen. Das freut uns doch zu hören auch wenn wir der festen Überzeugung sind dass die Bevölkerung Frankreichs nichts von diesen teuflischen Machenschaften ihres Königs zu tun hat da sie doch eigentlich alle treue Katholiken sind aber der französische König wurde dass so etwas in der heutigen Zeit noch nötig ist war es sehr zu wieder aber wir haben ihn aus der Kirche verbannt und ihn exkommuniziert mit recht wohl mit recht wohl allerdings ist ja dann durchaus das Handeln Frankreichs für die Zukunft sehr fragwürdig wir alle nun wenigstens die älteren unter uns erinnern sich noch an die Zeiten unter Napoleon und die deutschen Lande waren sehr unter dem Würgegriff dieses kleinen Korsen ja und die Enteignung von Kirchen Besitz ist uns auch noch in Erinnerung geblieben fürwahr fürwahr eine vielleicht in der Hinsicht sehr dunkle Zeit ja leider nun noch einmal ein anderes Thema und zwar geht es noch einmal wollten wir mit euch über die heilige Stadt Jerusalem sprechen die natürlich in unserem Sinne wenn man Jerusalem die Pilgerwege wieder frei machen könnte und Palästina wieder in christliche Hände geben könnte weshalb wir in Abne noch nicht in nächster Zeit aber in einigen Jahren die christlichen Herrscher Europas zu einem Kreuzzug aufrufen und natürlich wollten wir dann mal mit dem bayerischen König als einer der treuesten Katholiken sprechen Nun fürwahr sind wir sehr treue Gläubige und gehen regelmäßig in die Kirche dennoch überrascht mich dieser Plan seiner Heiligkeit ein klein wenig muss ich sagen da die Kreuzzüge doch mittlerweile eben schon vor Jahrhunderten beendet sind so wurde es mir jedenfalls von dem Priester erklärt der mir den Bildungsstand gab als ich ein kleines Kind war Nun das ist auch so allerdings mit dem Zerfall dass aus manchen Reiches dort in Palästina haben sich einige Beschwerden an den Heiligen Stuhl gewandt dass Pilger doch nicht mehr so einfach ihren Glauben ausüben also in Palästina und auch die 50.000 Orthodoxe in Palästina immer mehr unterdrückt werden ich verstehe nach Ansicht seiner Heiligkeit Handeln gefordert ist in den nächsten Jahren erst die aktuell noch Probleme innerhalb des Italiens haben aber wir wollten nur mal die Informationen dazu an unseren Freund in Bayern übergeben Ja selbstverständlich selbstverständlich ja fürwahr nun es überrascht mich zwar ein wenig zu hören und ich bin ja liebend gerne damit beschäftigt große Bauwerke in meinem wunderschönen Land zu bauen aber wenn der Heilige Vater ruft und es vor allem ums Heilige Land geht dann wird Bayern diesen Ruf natürlich erhören wenn es soweit ist nun unter uns gesagt es kamen auch Gerüchte wenn ich sogar aus sicherer Quelle zu dass man Spuren des Heiligen Grales in Palästina gefunden hat oh ist dem so nun das wäre natürlich sehr wichtig dass dieser Gral nach Rom gelangt und das ist der eigentliche Grund für diesen Konflikt aber das kann man nicht einfach erzählen doch der Heilige Gral so in falsche Hände geraten könnte natürlich ich verstehe was ihr meint es ist auch eine große Ehre dass ich als König von Bayern eingeweiht werde in dieses Gerücht in diese Hinweise unter dem Aspekt werden wir es natürlich noch weiter unterstützen dass dieses Ziel erreicht wird wir hoffen dass der Heilige Vater und Gott uns in dieser Hinsicht dann gnädig sein wird und nun vielleicht auch eines Tages wie ein wenig nun mit einem Lohne Gottes rechnen dürfen wir können auf jeden Fall sagen dass die Kurien Schatzkammern und auch die Reliquien Schreine der katholischen Kirche Bayern sehr zugetragen werden hervorragend das freut uns doch sehr zu hören ausgezeichnet denn ihr wisst nicht wie teuer diese ganzen Bauvorhaben sind die wir hier planen und außerdem können wir uns durchaus vorstellen der Petersdom war auch nicht gerade günstig oh das glaube ich auch ein sehr schönes Gebäude ich war auch schon einmal dort man kann es kaum schöner treffen und Gott näher sein als bei dem Petersdom ja für wahr das ist eine treffliche Angelegenheit ja ist ich frage mich gerade noch wie würdet ihr damit umgehen wenn Frankreich dann in Italien nähere sagen wir Ambitionen hat nun also da Sardinenpilment sowie das Königreich bei der Sizilien eigentlich gegen die Konstantinische Schenkung verstoßen durch ihre durch ihre Anwesenheit aber wir haben gute Beziehungen mit ihm also wir sind zuversichtlich das diplomatisch lösen zu können aber ein eindringen Frankreich in unser direktes Einflussgebiet das werden wir doch versuchen diplomatisch zu verhindern und wir sind auch zuversichtlich dass wir unseren Partner in Österreich Ungarn und auch tatsächlich die britische Königin war uns auch sehr positiv gefällt oh ich verstehe auf unsere Seite dort haben können dass wir verhindern können dass wie einst Napoleon erst die Franzosen in Italien und dann im Rest von Europa einmacheln Ja so etwas sollte es natürlich nicht noch einmal geben das ist richtig ja für wahr vielleicht entwickelt sich ja eine sehr gute Zusammenarbeit das würde uns natürlich als tief katholischen als tief katholische nation sehr freuen wir versuchen diese Werte auch hoch zu halten so sollen natürlich auch wenigstens wenn es nach mir geht und es keinen Druck von anderen Gruppen in Bayern gibt die Kirchenschule wichtiges einen wichtigen Bestand haben in Bayern und grüßen natürlich sowie die Staatsreligion natürlich dass dieser Glaube hochgehalten wird wir überbringen auch eine Einladung und seine Heiligkeit an den Bayerischen König zu Ostern doch die heilige Stadt zu besuchen und den Segen Urbi zu empfangen sollte es sich einrichten lassen da würden wir uns natürlich sehr freuen das nehmen wir äußerst gerne an das wird den Heiligen Vater sich erfreuen sehr schön sehr schön wir sind auch bereit Frankreich unter einem neuen König zu vergeben dass sie diese fändlichen Taten getan haben aber wie gesagt der letztendige König scheint vom Teufel besessen weshalb wir stark abgeneigt gegenüber diesem Frankreich sind ja für wahr ich habe da jetzt ja in dieser Hinsicht auch einiges mitbekommen für wahr nun gut dann ich danke auf jeden Fall für die erhellenden Informationen vor allem auch was das Heilige Land betrifft ich möchte in kurzem noch ein Gespräch mit der Kaiser von Österreich-Ungarn aufnehmen außer sie haben noch einen Punkt der zu besprechen wäre nein ich habe die ganze Agenda die mir der Heilige Vater übergeben hat vorgetragen ausgezeichnet nun dann würde ich mich jetzt auch wieder auf den Weg nach Rom machen der Weg über die Alpen ist weit unbeschwerlich für wahr tut das und nehmt gerne eine bayerische Verpflegung mit wir haben jetzt erst wieder das Oktoberfest in Vorbereitung nun wir hörten eure Mönche brauen hervorragendes Bier ja für wahr da sind wir durchaus in Bayern dafür bekannt also auch das könnt ihr ja dem Heiligen Vater vielleicht mitbringen ich hoffe doch dass es ihm ja sicherlich gutes christliches Bier wird dem Heiligen Vater sicherlich sehr munten sehr schön das freut mich also dann das RP Benjoid lade ich rein ähm ja cool dann stehe auch nicht weiter also dann werde ich mich mal auch wieder nach Rom begehen für wahr ihr habt euch wohl ich gehe jetzt mit Gott hat der Kaiser von Österreich Ungarn Zeit den bayerischen König zu empfangen natürlich wollen wir uns ein diplomatisches Hinterzimmer ja sehr gerne wir würden uns darüber freuen so es freut uns dass wir hier äh empfangen werden im schönen Wien ähm tatsächlich äh ist es ein wenig unschön äh dass es jetzt schon einige Zeit keine Gespräche gab zwischen uns und euch ich denke doch es gibt wichtige Dinge für die Zukunft zu klären die den Deutschen Bund und Europa betreffen nicht wahr nicht wahr ja bin ich ganz ihrer Meinung schließlich sind wir ja beide Süddeutsche und sollten auch miteinander kommunizieren wenn es um solche wichtigen Themen geht ja das wäre schon der erste Punkt der mir als bayerischer König und vielleicht auch als Fürsprecher der anderen kleinen und mittelgroßen deutschen Staaten wichtig wäre ähm vor allem wenn es um Gebiete innerhalb des Deutschen Bundes geht äh wäre es doch schön wenn alle deutschen äh Mitglieder gehört werden oder mit ihnen zusammengesprochen wird äh unter anderem gab es ja jetzt jetzt schon äh ein Vorgehen von Preußen bezüglich Schleswig-Holstein ähm welches nie mit äh den anderen äh Staaten und vor allem auch nicht mit Bayern in irgendeiner Weise äh nun äh debattiert oder besprochen wurde äh wir erhielten die Frage auch von Preußen ähm natürlich haben wir über alle Staaten nachgedacht doch schien uns dass Schleswig-Holstein einen starken äh Verbündeten welcher auch Zugang zu Schleswig-Holstein selbst hat was leider schon Bayern ausgeschlossen hatte da wenn Schleswig-Holstein in bayerischer Hand ist ja es keine wirkliche Verbindung dazu gibt und es deswegen auch schwer wäre für Bayern und das würde dann Bayern und Schleswig-Holstein ähm belasten dort dann überhaupt noch auch die Menschen vernünftig zu versorgen oder eine Industrie dort aufzubauen Nun ich hätte niemals äh den Wunsch geäußert dass Bayern Schleswig-Holstein erhält also äh das wäre ja völlig utopisch so weit wie das voneinander entfernt ist mir wäre es nur wichtig gewesen beteiligt zu werden als äh ich würde doch durchaus behaupten einer der mitmächtigsten ähm äh Herrscher und Souveränz in den deutschen Nationen also solch eine Frage sollte durchaus im Bundestag diskutiert werden und nicht einfach nur von den zwei stärksten und größten Ländern entschieden werden das ist wenigstens meine Sicht Nun ja auch äh wenn wir das so besprochen hätten glaube ich doch dass auch Preußen als beste Möglichkeit herausgekommen werde da ich mir natürlich auch selbst den Kopf dort drüber zerbrochen habe auch natürlich mit den Interessen der kleineren Nationen im Hinterkopf ja in Zukunft können wir auch gerne noch einmal über solche Entscheidungen sprechen bloß war auch mein Terminkalender sehr voll weshalb ich dort ja keine Zeit mehr hatte um einen Bundestag in Wien zu veranlassen ich verstehe die nächste Sache äh Sachsen auch die wurde nicht besprochen damit hatten wir allerdings keine keine Verbindung wir hatten nur plötzlich die die Nachricht dass Sachsen sich Preußen angeschlossen hatte ich verstehe ich verstehe äh apropos die Debatten im Bundestag ähm es gibt ja durchaus immer verschiedene Haltungsmöglichkeiten äh könnt ihr mir sagen was die Folgen der unterschiedlichen Haltungen wären Nun Haltungen in welchem Gebiet Nun wenn es zu Debatten in Frankfurt kommt äh dann können wir natürlich den Bund unterstützen den Bund herausfordern die Legitimität des Bundes hinterfragen und Unterstützung fördern für den Bund Ach nun da hatte ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht allerdings äh ja war hab ich mir überlegt dass wir den Bund erstmal noch auferhalten sollten Was was wären denn die Folgen zum Beispiel bei fördere die Unterstützung für den Bund Das habe ich mir auch gedacht ich vermute etwas wie eine Ausweitung des Bundes aber so genau kann ich Ihnen das auch nicht sagen Hm Und dann sollte man vielleicht mal jemanden kontaktieren der sich äh genauer mit diesen Angelegenheiten auskennt Na gut dann werden wir fürs Erste auch bei der Unterstützung äh bleiben Ja Ja so können wir uns zumindest noch gegenseitig innerhalb der deutschen Gebiete verteidigen weil es ein gierische äh gieriger Aggressor kommt und dass dann nicht die kleinen Mächte alleine dastehen Für wahr für wahr ähm eine handelstechnische Frage die unsere Nation vielleicht auch betrifft wir haben ja doch äh weite Grenzen die den Handel fördern sollten ähm hat Österreich keine Färbemittel ähm Nein Österreich hat sich auch bisher noch an keinen Kolonien äh begriffen wo Färbemittel sein könnten Hm deswegen in Zukunft äh wird Madagaskar voll unter päpstlicher Hand integriert werden dort wird dann für den österreichischen Markt Färbemittel wohl angebaut werden allerdings selbst produzieren wir gar nichts da in Europa es ja keine Vorkommen davon gibt Das ist natürlich ein großes Problem äh für mich als Bayer Bayerischer König wurde mir zugetragen wir haben ja nur wir haben nicht viele Handelspartner äh vom bayerischen Markt aus Frankreich, Preußen, Österreich und tatsächlich ist aktuell Frankreich die einzige Nation äh durch die wir Färbemittel erhalten können und das auch nicht in genügender Menge und Güte und sagen wir mal so äh ich weiß nicht wie die wie steht denn Österreich zu Frankreich dieser Tage Nun äh Frankreich sie wurden aus der Kirche exkommuniziert da sie ja die Bekehrung von von Ungläubigen ja nicht nur nicht befürwortet sondern gleich kriegerisch sich dagegen ausgeschlossen hatten und dann auch noch in der heiligen Stadt standen mit Waffen äh mit solchen Antichristen wollen wir nichts zu tun haben eine Schande ja ähm gut das heißt ihr seid also nicht gut auf sie zu sprechen ähm wie gesagt es ihr würdet Bayern etwas unabhängiger von dem von Frankreich machen wenn es österreich gelänge Färbemittel in seinen Markt zu bekommen die wir dann wiederum äh vielleicht importieren könnten wir brauchen ja keine großen Mengen im bayerischen Markt aber es wäre sehr vorteilhaft auf jeden Fall ja wir geben unser Bestes da wir ja selber diese auch benötigen ja sehr schön sehr schön okay nun gut äh desweiteren sollten wir was sollten wir noch diskutieren ähm wie steht ihr zu den preußischen Plänen von denen wir hörten von einem gewissen Otto von Bismarck dass die norddeutschen Staaten unter preußischer Flagge vereint werden sollen nun es würde sicherlich ein wenig Ordnung in das deutsche in den deutschen Sandkasten werfen äh wir wissen nur nicht wie wir mit einem so mächtigen Preußen dann zurechtkommen würden da wir auch zwar nicht mit dem Preußen verfeindet sind allerdings auch einige Komplikationen haben deswegen sind wir uns dort noch unsicher wie wir dies zur Zeit sehen ja für wahr hm wenn es eigentlich solche Vereinigungs Ambitionen auch aus dem Süden gäbe von ihrer Seite dann wären wir doch zumindest der Meinung dass Hessen wenn es zu solchen Konfederationen käme doch unter bayerische Verwaltung kommen sollte ja das wäre der nächste Punkt den wir ansprechen wollten allerdings würden wir den gerne weil wir das ja schon angeregt haben und uns beschwert haben äh noch mit in einer Bundestagsdebatte besprechen ich meine die Haltung von von Preußen ist uns schon bekannt dass die es unterstützen dass Bayern äh mit Hessen sich zusammenschließt wir haben nämlich sehr gute Beziehungen äh mit den ähm mit den Hessen und sie haben schon darum gebeten dass es einen Zusammenschluss geben soll der äh die Interessen dieser gemeinsamen Süd Süd Mittelländern in Deutschland schützt ähm und ja fehlt lediglich noch der der die Stärkung des Machtranges an der wir arbeiten nun gut wir befürworten dies auch dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei der Stärkung Ihres Machtranges vielen Dank ich hörte dass einen Ausbau der Bataillone bis auf 50.000 Soldaten helfen sollte damit sie ähm ja dann Baden und Württemberg in ihr Land mit ganz viel Freude integrieren können um dann den nötigen Machtrang zu erreichen ähm ja für wahr für wahr das ist noch eine wichtige Angelegenheit ja das das stimmt auch wir arbeiten an einer Vergrößerung des bayerischen Heers ähm die Frage ist dann vor allem noch also Sie würden es befürworten wenn so mit Hannover und Westfalen eher unter preußische Führung geraten verstehe ich das richtig Nun das Rheinland Westfalens würde ich doch auch noch unter bayerischer Verwaltung sehen den Rest also alles ab dem Nordrhein würde ich dann allerdings doch zur norddeutschen Föderation hinzuzählen da es ja schließlich eine norddeutsche Föderation ist Ja ich verstehe das auf jeden Fall ähm gut das freut mich schon mal zu hören von euch als Kaiser Österreich-Ungarns ähm gut gut vielleicht sollten wir tatsächlich langfristig wenn Frankreich weiter so ähm Schwierigkeiten in der Welt macht über ein gemeinsames Vorgehen sprechen denn ähm tatsächlich gibt es ja auch äh in den Gebieten Elsass und Lothringen die einst vor allem im Heiligen Romischen Reich jahrhundertelang äh deutsch waren äh sehr viele Alemannen und Süddeutsche ähm so dass das vielleicht eine Ambition wäre ihr müsst wissen ich hatte einen einen Traum für die Zukunft und ähm das war durchaus äh nun sagen wir etwas was mir äh in den Sinn kam dass es dort so viele Deutsche gibt die nur danach rufen endlich befreit zu werden äh vor allem nach den ganzen Zeiten die es unter Napoleon gab nun diese Rufe haben wir zwar noch nicht gehört allerdings sind wir auch nicht ganz abgeneigt Frankreich weiter zu schwächen und diese Süddeutschen in deutsche Herrschaft zu bringen ja das würde uns auf jeden Fall sehr freuen wenn wir da vielleicht langfristig eine Kooperation als drei große deutsche Nationen eingehen dann würde Bayern äh hätte auch Bayern sozusagen nichts dagegen äh wenn diese nord äh nordliegenden Gebiete an Preußen gehen als norddeutscher Bund äh und würde das durchaus auch befürworten können ah ja das ist doch mit dem Oktoberfest eine schöne Befürwortung dafür ja für wahr für wahr wir in Bayern feiern gerne und schön wenn es etwas zu feiern gibt deswegen gut dann werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit den Preußen sprechen was diese Angelegenheit angeht das ist ja auch jetzt nichts in kurzer Sicht aber vielleicht mittelfristig etwas was wir nicht unbedacht lassen sollten ja wo wir gerade dabei sind wollte ich Ihnen auch noch einen Handelsvertrag vorschlagen damit wir ja den Handel der deutschen Nationen untereinander auch noch stärken können äh einverstanden schicken Ihnen mal ein Angebot das interessiert ja Bayern auch sehr tatsächlich dann machen wir das so ausgezeichnet ausgezeichnet gut gut ich glaube dann haben wir soweit auch erst einmal alles besprochen nicht wahr ja also von meiner Seite gibt es auch nichts weiteres mehr gut dann freue ich mich auf weitere Gespräche in der Zukunft und ja nehmt gerne übrigens einiges von unserem guten Bier was wir hier mitgebracht haben und gute Lebensmittel aus Bayern mit für die Zukunft Oh ja vielen Dank da schleicht sich auch während des Oktoberfests oft etwas über die Grenze nicht ganz unter unseren Augen und vielleicht auch ja unter den Augen des Zolls aber das ist für das gute bayerische Bier dann doch weil lohnt es ja dein Auge zuzudrücken ich stimme Ihnen zu sehr schön sehr schön ähm nun gut hat denn der Kaiser seine Residenz mittlerweile in Rome weil er in Wien so selten anzutreffen ist äh der preußische König es gibt ein zwar das ähm wie war es noch gleich ein 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 Pactum Romanum zwischen Preußen Österreich Ungarn dem Papst äh ja Griechenland und Polen oh äh wo wir uns gegenseitig in unseren Interessen unterstützen deswegen ja sind wir auch alle in Rom anzutreffen ich verstehe sehr interessant äh nun gut wenn es das gewesen ist ja auf bald werden wir auf jeden Fall auch nochmal Gespräche mit den anderen führen und Milan übrigens danke noch für dein Prime Abo vielen lieben Dank Milan und Jogger Jogger ich grüße dich Oktoberfest im Land weil ich hätte vielleicht aufs Datum achten sollen ja war ein bisschen ungünstig so wir haben wieder ein paar Förderungen von Privatinvestitionen Möbelfabriken in Franken wie sieht es denn mit den Möbeln aktuell aus da haben wir eigentlich erstmal genug gut verstanden mediale Unterstützung ah Erlasserfolge schon ist er gut Kleinbürger mögen uns sowieso schon sehr ja aktuell soll es Grundbesitzerwahlen geben dafür wird sich gerade eingesetzt das ist doch schön ansonsten läuft es glaube ich ganz in Ordnung wobei uns doch durchaus ein paar Sachen fehlen bauen wir nicht gerade auch eine Kohlemine ist auf jeden Fall in Planung die Kohlemine wir bauen tatsächlich noch einige Kunsthochschulen weil es der Plan von dem Bayerischen König ist bei den Kunstwerken im Rang aufzusteigen ähm wo sehen wir denn das nochmal nicht beim Preis hier 5,2 wieso produzieren wir nur so wenig 0,9 wir sind knapp Rang 10 aktuell wir möchten auf jeden Fall im Rang steigen schauen wir mal ob wir das hinbekommen können und vor allem können wir jetzt natürlich nochmal gucken ob wir nicht was importieren können vielleicht aus Preußen Luxuskleidung aus Frankreich und Österreich Färbemittel wie gesagt fehlen uns leider völlig Motoren werden wir auch erstmal importieren in kleineren Mengen die wollen wir natürlich noch produzieren so auch hier Glas 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 sollten wir doch selbst ein wenig mehr herstellen können das ist mit Eisen aus Österreich können wir ein wenig Eisen importieren dass uns Dünger fehlt wundert mich doch unsere Viehhöfe sind da eigentlich schon dran so viel importieren können wir hier leider nicht bei der Kleidung könnten wir aus Österreich Ungarn tatsächlich einiges aber aus Frankreich ja gut in Spirituosen müssten wir auch noch ein bisschen stärker arbeiten aber das kriegen wir hin bald ja das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus für das erste einverstanden Traum von Größe der Süddeutsche Bund als Vereinigungskandidat wir müssen auf jeden Fall die Kasernen alle bauen und zwar eher zeitnah noch weil es natürlich auch teuer werden wird ich werde die mal ein bisschen stärker priorisieren so wir bauen auch noch diese Kunsthochschule und die Eisenmine hier bitte fertig so so sieht das glaube ich schon besser aus oh diplomatisch haben wir gerade ein paar Schwierigkeiten gut 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 dann äh kann ich euch ja nochmal die Spielerkarte zeigen seid gegrüßt werter bayerischer König ich grüße euch ähm der neue ähm Kaiser Frankreich ähm möchte gerne ähm sprechen äh was denn eure äh diplomatischen Gespräche mit den anderen Nationen ergeben hat äh nun äh die Gespräche haben vor allem eine Sache ergeben die uns vorher nicht bewusst war weswegen wir sicherlich nicht so freundlich gegenüber Frankreich gewesen wären und zwar dass äh Frankreich äh mit einer Armee die heilige Stadt Rom angegriffen hat und sich äh aktiv in den Akt der Missionierung des Heiligen Vaters so eingemischt hat es war eine ganz klare symbolische Geste weil der heilige Vater es nicht für nötig empfand uns darüber in Kenntnis zu sitzen und sollte als und sollte als Test dienen wie sich die anderen Großmächte darauf reagieren was zeigte dass Preußen ganz klar auf österreichischer Seite ist Nun aber das kann doch kein Test sein dass eine französische Armee nach Rom kommt die dort abgefangen werden muss es ist kein Spiel wer der französische Abgesandter es sind Tote dort die Folge gewesen und es war ein klarer Angriff auf die heilige Stadt und damit den Papst selbst euch solltet doch bewusst sein dass vor allem Bayern eine tief katholische Nation ist das mag zwar sein auch müssen wir bedenken dass der Papst ganz klar uns vor einigen Jahren Position für Österreich gesetzt hat wir müssen darauf natürlich auch diplomatisch reagieren Nun sagen wir mal so ihr habt euch nicht gerade Verbündete damit gemacht dass ihr so gegen den Papst vorgegangen seid vielleicht wären diplomatische Absprachen eine sinnvollere Vorgehensweise gewesen als direkt diese kriegerische Auseinandersetzung das beraubt mich vieler meiner Möglichkeiten und was für Möglichkeiten diplomatisch hätten wir dann da gehabt Österreich hat von vornherein den Papst unterstützt England hat dieselbe Tendenz gehabt und so sollten wir etwas sagen nein nein das darf er nicht mit der unterstützung die er hatte der natürlich hier den krieg vom Zaun gebrochen Nun das Ergebnis wäre so dasselbe gewesen nun würde Frankreich danach diplomatisch auf der diplomatischen bühne besser dastehen nun ja sicher nicht so wirklich großbritannien hat von vornherein eine antifranzösische haltung gehabt preußen hat damit ganz klar seine standpunkt mit österreich gezeigt nun wie gesagt wir sind ja durchaus an handel und ähnlichen interessiert aber durch das vorgehen der französischen krone gegenüber den heiligen vater können wir keine weiteren unterstützungen oder zusammenarbeit in welcher form auch immer anbieten dafür wurde zu sehr unsere katholische seele betrübt von diesem vorgehen es ist bedauerlich dass der bayerische könig in der vergangenheit stecken bleibt und religion weiterhin so wichtig sieht mein volk sieht sie als wichtig an also sehe ich sie als wichtig an bayern ist eine katholische nation die auf das vertraut was der heilige vater im namen gottes verkündet das bedeutet selbstverständlich nicht dass wir rückständig in den anderen fragen unseres staates sind industrialisierung technologisierung streitet in bayern voran wie in anderen staaten ist bedauerlich dass bayern sich so sehr an die katholische kirche klammert wir werden den entsprechend das vermerken und woanders uns hier nach partnern suchen wie gesagt sollte frankreich die beziehungen mit dem papst wieder verbessern können ist bayern durchaus auch gesprächsbereit für die zukunft dann gibt doch bitte dann uns ihr seid natürlich gut gestellt mit dem papst ihr könnt ja den dann fragen was denn möglich wäre und wir und uns dann das weitergeben wir können gucken was wir machen können nun gut wir werden mit dem heiligen vater sprechen bei gelegenheit so dann werden wir erstmal gehen so sei es geht ein abgekühltes gespräch es wurde natürlich auch direkt der handelsvertrag gebrochen das wusste natürlich frankreich dass uns das schwächt weil wir den handelsvertrag eigentlich bräuchten ähm was will denn er hier eigentlich kulturelle kulturelle ausgrenzung aber da habe ich noch keine chance darauf okay wir machen jetzt natürlich deswegen wieder minus förderung der privaten investitionen holz wie sieht es mit dem thema holz aus da könnte man noch ein paar holz bisschen mehr holz gebrauchen so die restlichen kasernen werden gebaut 50 bataillone brauchen wir polen und ukraine führen übrigens krieg gegen russland wie es scheint ich habe lobt die bürgerliche koalition konservative koalition wird stärker die ersten wahlen finden in bayern stark aber natürlich nur grundbesitzer wählen wie sieht es jetzt bei dem thema kunsthochschulen aus sind jetzt rang 9 in der produktion wie viel kann man durch eine kunsthochschule denn produzieren aktuell eins pro stufe oder und wir haben doch vier wieso produziere ich dann zu wenig ein moment äh ein moment wo habe ich sie denn waren die in Franken ah die musste ich natürlich subventionieren um mehr zu produzieren und die würde ich dann gerne exportieren diese kunstwerke so exportieren wir direkt mal nach preußen sehr schön schauen uns mal kurz die handelsrouten an hier sind sowieso alle unproduktiv gerade dann brechen wir die ab um bürokratie zu sparen allerdings das mit den färbemitteln ist tatsächlich ein problem das sind wir auf frankreich angewiesen manfred von moltke wurde verbannt in braunschweig ohja das oktoberfest sollte jedes jahr stattfinden wird hier gesagt oh tatsächlich nun denn bereiten wir das oktoberfest vor auch wenn es schon einige monate vorher ist aber es muss vorbereitet werden oh zapftis sehr schön gut gut wenn es anliegen der berater gibt des bayerischen königs dann können diese gerne vorgetragen werden ich bin in einer minute wieder hier um sie dann durch zu lesen bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Straßenehalt habe ich hier mal mit reingenommen. Jaja, ist schon richtig. Es kam ja der... Es kam ja dann der Command. Mahai. Ja, die nationale Wertekampagne. Ich weiß nicht, was gemeint ist mit Regierungs... Also genau welchen Erlass vor allem noch. Chaos Theorie, danke für den Follower. Der Wert ist ein Vertreter der Regierung Bayerns zugegen? Ja, durchaus. Über einen war vorzügliche Sache berichtet. Man nennt sie Aktien. Und man kann damit Unmengen an Geld quasi aus der Luft generieren. Das hört sich allerdings sehr fragwürdig an. Also ist das... Ihr verkauft Anteile... Also ihr verkauft Anteile an Unternehmen, an eure Bürger. Und dadurch nehmt ihr Geld ein. Hm. Das hört sich sehr liberal an, irgendwie diese Idee. Nun, sie ist nur liberal, wenn diese Bank nicht im Staatsbesitz ist. Also wir betreiben ja entsprechend einen Finanzdistrikt in unserer Hauptstadt unter völliger staatlicher Kontrolle. In dem wir zwar keine Staatsanleihen ausgehen, aber Unternehmensanleihen. Also wir kaufen Anteile an Unternehmen. Und es ist sehr erfolgreich, sodass wir hier doch ein erhebliches Maß... Das hört sich auf jeden Fall höchst neumodisch an. Ich bin gespannt, ob diese Wege sich auch Richtung Bayern finden werden. Ähm... Ich glaube, selbst so etwas wie die Postersparnisse sind noch nicht in Bayern verkannt. Nun, ich... Ich meine aber, dass sie über das Wissen über Zentralbanken verfügen. Es geht ja nicht darum, ihr mit der Post Geld zu verschicken, sondern eine staatliche Bank zu errichten. Um den Wildwuchs an Privatbanken zu kontrollieren. Ja, das wäre vermutlich sehr sinnvoll. Das stimmt. Wir hatten gerade unseren Fokus ein wenig auf industrielle Technologie gelegt gehabt, tatsächlich. Da man diese Banken ja in ehemaligen Wohngebäuden errichten kann, kosten sie gar nicht so viel Aufwand zu errichten. Du musst lediglich das Papier bereitstellen, damit die Wechsel gezeichnet werden können. Hm, das hört sich ja sehr interessant an. Wir werden dem auf jeden Fall mal als nächstes nachgehen, wenn ihr uns das nahelegt. Wenn das für die Bayerische Krone und das Bayerische Volk finanzielle Mittel am Ende zur Verfügung stellt, dann ist das ja eine sinnvolle Sache. Auf jeden Fall für die Bayerische Krone. Ob das Volk davon profitiert... Naja, solange die Bayerische Krone profitiert, ist mir das erst einmal sehr, sehr recht. Denn ich mache mich wieder davon. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ein netter niederländischer Abgesandter. So, wir können eine Regierung einsetzen als König und haben mehrere Möglichkeiten. Nehmen wir die Kleinbürger noch dazu oder nicht, ist die Frage. Ja, zum Spielball. Ja, das ist nicht so einfach, tatsächlich. Achso, ich weiß nicht. Platonius, hörst du mir noch zu? Oder hörst du mich noch? Andere Frage, bessere Frage. Weil eventuell müssten wir was wegen der Kieferlosung ein bisschen mal verändern. Ähm... Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich bin ein bisschen unentschlossen. Mit den Kleinbürgern, ohne die Kleinbürger. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Regierung ohne die Kleinbürger. Ja. Ja. Die ist besonders legitim. So, dann können wir vielleicht endlich auch eine Berufspolizei einführen. Wir wollen ja durchaus, dass diese Kriminalität auf bayerischen Straßen ein Ende findet. Nicht wahr? So, jetzt haben wir 40 Bataillone. Uns fehlen immer noch 10 Bataillone. 3, 4, 5. Häh? Habe ich mich verrechnet? Da müsste ich doch nochmal 5 Stück bauen. Was ist denn da los? Oder werden die nicht alle besetzt? Doch, die sind doch alle. Da muss ich nochmal 5 Stück bauen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Gut. Prestige sollten wir auch durch die Kunsthochschulen dann noch bekommen. Hier unterstützt jeder irgendwie immer einen anderen, wie es scheint. Auf unseren Geldmitteln ist er unser König. Mehr Geld ist also royalistisch. Für wahr. Vielleicht wäre mal eine Um- Ist denn hier noch ein anderer Moderator aktuell im Livestream dabei gerade? Dann bitte mal kurz in den Chat schreiben. Ansonsten, was haben wir denn hier noch an wichtigen Sachen? Volkszählung, Zentralarchive. Gibt es Entscheidungen? Da brauchen wir das Nitroglycerin. Und hier... Wir brauchen immer noch die Gebirgsjäger-Division. Wann bekommen wir die? Bekommen wir die, wenn wir 50 Bataillone haben, oder? Hm. Mobilisierung des Bundesheeres. Hört sich ja spannend an. Die Valhalla. Mord? Wir können jemanden ermorden? Was? Okay. Oh, die Suche nach dem Heiligen Gral gibt es hier tatsächlich auch. Aha. Spannend. 730 Tage nach Aktivierung. So wurdest du zumindest verstanden. Das sind ja ungefähr drei Jahre, oder? Drei Jahre sind doch schon längst vorbei, dachte ich. Ähm, kleine Orga-Ansage. Wir machen gleich einen kleinen Rehost mit einer fünfminütigen Pause, da zwei Leute keine Entscheidung mehr drücken können. Ah, okay. Alles klar. Ja, wenn mehrere Leute crashen, ist es manchmal so. Das heißt, vielleicht gespeichert und dann... Machen wir den Rehost. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Äh, kann ich dich was fragen? Ja, selbstverständlich gerne. Mit diesen Gebirgsjägern. Wann bekomme ich diese Gebirgsjäger-Division? Das Event habe ich schon vor langer Zeit geklickt. Das kommt nach einer Zeit immer wieder was, oder was? Äh, genau. Das sind drei Events, das sind drei Stufen. Und immer nach so 730 Tagen immer wieder. Nee, nicht nach 730 Tagen. Also das erste Event kommt safe, direkt wenn du es drückst. Und dann hast du, ähm, denkst du, hast ja jetzt das erweiterte Gebirgsjäger-Regiment. Das heißt, irgendwann zwischen wann du es bekommen hast und bis zu vier, fünf Jahren kriegst du dann die Gebirgsjäger-Division. Äh, okay, vier, fünf Jahre. Okay, okay, okay. Also es ist so getimt, dass du spätestens 46 die Herzogtümer unterwerfen kannst, damit du bevor du in das 1848 Event-Reihe einsteigst mit, äh, Paulskirche und so weiter zu Deutschland vereinigen kannst. Okay, verstehe. Äh, dann habe ich noch eine Frage, was den Bundestag... Man bekommt ja regelmäßig dieses Event mit dem Bundestag. Und dann hat man irgendwie vier Optionen, ne? Den Bund unterstützen, irgendwie den Bund in Frage stellen. Was... also ich habe jetzt immer das erste gewählt. Was bedeuten die drei anderen? Was sind das für... was hätte das für Folgen? Also du hast ja den Deutschen Bund als JT und der hat ja so einen Balken da. Wo? Der müsste relativ... Hm? Wo ist dieser Balken? Achso, äh, ja, als Journaleintrag. Ja. Genau. Und der hat ja so einen blauen Balken. Wenn dieser blaue Balken voll ist, löst sich der Deutsche Bund auf. Okay, und durch diese Events kann ich entweder sagen, ich unterstütze den Deutschen Bund, dann wird er nicht voller. Und wenn ich ihn in Frage stelle, dann wird er voller. Genau. Und je kräftiger es formuliert ist, es gibt jeweils plus eins und... also es gibt einmal einen kleinen Einsteigenbetrag, Abzug oder Abzug oder Zutrag und den größeren Abzug oder Beitrag. Das sind die vier Optionen. Theoretisch kann man den Deutschen Bund auflösen, wenn der Deutsche Bund 1848 nicht mehr existiert, ist auch die gesamte Storyline mit Paulskirche, Friedlicher Vereinigung, Aufständen in Berlin, äh, blockiert. Die gibt's dann nicht mehr. Okay, ja gut, das wird ja eher unrealistisch sein jetzt. Genau, der Deutsche Bund kann aufgelöst werden, wenn's einen Bruderkrieg gibt zwischen den... an den Österreich und Preußen beteiligt sind, dem Leadership War, der muss doch tatsächlich gefeiert werden. Oder Preußen hat die Möglichkeit, in dem... ab 1856, glaub ich, war's, um den drehen in den 50er Jahren irgendwann... den Bund komplett in Frage zu stellen und aufzulösen. Ah ja, okay. Alle müssen halt diese Events warten, können sie es hochdrücken, dass dann der Balken nach oben geht. Die KI ist so geschult, je kleiner sie ist, desto eher wir sie im Deutschen Bund erhalten. Ah ja, okay. Das ist gut zu wissen. Alles klar, dann weiß ich da Bescheid. Dann, äh, rejoin ich mal. Gibt's denn, äh, andere Fragen? Äh, bei der Hessen-Sache ist Hessen-Kassel auch dabei, oder? Äh, die komplette hessische Staatsregion vereinigt sich und wird ein Dominion von denen. Ach, ein Dominion, ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Es könnte passieren durch die Basegame-Events, dass du Hessen kurzzeitig verlierst, wenn zum Beispiel Tamnia den Norddeutschen Bund gründen sollte. Ähm, dann ist aber in der Regel so, dass er das dann quasi erfragt, dass er mit Ziviler Zug fällt, weil das, äh, ich kann Paradox-Code halt nicht aushebeln, leider. Ja, ja. Gibt's was Besonderes, was das Rheinland betrifft? Es gibt ja auch das preußische Rheinland. Ist da irgendwas Besonderes mit der Mod? Ähm, wenn Hannover Westfalen geschluckt hätte, hättest du das restliche Rheinland umsonst gekriegt. Ah. So musstest du jetzt vielleicht drüber nachdenken, in Absprache mit Frankreich vielleicht Westfalen anzubieten. Ja. Weil Westfalen ist nicht im Deutschen Bund, das ist unter Französischem schon. Stimmt. Ah, stimmt. Habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay, ja gut, alles klar. Ne, dann weiß ich erst mal soweit Bescheid. Okay. Und bau mal ein paar Finanzinstrikte. Ach ja, wie, äh, die hab ich mir noch gar nicht, die hab ich noch gar nicht gesehen. Wo und wann und wie kann ich die bauen und was bringen die nochmal? Die kannst du in deine Hauptstadt bauen und mit denen produzierst du Aktien. Brauche ich dafür die Technologie, um Aktien zu haben? Die du schadest mit der Technologie, weil du eine deutsche Nation bist. Das ist, äh, Zentralbanken. Du kannst dann Finanzinstrikte errichten, unendlich viele theoretisch, aber je mehr Finanzinstrikte du verhältest zu deinem BIP hast, ähm, steigt natürlich auch die Inflation und, äh, Hyperinflation ist nicht lustig. Was ist der Vorteil von einem Finanzinstrikt? Ich bekomme Geld dadurch. Du kriegst ein Minting und die Pops, die dort arbeiten, sind sehr wohlhabend. Was ist denn ein Minting? Du produzierst Akt, ähm, Geldeinnahmen durch Gelddruck. Ah, oh, okay, spannend. Was ist so ein Verhältnis, was Sinn macht? Zur BIP? Also, wenn du 10 Finanzinstrikte hast, kann nichts schief gehen, musst du auch nicht wirklich managen. Hast du 20, wird die Inflation so über 20 Jahre so weit steigen, dass du vielleicht mal eine leichte Inflation kommst. Okay. Ähm, und alle Werte, die höher sind, sind dann so, wo ich sage, dann fängst du an, äh, interessant zu hören. Ah ja, ist ja auch mal spannend. Wenn du mehr als 50 Finanzinstrikte hast, musst du schon wissen, was du tust, weil dann balancierst du zwischen Hyperinflation und keine Inflation ständig hin und her. Ah ja, okay, verstehe. Das ist auf jeden Fall mal spannend, ja, muss ich dann mal bauen, wo ist, äh, Finanzdistrikte, sind die bei, ah ja, hier, Finanzdistrikt, okay, ja, gut, baue ich auf jeden Fall dann mal. Genau, die kannst du in der Hauptstadt errichten. Ah, okay, ja. Und kann man auch noch verbessern. Ja. Und Aktien fungiert als gut ähnlich wie Gold. Verstehe. Macht Sinn, ja. Irgendwas. Dann lasst du dich auch wieder in Ruhe. Alles klar. Ja, spannend, liebe Zuschauer. Ihr werdet seht, die Mod wird immer weiterentwickelt, es gibt hier immer neue Sachen. Ist die Musik eigentlich gerade bei euch auch so laut? Es geht sogar bei euch. Nette Infos. Ja, auf jeden Fall. Nette Infos. Ich überlege gerade, was wir als Bayern... Tatsächlich könnten wir überlegen, zu sagen, wir wollen das Rheinland vereinen. Das sollten wir mit Preußen drüber sprechen, aber wir müssten... Das Problem ist, jetzt haben wir uns mit Frankreich leider das Ganze ein bisschen verscherzt. Das hätte ich machen müssen, als wir mit Frankreich vielleicht noch gut dastehen. Weil Westfalen wird dann wahrscheinlich... Ja, ist... Oh, Westfalen ist auch schon ein Protektorat von Frankreich. Oh, wie schnell ging denn das? Dann werden wir ja nicht so einfach das Rheinland ja bekommen können, oder? Hm. Verstehe. Wie machen wir denn das? Flame Breaker, ich grüße dich, hallo. Wie machen wir denn das jetzt am schlauesten? Das Rheinland. Wir sollten erstmal mit dem Papst sprechen, ob wir vielleicht die Beziehungen zwischen Papst und Frankreich wieder verbessern können. Und dann können wir ja mal mit Frankreich sprechen, wegen dem Rheinland. Aber wahrscheinlich wollen sie das nicht abgeben, weil es natürlich eine direkte Verbindung ist. Und dann haben sie keine direkte Verbindung. Also eigentlich können wir uns das vermutlich sparen und müssten eher mit Preußen drüber sprechen, dass wir militärisch eines Tages dann vorgehen. Weil wir ja diesen Traum haben von einem starken Bayern. Das geht so nicht, das Rheinland muss gerettet werden. Ja, ja, genau. Ich muss unbedingt auch mal mit den anderen noch sprechen, den anderen Herrschern. Aber die Zeit nutze ich doch jetzt. Und zwar, oh, es sind ziemlich viele in Rom. Gehen wir mal nach Rom. Angezeigten Laderadikal. Benjuai, trete ich bei dir bei? Ja. Du bist gerade beigetreten. Ja. Du lädst auch rein. Boah, ja. Oh, die mir kurz was trinken. Also, wenn jemand von euch mutig ist, baut er mal 100 Finanzdistrikte am Stück. Von den Großmengen. Am besten, genau. Also Frankreich ist dafür ideal aufgestellt. Das muss man auszuprobieren. Das würde ich nur machen, weil ich es falsch wäre. Ich bin der Meinung, Griechenland sollte das machen. Dann Cosplay der Griechenland wenigstens. Das wäre wirklich gutes Roleplay. Ich habe mich voll informiert und gelesen, dass Griechenland schon im Industriezeitalter von Bayern abhängig war finanziell. Von daher könnte man das auch wiederherstellen. Interessant. Du bist ja alles weiß. Weil ich bin ja quasi der Sohn von deinem König und ich habe die ganze Zeit bei dir um Geld gebettelt oder so ähnlich. Und deswegen habe ich den Kredite bekommen. Und Feind war der Königswürde von Griechenland wohl kaufbar. Ich wollte gerade sagen, Bayern übernimmt dann irgendwann, wenn die Schulden so hoch sind. Und entscheidet dann alles. Dann schaffe ich den König auch einfach ab, nicht wahr? Könige sind eigentlich eh unnötig. Also das sollte der bayerische Herrscher nicht hören. Das war ich nicht. Das war jemand anders. Das will ich aber hoffen. Sicherlich. Großbritannien überlegt sich das nochmal mit der Ukraine verteidigen, wenn sie weiter die Monarchie unterkamen. Das ist eine Aussage im Wodka-Taumel gewesen. Wie kann es überhaupt sein, dass die Ukraine ein Republik ist? Ich kann dieses Wort ja kaum aussprechen. Unfassbar. Polen ist eine schöne Monarchie, wie es sich gehört. Wir sind grundsätzlich Freie Demokraten, wo wir uns sehen. Da wollen wir noch hin. Es wird doch ein bisschen dauer, weil wir arbeiten daran. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, wer hat das Bayern, wie das funktioniert. Höchst kurios, höchst kurios. Schließlich wurden doch von Gott die Herrscher eingesetzt und die Familien, die herrschen sollen. Demokrat, also Republik, also höchst kurios. Also Könige herrschen durch die Macht Gottes und nicht durch die Macht des Volkes. Richtig, richtig. Für wahr. Äh, apropos, äh, der bayerische König wollte anfragen, ob, äh, er eine Reise nach Rom unternehmen dürfte, um dort von seiner Heiligkeit dem Papst empfangen zu werden. Natürlich, wir werden, äh, euch an festlichen Empfangen im Petersdom bereiten. Ist sehr schön. Dann werden wir uns dort in die privaten Räumlichkeiten begeben. Aber... Herzlich willkommen in der ewigen Stadt. Ach, vielen Dank, äh, heiliger Vater, für, ähm, das Empfangen hier. Es ist mir durchaus eine große Ehre. Ich bin immer gerne in Rom, in dieser doch durchaus, äh, katholischen, äh, Stadt von Welt und, äh, eine... Entschuldigung, dürfte der Kaiser von Turkistan einmal ganz kurz intervenieren? Was ist dieses Turkistan? Das fragen wir uns auch. Ähm, wir sind ein, äh, sunnitisches Kaiserreich im Osten bewält, ähm, welches von einem Finnen, also einer finnischen Minderheit Kaiser regiert wird, ähm, wir sind selbst etwas verwirrt über unsere eigene Ärschenwahl. Äh, auf jeden Fall sollten wir sagen, dass sie das Spiel ein wenig langsamer stellen sollen. Ja. Ja, die Zeit wird jetzt auch, äh, die Geschichtsschreibung wird jetzt fortfahren, auch. Hm, vielen Dank. Damit verabschiede ich mich wieder. Äh, so, äh, ja. Ja, diese Heiden. Unfassbar, also diese, dass, dass die überhaupt nicht, also ihr seid sehr großzügig, dass ihr diesen Ungläubigen überhaupt den Zutritt hier nach Rom, äh, verschafft. Nun, ich glaube, ich musste mal mit der Schweizer Garde sprechen. Ja, für wahr, die lassen die einfach durch, unfassbar. Ähm, ach ja, wir wollten mit euch, äh, eure Heiligkeit sprechen. Nachdem wir diese, äh, Unverfrorenheiten aus, äh, Frankreich, äh, von eurem Abgesandten, äh, mitbekommen haben. Und den Angriff auf Rom, also das ist wahrlich für die Zukunft keine, äh, Zukunft, die wir sehen wollen, äh, dass Frankreich hier wieder über alles herfällt und so den Glauben tritt. Ähm, deswegen, wir hatten mit einem französischen Abgesandten gesprochen. In einem sehr kühlen Ton natürlich, nachdem wir überhaupt nicht begeistert waren. Aber, Frankreich hat signalisiert, dass sie eventuell ein, nun, bereit wären, äh, wieder zu versuchen, einen Fuß zurück unter Mutterkirche zu erhalten. Ähm, und, ich weiß nicht, wie ernst sie das meinen, aber die Chance wollte ich doch nicht ungenutzt lassen, dies euch mitzuteilen. Ähm, der französische Herrscher hatte wohl ausrichten lassen, dass ich, ähm, sozusagen bei euch anfragen kann, was denn aus Sicht des Papstes notwendig wäre, dass Frankreich wieder, äh, nun... In den Schoß der Mutterkirche zurückkehrt. Genau, richtig, und, und wie der Gutleistung, äh, leisten kann, sozusagen. Nun, erst einmal müssen wir sagen, dass ja auch dieser, äh, fändliche, vom Teufel besessene König, äh, in der Macht ist. Also, wir haben jetzt hier einen Bonaparte wieder in Frankreich. Richtig, richtig, das war dieser andere König, der diese, äh, hochlosen Angriff auf Rom durchgeführt hat, ja, für wahr. Natürlich, äh, ist das, äh, sind die Priester im Kirchenstadt immer noch besorgt, wegen einer, äh, versuchten Eroberung der Heiligen Stadt, also, das, äh, hat es seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben. Seit der, seit dem, dem düsteren Mittelalter, und es hat uns bis ins Mark erschüttert, dass jemals die größte katholische Nation der Welt es doch, äh, gewagt hat, ein, äh, militärisch geht, die heilige, heilige Stadt und den heiligen Vater vorzugehen. Jedoch, äh, lehrt das, äh, lehrt das Christus ja auch, dass man, äh, Gnade und Vergebung üben soll. Und weshalb wir bereit wären, äh, dem, äh, fehlgeleitenden Schaf in Frankreich, äh, wieder Zugang zur Kirche zu gewähren, sollten sie, äh, die Unterstützung Sardinien-Permos als, äh, italienischen Staat aufgeben. Äh, ich verstehe. Ich muss mich tatsächlich leider gerade, äh, äh, verabschieden. Es überschlagen sich, wie ich höre, die Ereignisse in meinem Heimatland und in den deutschen Landen. Äh, es gibt einen Angriff, äh, und einen Krieg dort, äh, ich, ich muss... Was? Ein Krieg? In Deutschland? Auf die Schnelle tatsächlich zurückkehren und mich mit den anderen deutschen Ländern absprechen. Ich, äh, bin unruhstlich, aber wir werden das Gespräch fortsetzen, eure Heiligkeit. Natürlich. Angenommen. Ähm, der König aus Bayern ist hier. Es scheint ja einen großen Konflikt zu geben. Wie sieht der Bundestag diese ganze Angelegenheit? Nun, ich würde sagen, das ist genau eine der Situationen, in welcher der Deutsche Bund greifen sollte. Und die es gerade ja auch tut, wie es sich gehört. Es ist für eine große Ehre, dass der Bundestag in Rom tagt. Was ist denn mit, äh, der preußischen Nation an der Seite von Hannover? Der Diplomat scheint eingeschlafen zu sein. Es wirkt fast so. Wir haben hier eine Angelegenheit nach der nächsten. Äh, Polen, äh, erklärt sich mit die Annexion von Bresk. Oh. Und, das, äh, fordern von Orscha und Mingst von Russland, dass es übergeben wird an Polen. Der Zahl dieser Forderung nachkommt. Gezweifelt. Wir enttäuschen, dass wir in diesem Konflikt nichts fordern können. Bayern hätte zu gern ein Interesse am Rheinland gehabt, wenn dieses, äh, Westfalen, was sich nicht mal im Deutschen Bund befindet, so aggressiv vorgeht. Nun, das Rheinland wird auch bald befreit werden, also wenn ich das richtig sehe. Also dann habt ihr durchaus eine Chance. Ja. Oh, tatsächlich, Rheinland, befreien. Wäre das dann eigenständig? Ja. Ah, und sie könnten direkt... Aber wir hätten vermutlich einen Waffenstillstand, oder? Nein, 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 ihr seid nicht im Krieg. Nur die, äh, Hannover und die Kriegsparteien hätten einen Waffenstillstand. Ach so, auch wenn wir jetzt als Unterstützer mitkämpfen. Oh, das ist dann, glaube ich, eine andere Sache. Doch, dann habt ihr einen Waffenstillstand. Dann müssen sie zwölf Monate warten. Genau. Ja, und wir haben die Sorge, dass Frankreich diese Zeit natürlich nutzen könnte. Na, ich denke, Frankreich wird jetzt nicht wagen, äh, nach Deutschland vorgesehen. Dann wird der Deutsche Bund erneut greifen, genau. Aber Rheinland ist, ist Rheinland denn dann automatisch Teil des Deutschen Bundes? Ja. Ah. Oder nicht? Sicher? Nein. Sicher. Das wäre ungünstig. Dann wird er manuell greifen. Es gibt keine Möglichkeit, dem Deutschen Bund beizutreten, wenn man nicht so ein Teil davon hat. Nun, äh, der werte Kaiser von Österreich, äh, wir sollten gleich auch noch mit dem Preußen sprechen. Wir würden tatsächlich dann sehr gerne das Rheinland als bayerisch anziehen und diese Chance nutzen, um es, äh, unter eine bayerische Sicherung zu bringen, bevor sich Frankreich das holt. Äh, kann ich auf eine Zusicherung Österreichs hoffen, genauso wie die von Preußen, dass wir dann Frankreich gegenüber das kommunizieren, dass, äh, sie es nicht wagen, das Rheinland anzugreifen. Ähm, ja, wie wir auch schon bereits in unserem privaten Gespräch zu Ihnen meinten, sind wir dafür, dass das Rheinland unter bayerischer Verwaltung gefällt. Sehr schön. Mal ja, weil ja schon ein Teil des Rheinlandes kontrolliert. Ja, seit längerer Zeit. Seit langer Zeit. Ich bin mir sehr irritiert über diese vielen Kriege in Deutschland. Wie kommen diese eigentlich zustande? Ja, Westfalen ist größenwahnsinnig geworden, wie es scheint. Ja, das sehe ich. Ich bin trotzdem sehr irritiert. Das, äh, ich will wissen warum. Es sind Franzosen an der Macht. In Westfalen? Ja. Jetzt mal noch was ganz anderes. Es sind zwei Diplomatie-Spiele gleichzeitig. Es waren sogar drei gleichzeitig. Ich glaube, man nimmt dieses Ganze im Sprache der blauen Zahnräder, äh, Hotte Code. Oh je. Aber, und was ist mit den anderen Diplomatie? Also, da unterstützt Frankreich nicht, nein. Ne, Frankreich wäre wohl... Müssen wir da auch unterschaffen? Schaut euch die Furore dieser westfälischen Truppen an. Sie haben ihren schönsten Moment und hauen die Hannoveraner zu Brei. Oh je. Oh, der Westfalen. Wie, was für eine Defensivleistung. Ja, das fällt aber nur fünf Wochen an. Dann warten wir vielleicht... Dann warten wir mit dem, äh, mobilisieren des bayerischen Heeres, bis diese fünf Wochen vorbei sind. Die Westfalen sind völlig en vogue. Ich denke, die Franzose, äh, diese französischen Westfalen kämpfen um zu überleben. Nun, das kann nicht, äh, äh, passieren, äh. Dass die Westfalen diesen Krieg gewinnen. Ich hoffe doch, dass sie ihn nicht gewinnen. Wäre sehr, ähm, unbefriedigend. Oh, wir könnten natürlich jetzt auch Kriegsanleihen, äh. Jetzt haben wir tatsächlich einen zweiten Krieg, in dem wir dabei sind. Oh. Äh, es wäre nützlich, äh, sehr gut, wenn der preußische Typum Laat bald wieder da wäre, denn dieser hat uns, äh, im Kriege gegen die baltischen Provinzen Unterstützung versprochen, jedoch scheint Preußen in der Lage dazu zu sein. Mich düngt auch, dass mein Gouverneur aus, ähm, den, äh, äh, Ostindien-Kompanie, der Ostindien-Kompanie bald eintreffen wird. Wir werden also sowieso, äh, das bald pausieren müssen. Okay. Kurze Hinweis, wenn ein Krieg endet, enden die anderen Kriege auch. Ah. Da ist eine Variable, äh, quergelaufen, weil normalerweise kann er nur, kann er keinen weiteren Krieg erlernen, wenn er schon ein aktives Diploplay hat. Das ist, äh, Hot Tip, Code, wie ich sag, Entschuldigung, für diese Unannehmlichkeiten. Kann man nix machen. Das ist unfassbar, wie stark diese Westfalen aktuell kämpfen. Ah, ich glaube, jetzt ist es aber nicht mehr so. Sie haben gerade noch sogar gegen britische Elite-Truppen gewonnen, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich sehe, unser Abgeordneter von den holländischen Kolonien, dann werde ich jetzt sogleich, äh, posieren, und zwar in 3, 2, 1. Seid gegrüßt. Werte Lords, werte Könige, welche anderen Titel wir auch noch hier so vertreten haben. König, Königin, keine Ahnung. Ja, ihr wurde Schmerz nicht vermisst. Ja, es war leider auch etwas anders geplant, aber leider waren die, ähm, alten Holzsegelschiffe, mit denen ich, äh, verreist bin, doch etwas langsamer als erwartet. Ach so. OOC, OOC kurz, ähm, Checksum ist 15 F2? Ja. Perfekt. Wir müssen eh gerade auf den Preußen warten, sonst muss dann Krieg alleine gekämpft werden, deswegen alles gut. Drone and Schuhe. Ja, und welche Nation wird denn jetzt, äh, repräsentiert? Kennt ihr, kennt ihr nicht meinen Gouverneur, der Ost-Indien-Gouverneur? Der Niederländischen Ost-Indien-Kompanie? Ah, nein, äh, jetzt schon. Jetzt, jetzt kennt ihr ihn. Sehr interessant. Das ist auch sehr gut, weil da muss ich mich um diesen Teil der Welt nicht mal alleine kümmern, sondern kann das delegieren, wie es eigentlich geplant hatte, das ist sehr gut. Ja, für wahr. Ich werde zugleich auch, ähm, ihm die Verantwortung ertragen und meine Ost-Indien-Verwaltung erweitern. Und wer der Gouverneur, wir benötigen Eisen und Holz. Und zwar Fremol. Vor allen Dingen Eisen und Holz. Aber vor allen Dingen Eisen. Und Holz. Und Kohle würde ich mich selber kümmern. Wie sieht es denn mit unserem Papiermarkt aus? Äh, fragt ihr, weil ihr auch Aktien zeichnen wollt? Das ist ein Gang und Gebe bei uns, denke ich mal. Nun, so wie ich ja bereits, so wie du... Äh, er ist guter Frank, ich grüße dich. Hallo, dallo Meister, hallo Frankie Time. Hallo Gaius, wie sieht die alternative Geschichte aus? Die alternative Geschichte sieht so aus, dass Napoleon bei Waterloo nicht verloren hat, sondern gewonnen hat. Hat noch einige Jahre geherrscht. Wurde dann später in Deutschland, äh, bei einer Schlacht besiegt. Ähm, äh, am Ende des Krieges wurde Europa anders und neu aufgeteilt. Preußen hat zum Beispiel nicht Westfalen bekommen. Es gibt ein unabhängiges Westfalen, was Frankreich zugeneigt ist. Äh, Bayern hat den Süddeutsch... äh, den bayerischen Markt in ganz Süddeutschland als eigenen Markt. Äh, Österreich hat zu Beginn lauter Marionetten mit Events. Es gibt ein unabhängiges Polen, Ukraine, baltische Staaten zum Start. Ähm, und tausende von Events, die ganz speziell mit dieser Mod sind. Die Mod heißt, äh, Austrian... Austrian... France... Dualism? Oder France-Austrian-Dualism? Also, französisch-österreichischer Dualismus. Sozusagen. Ja, es läuft weiter. Und lassen die Finger auf bei uns bis, äh, zum, äh, Juli. Also jetzt? Ja. Das ist gut. Es ist uns fehlt noch eine Kaserne, bis wir endlich 50 Bataillone haben. Stark genug sind gegen diese Westfalen. Wobei, diese Westfalen sind doch... Äh, lasst uns nach, äh, Wien wandern. Wien habt ihr verlangt, Peter? Äh, mein werter General, lasst uns nach Wien wandern. Wobei ja Hannover jetzt Erfolge im Norden zu verzeichnen scheint. Sehr interessant. Ja, es scheint, als ist das deren Prachtstunde zu Ende gegangen ist. Wir müssen auch noch einen neuen General ernennen. Aber Peter von Meldek sollte, äh, geeignet sein. Königin von Großbritannien grüßt. Willkommen. Oh, Russlands verlangt unsere Unterwerfung. Das ist ja eine Frechheit. Ha, was? Die Unterwerfung des Papstes? Achso. Also, was erlaubt sich dieser Zahl? Unfassbar. Nun, mir scheint, äh, die, die, der Niedergang Russlands ist Gottes Wille. Ja. Wie auch immer den Papst so beleidigt, hat nichts anderes verdient. Großbritannien ist hier, um der Weltgemeinschaft zu verkünden, dass die britische Krone im, ähm, Augenmerk Indiens auch nun Persien an Ultimatum unterbreiten wird, sich entweder der britischen Herrschaft zu unterwerfen oder in Flammen aufzugehen. Nun, das klingt doch hervorragend, diesen Ungläubigen, äh, unsere christliche Kultur näher zu bringen. Er sagt, werte, werte Königin, würdet ihr denn, äh, auch katholischen Priestern und Missionaren den Zugang zu diesem neuen Land dann erlauben? Selbstverständlich, denn das Ganze wurde zu einer, äh, Heranführung zurück zur Krone beitragen. Sehr schön. Reden Sie wieder über die mehr oder weniger friedliche Konvertierung zum Christentum? Äh, da sind mehr oder weniger friedliche, äh, und mehr oder weniger bewaffnete Missionare, also. Ich war natürlich bewaffnet mit, mit dem Wort Gottes und so, ne? Ja, der Glaube ist die größte Waffe, die ein Priester besitzt. Genau. Ja, und halt noch die Leibkarte. Großbritannien wollte diesen Anspruch nur bekannt machen, dass sie den D-Nix durchsetzen werden, dass es nicht die Irritationen in Europa führen wird. Nun, äh, dann würde ich als Kaiser Österreichs auch gleich einmal, ähm, meinen Anspruch auf Sansibar vor Großbritannien verkünden. Und hoffe doch, dass ich da nicht in Interessen, in ein Interessensgebiet ihrerseits gerate. Sansibar. Das ist, äh, zur Zeit noch eine... Ich hab hier die Kontaktaufnahme zum Volke. Oh, das erhöht unsere Erlasserfolgschance. Das ist doch perfekt. Ja, hervorragend. Und die Landbewohner sind glücklich. Das freut doch. Schon wieder eine Debatte, das haben wir ja mittlerweile kennengelernt. Äh, wir unterstützen den Bund. Der schützt uns, wie wir sehen, ja. Oh ja, und, äh, Hannover marschiert mit doch ordentlich, äh, Truppenzahlen. Schauen wir mal, wie sich jetzt, äh, bayerische Truppen gleich schlagen. Uns fehlt es an Bürokratie. Und vor allem fehlt es uns an Papier. Ha, Papier ist ein, äh, größeres Problem. Dass wir uns, äh, kümmern müssen. Vielleicht können wir ein bisschen was Papiermäßiges, äh, erhandeln. Nein, leider nicht. Sonst sollten wir Papierfabriken endlich bauen. Öhn, Franken ist das, glaub ich, gut geeignet. Brauchen wir doch mal drei Papierfabriken dort. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall über 50 Bataillone. Jetzt müssen wir nur noch, äh, die Gebirgsjägerdivision haben. Darauf warten wir aktuell. Sehr schön. Äh, Eisminen. Wird dann im Privatbau noch was gebaut? Ja. Dann nehmen wir doch erstmal wieder die Reinvestitionen, dass das auch weitergebaut werden kann. So, die Briten kämpfen hier mit bayerischen Truppen zusammen an der Front. Sehr gut. Hm. Äh, österreich, ungarisch, de brutscher. Ah. Bürgervereinigung in München. Salonbelegung. Aha. Ja. Das hat auf jeden Fall unsere Chance auf die Berufspolizei. Was doch gut ist. Ich bin eh, ich find's eh interessant. Sollte der Ukraine irgendwann mal Streit mit Polen oder Griechenland haben, dann ist er tot. Weil Griechenland einfach den Markt zu griff komplett ab, äh. Ja. Das Problem hatte ich ja auch als Italien im polnischen Markt letztes Mal. Wir haben ein, zwei, drei, wir haben vier. Ah, wir sind endlich aufgestiegen im Machtrang. Wir können damit die hessische Konföderation bilden. Hervorragend. Äh, der Bundestag verteidigt die Interessen der kleinen Staaten. Ja, Hessen wird ein bayerisches Dominion. Das ist doch sehr gut. Sehr schön. Interessante Entwicklung. Ach, war das so. Es hat tatsächlich funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Hessen ist jetzt unter bayerischer Flagge. Ah, äh, ich muss noch einen Staat in Italien annektieren und dann... Äh, Bayern freut sich verkünden zu dürfen, dass endlich die Verbrüderung mit seinen hessischen Freunden funktioniert hat und es jetzt eine, äh, engere und zentralere Zusammenarbeit gibt, ähm, in wirtschaftlicher, äh, und militärischer Natur. Ja, hier gibt es auch gerade Nachrichten. Ja, ja, Übersetzungsfehler. Sie können ja auch, äh, den katholischen Glauben wieder näher bringen, den sie doch... Sind sie denn davon abgerückt? Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Also Südhessen nicht, aber Nordhessen schon. Oh, für wahr, der Protestantismus, das ist ja un... Also ja, ja, der werden den katholischen Glauben verkünden, verbreiten und die Missionare wieder schicken. So, so sei es. Wenn ihr Priester benötigt, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, ja, doch, äh, es würde uns freuen, wenn der Heilige Vater selbst... ...Missionare schicken würde, ja. Wir haben mittlerweile wieder ein sehr, sehr großes, äh, ähm, Arsenal an Priestern, die in der ganzen Welt, äh, missionieren, also. Wir bauen den Bausektor hier jetzt sehr stark aus, aktuell. Äh, Regierungs... Äh, nein, wir brauchen eine Eisenbahn, eindeutig. Oh, der Napoleon Bonaparte, der bessert die Beziehung zum Kirchenstaat, hm. Nun, wie gesagt, ein neuer König, vielleicht ändert sich ja einiges. Nein, 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 auf Korsika, der richtige Napoleon. Ach so. Ach, mir war gar nicht mehr bewusst, dass, äh, dass der Napoleon noch, äh, noch am Leben ist, der einst über ganz... In 75 Jahren, ja. Er hat einst über ganz Europa geherrscht und jetzt herrscht er bei seinem Geburt, bei seiner Geburtsinsel. Das ist auf jeden Fall... Nun, auch wenn ich nicht gutheißen kann, was er einst für, äh, bei Europa getan hat, ist er doch eine Persönlichkeit von Welt. Ähm, äh, wir verkünden unsere völlige Unterstützung zu unseren bulgarischen Brüdern im Geiste, die ihre Unabhängigkeit versuchen zu erlangen. Ihr könnt, äh, Österreich doch sicherlich für Osmanisch-Montenegro zu eurer Unterstützung rufen. Ja, das werden wir natürlich gerne tun. Erstmal werden wir natürlich weiter daran arbeiten, die griechische Bevölkerung zu befreien. Das freut uns doch zu hören. Oh, es scheint mir, als hätte Bulgarien auch das österreichische Dubrutschka geschluckt. Ja. Nun ja. Mittlerweile nähern sich übrigens die Truppen auch von beiden Seiten, äh, nach, äh, Köln immer weiter. Westfalen, äh, dieser Aggressor als bald besiegt. Ich hoffe doch, dass, äh, ich hoffe doch, dass der Dom von Plünderungen um, äh, ungerührt bleibt. Ihr versteht, dass wir erstmal daran arbeiten, unsere wichtigen Sachen hier selber zu, also können sie beanspruchen. Ja, natürlich. Wobei ich ihnen... Doch, sagen wir... Oh, der Papst ist tot. Es, äh, weht neuer Rauch aus den Schornscheinen des Vatikans. Oh, habemus papam. Lang lebe der neue Papst, Ignatio Costa. Nun, äh, scheint ein neuer, äh, taktvoller, diplomatischer und alkoholsüchtiger Papst. Nun, also Bayern, äh, unterstützt natürlich weiterhin mit, äh, zahlreichen Fässern besten bayerischen Bieres. Na, das, äh, freut uns natürlich. Also, wir, wir wollen natürlich, also, für den Papst gibt es natürlich regelmäßige Geschenke. Langfristig freuen wir uns natürlich auch, wenn unser Bier sozusagen als Exportschlager, äh, eingekauft wird. Natürlich. Wir hörten, ihr habt sehr gute Klosterbrauereien. Ja, ja, richtig. Da habt ihr richtig gehört, für wahr. Mehr Grüße. Eduard Krieg wurde aus Preußenverband, haben wir gehört. Was für ein Mann. Ist ja, er ist eine Reform, er ist einfach eine Reformer. Vielleicht ist das in Preußen nicht so beliebt. Nun, man muss ja auch immer sehr vorsichtig sein mit Reformern. Es gibt vielleicht ein, zwei gute Ideen, aber sie dürfen auf jeden Fall nicht die Überhand gewinnen. Nicht, dass dann so liberale, demokratische Ideen durchkommen. Das darf auf keinen Fall passieren. Ja. Ich meine, wir sind ja auch sehr von dem, äh, von den vereinten baltischen Provinzen angetan. Zwar sind sie Protestanten, aber doch, äh, protestantische Theokratie. Ja. Nun, ich muss gestehen, dass ich, äh, im kleinen Zimmel, Bistümer, ja, aber größere Nationen sollten noch eher von Monarchen, von Gottes Gnaden, in der breiten Matte natürlich, aber das muss auch ausnehmen gehen. Und da ist der erste Krieg vorüber. Und der zweite Krieg ist noch am Laufen, wenn ich das richtig sehe. Sollte doch eigentlich auch. Ist doch eigentlich. Ja. Ah, unsere Armee hat sich verändert. Ein gutes Dutzend Regiment in Bayern sind es zu Gebirgsjägeeinheiten geworden. Die Ausrichtung unserer bislang halbprofessionellen Armee hat sich geändert. Sehr schön. Wir bekommen plus zehn Offensive in erhöhtem Gelände und bewaldetem Gelände. Die Bayerische Armee, zehn Prozent der Soldatenkommens werden loyaler. Reformbedürftig. Das war der erste Schritt. Oh, Westfalen existiert aber noch. Aber das ist uns wahrscheinlich passiert. Was ist denn jetzt mit Westfalen passiert? Und das Rheinland wurde nicht befreit. Das Krieg wurde wohl doch nicht durchgesetzt. Das ist ja äußerst... Ja, faszinierend. Äußerst unglücklich. Vor allem, weil jetzt natürlich Westfalen immer noch unter französischem Schutz steht. Und damit das Rheinland. Vielleicht brachte ihr schönster Moment doch noch einen Sieg für die Westfalen. Allerdings, äh, Westfalen ist ein Parier. Vielleicht können sie im Zuge dessen Frankreich bitten, Westfalen den Schutz zu widerrufen. Oh, stimmt. Aber wie hat es denn diese Ausgestoßenheit erhalten? Ja, es war mir, als hätte es dreimal versucht, Hannover zu annektieren. Ah, verstehe. Wo ist denn, wo ist denn Preußen? Wir müssen dringend, wer hat das Österreich, uns am besten zu dritt mit Preußen einigen, dass wir gemeinsam als deutsche Nationen jetzt Frankreich gegenüber treten, dass es doch von Westfalen, äh, loslassen soll. Denn, äh, Westfalen sollte ja bestraft werden, wenn es so ausgestoßen ist in der Welt. Nicht wahr? Ja, Preußen scheint eine Versammlung der Großmächte ein. Oh, gut, dann ist das natürlich auch eine sinnvolle Einberufung der britischen Krone. Ich gehe kurz nach Paris. Wo wird die denn, also müssen wir dann alle nach London? Es scheint als, äh, Rede der, Rede, die Queen gerade erst einmal mit Napoleon. Vielleicht reicht das ja schon, dass Westfalen freigelassen wird. Das wird sich zeigen, ja. Eventuell haben wir in Bayern ein wenig zu sehr unseren Bausektor ausgebaut. Vielleicht haben wir uns ein bisschen überansprokt. Die Kosten explodieren auf einmal sehr stark. Seine Heiligkeit, Herr Papst, verkündet, äh, man wird einen Teil des pätschlichen Heeres, äh, neu formieren unter dem altbekannten Banner der Tempelritter. Oh, hört, hört. Bayern darf auch verkünden, dass es jetzt ein, äh, eine Gebirgsjäger-Division gibt in Bayern, die besonders gut im Gebirge, im Wald kämpfen kann und sich da jetzt schon im Krieg gegen diese, äh, aggressiven Westfalen ausgezeichnet hat. Nicht hervorzüglich für die Alten. Oh ja, oh ja. Das ist es. Ah, wir können jetzt auch die Herzogtüme unterwerfen, dann machen wir das doch. Oh, das ging jetzt recht einfach. Ich dachte, da kommt noch ein Event. Wir haben damit Württemberg und Baden integriert, und zwar friedlich. Bayern beansprucht Elsass. Oh, Bayern bekommt einen Anspruch auf die Staatsregion Elsass-Lothringen. Okay. Mögen Sie da? Kommen Sie noch dazu? Natürlich, nach Paris, oder? Äh, nein, nach, äh, Diplomatie 1. Alles klar. Ich hoffe, Bayern ist auch eingeladen. Da sie keine Großmacht sind, leider nicht. Ach, nur die Großmächte, nun, das ist ja enttäuscht. Nur die Großmächte. Wir haben ein großes Interesse. Dann hoffen wir, dass unsere Interessen vertreten werden, äh, was das Rheinland betrifft, langfristig. Dass Westfalen von Frankreich, äh, fallen gelassen wird. Das werden wir sehen. Nun gut. Schade. Wir hätten doch zu gern gehört, was diese Großmächte besprechen. Ich wundere es, dass, äh, man seine Heiligkeit nicht eingeladen hat. Und zwar sind wir keine weltliche Großmacht, aber doch die geistliche. Also, also... Die Welt ist nicht mehr die, wie diese mal war. Ja, für wahr, stimmt. Wir erinnern uns doch, im, im, im Mittelalter wurden wir noch gefragt, für die Aufteilung ganzer Kontinente und heute. Ach, ja, die alte Zeit, äh, wie schön sie doch war, ist nicht mehr ganz, äh, so vorhanden, dass das stimmt, für wahr. Aber Bayern darf übrigens freudigerweise verkünden, dass wir es geschafft haben, äh, mit Württemberg und Baden mit den beiden Herzögen zu sprechen. Denn, äh, durch diesen Krieg, den es mit Westfalen gab, haben die beiden Herzöge erkannt, wie unsicher es doch ist, äh, in, äh, in den deutschen Landen. Und, äh, nachdem wir schon so eng im bayerischen Markt, äh, handels- und wirtschaftstechnisch zusammengearbeitet haben, haben sie zugestimmt, mit gewissen Autonomierechten natürlich, dass sie sich, äh, einer, einem Zusammenschluss unter meiner, äh, Führung als bayerischer König, äh, positiv zeigen. Und da bin ich doch sehr froh darüber. Nun, dann haben wir Glück, wünschen wir sie, auf jeden Fall. Vielen Dank, vielen Dank. Es gibt jetzt einiges an Umstellungsprozessen, die eingeleitet werden müssen, aber... Das wird sicherlich, äh, sich am Ende als sinnvoll herausstellen. Auch die griechische Verwandtschaft beglückwünscht sich zu ihrem Ausbau der Nation. Ah, vielen Dank, werte Otto. Immer wieder gerne, Vater. Ich hoffe, in Griechenland läuft auch alles zufriedenstellend. Ja, der Osmane ist zwar feige wie sonst je, aber soll man von so einem kränklichen Land auch erwarten, nicht wahr? Das stimmt, für wahr. Nun, man tut ihm nicht, äh, umsonst den kranken Mann am Bosporus nennen, obwohl er ja kaum noch den Bosporus kontrolliert hat. Naja. Ja. Auf jeden Fall ein Zeichen. Der Osmane ist geschwächt und bald wird auch Ägypten geschwächt sein. So, wir müssen uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen mit beschäftigen. Uns fehlt Dünger tatsächlich, deswegen machen wir mal die intensive Weidewirtschaft. Wie sieht's denn jetzt mit dem Dünger aus? Minus 63. Ist besser geworden, aber immer noch nicht genügend Dünger. Ich glaube, es wird mal Zeit, eine, äh, Chemiefabrik zu planen. Wie sieht's denn mit der Arbeitslosigkeit aus? Bayerisch Rheinland haben wir eine recht hohe Arbeitslosigkeit. Da ist aber die Baueffizienz auch nicht die beste aktuell. Ich werde da trotzdem mal was bauen. Der König sollte sich in naher Zukunft, äh, sich seinen Träumen im Journaleintrag zuwenden. Da schauen wir doch mal. Oh, es gibt noch mehr, ja, es gibt noch mehr Sachen, richtig. Äh, allemannische Handwerkskunst. Die Allemann sind fachkundige Handwerker und die vielen kleinen Städte sind seit langem die Grundlage für die Festigung von Handwerksprodukten und fertig waren. Das stimmt. Im Gegensatz zu unseren Bürgern in ländlichen Regionen sind viele unserer allemannischen untertan daran gewöhnt, in Manufakturen zu arbeiten. Ah, staatliche Baueffizienz für sieben Monate. Das ist doch schön. Äh, dann wird natürlich, äh, das Oktoberfest immer gefeiert. Jedes Jahr und Ohr zopft es. Und der badische Wein. Auch ganz wichtig. Wir brauchen ja mehr Alkohol. In Badens Weinbergen reich und schön weichen die Trauben der lebendigen Luft. Ihre Aromen tanzen wie Melodien, um unsere Herzen, äh, mit Liebe und, äh, Fürsorge zu erfüllen. Vom Spätburgunder bis zur Anmut des Rieslings, badischer Wein, malten Raum des Gaumens. Eine Symphonie von Geschmacksrichtungen entfaltet. Eine Poesie, die keine Worte beschreiben kann. Waren bekommt mehr Ackerland. Ach, das ist doch schön. Verstecktes Tal. Es wurden in Württemberg auch noch mehr Täler gefunden. Die Unterstützung der Zivilbevölkerung ist auch in Friedenszeiten entscheidend für die Effizienz der Moral. Oh, wir könnten recht viel Gold bekommen oder mehr loyalistische, äh, Bauern in ganz Bayern. Hm. Nun. Geld oder Loyalisten? Wisst ihr was? Ich nehme die Loyalität. Ein stabiles Bayern ist ein gutes Bayern. Belastung der Transformation. Die Transformation des Landes Baden in den Weinkeller und der Nationen kommt viele wirtschaftliche Herausforderungen mit sich. Unbedeutende Subventionen, bedeutende Subventionen. Für sieben Monate. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, aber wir machen das. Ein Agitator erscheint. Was will denn der? Eigentumsrechte. Aktuell brauchen wir noch eine öffentliche Gesundheitswesen. Wir haben noch gar kein Gesundheitswesen. Oh, was ist denn hier passiert? Polen, Litauen hat die baltischen Staaten annektiert. Das sollten wir auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen, was da los ist. Großes Risiko an. Vor allem ist unsere Regierung extremst illegitim, aber... Hm. Also, in Bayern läuft alles gut. Wir haben die bestmöglichste Legitimität, die uns die Oberschicht garantieren kann. Die Grundbesitzer dürfen mittlerweile wählen, aber natürlich nicht das einfache arme Volk. Und eine Koalition aus Grundbesitzern, katholischer Kirche natürlich, und Streitkräften, hat mit der konservativen Partei eine perfekte Regierungskoalition gebildet, wie ich finde. Nun, das grüßen wir. Da war eine Heiligkeit, Herr Papert, natürlich die absolute Legitimität. Ach, schön. Und Wahlen, dafür wollten wir nicht so... Wir sind ja eine Wahlmonarchie, kann man schon fast sagen. Aber die Wahl wird halt von Gott getroffen. Und wir müssen nur temporär zusammenarbeiten mit diesen widerlichen Intellektuellen. Denn wir brauchen unbedingt Einwanderer, die die Konstantinopel wieder aufbauen. Erfüllbar. Und schieß dich. Äh, hallo, Heiko wahrscheinlich, oder? Der gerade reinschaut. Von der Let's Play-WG. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen hier, wie du vielleicht siehst, mit einer besonderen Mod, die mein Admin oder einer meiner Victoria 3-Beauftragten Adlanes erfunden hat, die er mit anderen zusammen auch regelmäßig updatet. Und wir spielen hier gerade Bayern. Ja, und es wurde gerade über badischen Wein gesprochen. Wir haben gerade friedlich Baden und Württemberg annektiert. Und, äh, ja, es gibt jetzt sehr viel Wein und Manufakturen aus diesen Gebieten. Auch noch mehr Transformationen. Schon wieder mit dem Weinkeller. Wir können auch nicht noch mehr Auszahlungen machen. Nein, wir machen jetzt unbedeutende Subventionen. Wir können ja nicht alles da subventionieren. Also, wo kommen wir denn da hin? Haben wir jetzt eigentlich einen Waffenstillstand? Ja, leider. In vier Jahren. Das Problem ist, Westfalen... Oh, Westfalen ist nicht mehr unter dem Schutz von Frankreich. Das ist doch dann die Chance. In vier Jahren für Bayern über, äh, nun, die Westfalen anzugreifen. Unsere Armee ist ja deutlich gestiegen. Und wir sind im Rang auf Stufe 11. Ähm, wir sind eine wichtige, entsprechende Mittelmacht geworden. Nur die Färbemittel sind ein großes Problem. Wir bekommen einfach... Ah, wir bekommen von den... Wie können wir denn von den Briten Färbemittel bekommen? Ah, Hannover ist im britischen Markt. Oh, das wird den Preußen nicht gefallen. Uns freut es aber umso mehr. Wir sollten auch mit den Briten mal noch sprechen. Ja. Nein, nein, und was ist dein Job? Ja, mein Job ist einfach nur Beach. Ähm, uns ist auf, äh, uns ist von, äh, Depeschen, äh, mitgeteilt worden, dass Polen-Litauen scheinbar, äh, das... Nein, dass Polen sich vereinigt hat mit Litauen. Verstehe ich das richtig? Eine, eine Art Vereinigung im, äh, im Osten. Nachdem, äh, Polen, äh, die, äh, vereinten baltischen Provinzen unterworfen hat und, äh, diese, äh, zur richtigen, äh, ja, Verbindung, Union mit uns, äh, eingetreten sind, äh, sahen wir uns verpflichtet, auch die litauische Königsfamilie wieder erneut, oder Krone erneut in die europäische Krone einzugliedern, woraufhin wir uns, äh, äh, geschichtlich gesehen, äh, erneut Polen-Litauen nennen. Ich verstehe. Ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen beunruhigt. Es gibt gerade einen Konflikt zwischen Preußen und Österreich-Ungarn und Bayern wurde wieder einmal nicht darüber informiert. Ich weiß nicht, aber dieser Bundestag wird mit Füßen getreten von diesen zwei großen Nationen. Oh, und die Revolution in Russland. Ich muss mich darum kümmern. Ein Abgesandter aus, äh, Bayern ist gerade eingereist und ist doch höchst verwundert, was, äh, sich gerade zwischen Preußen und Österreich-Ungarn abspielt. Der Kaiser Österreichs ist geschockt über dieses aggressive Verhalten des preußischen, äh, Königs. Allerdings, äh, denken wir, dass wir genügend Militärstärke haben, um selbst mit diesem Konflikt klarzukommen und werden mal zeigen, was unser Militär so auf sich, was drauf hat. Nun, wer sind die Preußen gespannt sein, wie die Österreicher meinen Krieg führen zu können? Die polnische Krone hält sich aus diesem Krieg raus. Wir können weder der preußischen noch der österreichischen Krone die Verpflichtung, die die Polen bei beiden Kronen hält, äh, gegeneinander aufwiegen. Deswegen wir absolute Neutralität schwören, jedoch bereit sind, auf, an beide Seiten Waffen und medizinischen Krone zu kaufen. Gut, dass ihr vor allem Waffen liefert, ja. Sehr sympathisch. Ja, vor allem an beiden Seiten. Die Polen, die im preußischen Markt sind, also ihr könnt nicht so unverteidisch sein. Wir, wir, wir werden, wir werden unseren Pflichten nachgehen, das bedeutet aber nicht, dass wir aktiv die Waffenindustrie erweitern, um den, äh, äh, preußischen Markt weiter zu versorgen. Aber wenn ich das richtig verstehe, äh, Österreich und Preußen suchen keinerlei Unterstützung von anderen Staaten, sondern sehen das eher als einen Krieg nicht von zwei, äh, erbitterten Feinden, sondern, äh, rivalisierenden Freunden. Ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung sein sollte. Rivalisierende Freunde, die, äh, riesige Herrschaden von Soldaten aufeinander hetzen. Ja, also Bayern ist durchaus beunruhigt von dieser ganzen Angelegenheit. Vor allem es geht um die deutsche Führung und das finden wir nicht gut. Also die norddeutsche Frage ist die eine Sache, aber die deutsche Führung ist die andere. Ich glaube, das können wir schon Richtung norddeutsche Frage auffassen. Die Preußen haben keine, ähm, keine Intention, die Grenzen Bayerns zu verändern. Hm. Ja, wir konnten vorhin leider nicht mit Preußen sprechen, da scheinbar die Preußen lange Schläfe, äh, mit sich bringen. Aber, ähm, wie, äh, wir waren uns nicht sicher, wir hatten schon mal kurz über das Rheinland gesprochen. Wird denn der Teil von Westfalen, äh, der das Rheinland betrifft, als, äh, bayerisches Gebiet anerkannt? Hm, das wird es, ja. Das ist erfreulich. Oh, wir sehen den deutschen Bruder, kriegst du gleich. Deutsche töten Deutsche. Oh nein, der Krieg der Deutschen, einigen. Oh, mein Gott, das ist das Ende des Bundes. Unsere ganzen Finanzmittel. Wie soll ich denn jetzt meine Schlösser weiterbauen? Was habt ihr euch denn vorgestellt? Um Himmels Willen. Tragt den Preußen. Nee, vielleicht sollst ihr noch einige, also, also vielleicht wird der König von Bayern, äh, als Rat aus Holland errichtet mehr Finanzdistrikte. Sie lohnen sich wirklich. Ja, das ist richtig. Wir waren jetzt somit so viel. Wir wissen, dass so viele gebaut hat. Und ich würde auch vorschlagen, dass ihr vielleicht, äh, Unternehmensanleihen verkauft statt Staatsanleihen. Die sind deutlich, ähm, produktiver, wie man hört. Also unsere Nationalbank, der zielt schon kurzfristige Gewinne. Aber wir bauen tatsächlich mal noch ein paar mehr Distrikte, das wäre sinnvoll. Das Problem ist, unser Papier ist unfassbar teuer. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ha. Dunkle Kriegsbeutel auf jeden Fall hier. Dunkle Kriegsbeutel. Nein. Ich werde diesem Paar ja namens Westfalen mal die Rivalität erklären. Es ist ja eine, war garstig zu verurteilende Nation. Ja, für wahr. Und, äh, Bayern hat auch durchaus vor, diese angriffslustigen Westfalen mal ein wenig wieder, äh, in die Realität zurückzubringen. Wenn der Waffenstillstand abgelaufen ist, möchte es das Rheinland vereinigen. Das ist auch schon mit den großen Nationen Preußen und Österreich so abgesprochen. Ich hoffe sehr, dass Frankreich still hält. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, weil dann grenzt ihr an das Herz Großherz zu Luxemburg an und darüber könnten wir uns Kolonialwaren auf dem Bayerischen Markt schieben. Oh, das wäre fantastisch. Tatsächlich fehlt es uns vor allem an Färbemitteln und Kolonialwaren. Also in größten Mengen. Wir brauchen, wir sind schon froh, dass wir jetzt über die Briten Zugang haben. Gut, ich denke, da wird sich etwas machen. Wir werden auch unseren kolonialen Besitz etwas abrunden, um, äh, sicherzustellen, dass wir genug Färbemittel bereitstellen können für den europäischen Markt. Oh, leider mussten wir jetzt einmal wieder eine Steuererhöhung durchführen, die scheinbar keine Effekte hat. Ach, wie schön. Nein, wir machen es sogar noch mehr Minus durch eine Steuererhöhung. Ich hörte von, ich hörte hier auf einem Handelsplatz von badischem Wein. Sagt, habt ihr bereits Wien investiert? Äh, ja, wir haben auf jeden Fall schon da einiges, äh, an... Warum baut die dann da Zitrusfrüchte an? Das ist Bayerischof. Das ist eine gute Frage. Wir kamen bis jetzt noch nicht hinterher, äh, andere Sachen zu machen. Ja, ja, richtig. Zumindest in Baden solltet ihr dann auch tatsächlich Wein anbauen, weil sonst können wir den ja gar nicht genießen, weil diese Händler schwerbten gar vorzüglich von diesem Wein. Äh, ein Moment. Sehe ich das richtig, dass sich Hessen in diesem Krieg mitbefindet? Ähm... Mein, äh, äh... Ja, durchaus. Tatsächlich. Es kämpft an der österreichisch, äh, ungarischen Seite. Nun, vielleicht solltet ihr dieses, ähm... Hat nicht Österreich-Ungarn sehr großspurig behauptet, dass es davon ausgeht, dass die Armeen ausreichend sind, um gegenüber Preußen zu bestehen? Hm, das Problem ist, ähm, dass für einen Preußen derzeit zwei bis drei Österreicher sterben. Das sind keine Österreicher, das sind irgendwelche Ungarn, Kroaten, Slowenien oder sowas. Aber, aber, werter König von Bayern, solltet ihr nicht diesen, ähm, rigoros, ungehorsamen Vasallen direkt annektieren und unter eure Fittichen nehmen? Hm, tatsächlich wäre das etwas, über das wir nachdenken müssten, das stimmt, ja. Aber das können wir schlecht in diesem Krieg machen, da das Land ja jetzt von Preußen besetzt wird. Wir waren übrigens so, äh, echauffiert darüber, dass wir nicht bei dem großen, äh, Rat in London, äh, mit, äh, eingeladen waren, dass wir gerade sehr hart daran arbeiten, in den Rang der Großmacht aufzusteigen. Wir sind schon Rang 7 der Welt und Russland hoffen wir doch vielleicht in Zukunft zu überholen. Frankreich unterstützt einen Paria, so scheint es mir. Tatsächlich, es gibt schon wieder einen Angriffskrieg von Westfalen. Ist denn der Waffenstillstand schon vorbei? Nein, Hannover, ähm, hat das Westfalen den Krieg erklärt. Ach, Hannover. Wartet mal, wenn jetzt... Nein, Westfalen, wenn man sich das... Ich dachte auch, dass Westfalen das getan hat. Ruhe zurück, Was ist denn die Ruhe? Westfalen demütigen und die Ruhe zurück. Das heißt, in dem Fall würde Rheinland nicht irgendwie... rausfallen, herausfallen, ausfallen, oder? Nein, nur das Ruhrgebiet. Wie enttäuschend. Aber, wieso kämpfen wir jetzt eigentlich offiziell auf der Seite von Hannover? Es gibt doch keinen Deutschen Bund mehr. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, vielleicht solltet ihr da rausgehen aus diesem Krieg. Vermutlich hat einer eurer Diplomaten sich falsch entschieden. Wo an? Der österreichische Kaiser hat das eingesehen. Wurde dieser Bruderkrieg... Dann würde ich den österreichischen Kaiser auch dafür anweisen oder darum bitten, an die Franzosen dafür zu bedarfen, Was muss ich tun, um meinen Sohn zurückzubekommen? Ich würde nur anmerken, dass der Westfale eine Verpflichtung nutzt, die wir ihn schulden, um uns in diesen Konflikt hineinzuziehen. Ah, den euch nur draufhalten. Wir haben keinen vor, unsere Truppen dafür zu mobilisieren. Nun, äh... Und über den Verbleib eures Sohnes könnten wir nach diesem Krieg... Dann wollte ich gerne nach... Ja, eigentlich Atlantisch sprechen. Wo ist der? Da oben. Ich hoffe doch, dass es meinem Sohn gut geht. Ich muss gestehen, ich fühle mich gerade ein bisschen überfordert von den ganzen Events. Äh... Machen wir mal das Geld. Wir brauchen gerade nämlich Geld. Patisanenzeitungen. Oh, Papierdurchsatz. Das wäre gut. Schweden stellt sich auf die Seite von Hannover. Der Adel... Das ist eine ganze Adelssache. Ich weiß nicht, was das ist. Die unglückliche Unterredungen. Hm. Ehrenhaft. Konservativpartei... Joa, wir bleiben erst mal... Wir sind sehr konzentriert. Jetzt haben wir wieder einen Geldverlust, oder was? Förderung privater Investitionen. Was sieht denn da aktuell aus? Nicht gut. So, wir müssen dringend hier mal was ändern. Ähm... Und zwar folgendermaßen. Das wird geändert. Und das hier wird geändert. So, wir werden jetzt eine Dienstleistungssteuer einführen. Und von mir aus noch eine Steuer auf... Äh... Luxusmöbel. Wir machen immer noch Minus. Blei, meine ich, oder? Blei. Hm? Ja, ich meine, Blei. Sorry. Uns fehlt auch plötzlich Blei. Hm, Eisen fehlt uns in der Raum. Ja. Eisen fehlt uns. Blei fehlt uns. Also eigentlich fehlt uns alles auf den Kolonien. und, äh, Seite kann ich mal bauen. Das Oktoberfest, würde ich sagen, gleicht das wieder aus. Da fühlt man sich recht viel wohl an. So, der Eisenmangel ist ausgerechnet. Haben wir einen weiteren Konflikt? Ich bin verwirrt. Zwischen Westfalen und Hannover. Ja, es sind nur zwei. Das heißt, auch da müssen wir uns wieder zurückziehen. Keinen Frieden geben zu wollen, diese beiden Nationen. Es springt ja am Ende nichts bei uns heraus. Nur, dass wir wieder einen Waffenstillstand haben. Und wieder nicht, äh, das Rheinland. Wie enttäuschend. Also der Adel meldet sich in letzter Zeit sehr häufig hier in Bayern, muss ich sagen, mit Landangelegenheiten. Die mehr oder weniger friedliche Missionisierung von Madagaskar ist fast abgeschlossen. Dann können wir es springen. So, wir müssen hier mal wieder einiges machen. Die wollen weinen, ja. Eventuell. Nitroglycerin brauchen wir noch nicht. Was ist denn das Problem hier? Kohle ist zu teuer. Eisen ist billig. Haben wir wohl so viel Eisen aktuell? Dass sich das nicht lohnt. Eisen war doch immer ein Problem. Haben wir Werkzeugfabriken? Ach, Westfalen hat eingelenkt. Okay. Wir haben... Doch, hier ist ein Werkzeugfabriken. Wir brauchen aber Stahl. Wie sieht denn jetzt unser Markt aus? Eieieiei. Uns fehlen 148 Kohle. Sollten mal einige Kohle, äh, Angelegenheiten bauen. Äh, wieso ist denn unsere Infrastruktur in Bayern jetzt so katastrophal schlecht? Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das darf nicht sein. Dann machen wir erstmal den Straßenerhalt nach Bayern rein. Tatsächlich ist die Infrastruktur hier gerade echt nicht gut. Aber ich kann ja nicht mal mehr den Bausektor anwerfen. Ich hab das Gefühl, wir haben uns militärisch ein bisschen... Äh... Ach ja, die Kunsthochschulen werden wir nicht mehr subventionieren. So. Kunsthochschulen, die kosten nur Geld. Sparen wir uns mal. Regierungsgehälte sind aktuell sehr teuer. Bahn für Militärgebäude. Ja, uns fehlt auch Munition. Ah, so viele Sachen, die sich jetzt hier gleichzeitig irgendwie ergeben haben. Konservative Partei hat die Wahl gewonnen. Das ist doch schön. Äh, ich glaube, wir werden erstmal jetzt hier die Regierungsgehälter etwas senken. Ja, das war eine gute Entscheidung, wie ich finde. Fürs Erste werden wir auch die Militärgehälter noch etwas senken. Unruhe in der Verwaltung. Das ist nicht gut. Tun wir mal eine Information. Das wäre gut. Bayern erhält jetzt auf die Schnelle. Wie viel ist das? 500.000 oder 10.000 für zwei Jahre. Aber wie ist denn das? Wöchentlicher Tick. Das heißt, 40.000, 400.000. Das lohnt sich doch viel mehr. Wir organisieren das Schnellbeizsystem. So, jetzt verdienen wir wieder Geld. So, der Abel. Besitz große Teil des Landes, auf dem Pächter arbeiten. Luxusjahrlandbesitzer. Ja, wir sollen das ausbauen, auf jeden Fall. Das habe ich schon mitbekommen. So, wir könnten irgendjemanden ermorden. Oh, das Weinfest. Ein weiteres Reinheitsgebot. Plus 50% Weinausstoß. Badische Weinberge haben wir abgeschlossen. Das ist doch schön. Schauen wir mal kurz zu den Weinbergen. Ja. Vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen was exportieren. Wir haben vor allem Eisen auch. Können wir mal zu den Briten was exportieren, um ein bisschen Geld zu verdienen. Vor allem haben wir Wein. Oh ja. Oh, es freut mich übrigens, dass wir jetzt an Österreich-Ungarn 135 Tonnen, Liter, 1000 Liter an Wein zu führen können. Zu einem höchst schönen Preis. Nun, ihr müsst verstehen, im österreichischen Markt ist ja auch der Papststadt. Und wir brauchen mehr Veränderungen. Bitte? Wie bitte? Warten auf fünf, lasst bitte die Geschwindigkeit auf drei, sonst kriegen wir gleich in die Sync. Ja, aber klar ist jetzt irgendwann auf die Fünfe kommen, auf der Tatsache-Tour. Alles gut. Nun, die Madagassen werden nun in wahren Glauben zugeführt. Das freut uns doch zu hören. Der Oman beginnt auch so zu sein. Ich hoffe nur, dass Sansibar nicht wegbricht, bevor ich ihn annektieren kann. Ich habe übrigens verkündet, dass es in Bayern sehr viel Eisen gibt. Ich gratuliere Bayerns. Oh, die Niederlande zahlen gutes Geld für Eisen. Sehr schön. Ich gratuliere Bayern zum Verhalt des Rheinlandes. Oh, wie ist denn das passiert? Wir haben uns das... Das wurde... Wie? Wir sind verwirrt. Dadurch, dass Hannover die Teile Westfalens an sich angenommen hat, wurde das Rheinland gleich ihnen zugeschrieben. Ausgezeichnet. Das Problem hat sich von selbst erledigt. Und so gefallen mir Problemlösungen am liebsten. Sehr schön. Damit konnte ich ja jetzt auch erst tatsächlich mit dem wehrten niederländischen Markt interagieren. Das ist ja herausragend. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Nun, so schnell hat sich der Deutsche Bund aufgelöst und es gibt jetzt nur noch die drei... Naja, vier deutschen großen Nationen. Ja, Hannover ist... Größer geworden. Aber es kommt nicht an die... Das wird schon einigen Monaten sich auch wieder ändern. Es kommt nicht auf die Militärstärke Bayerns heran. Und auch nicht auf die Prestige- und Rangstärke in der Welt. Aber es wundert uns, dass unser Sohn in Griechenland uns überholt hat. Jetzt sind wir wieder fast gleich auf bei dem Prestige. Wie konnte denn das geschehen? Scheint wohl ein Wettlauf der Familie zu sein. Ja, scheinbar, scheinbar. Das darf nicht so bei uns sitzen gelassen werden. Ist es denn wirklich ein Wettbewerb zwischen Familien? Oder sind wir nicht zusammen einfach stärker? Die beste königliche Familie der Welt. Da scheinen wir gerade auch eine Nachricht eingegangen. Seien Sie froh, dass die Briten das nicht gehört haben? Aber ja, ich finde es gut, wenn die Wittelsbacher mehr Macht in der Welt haben. Das, ich stimme zu. Ich sehe eigentlich Griechenland als ein Teil Wittelsbacher Domänen. Oh, ich habe das Gefühl, dass gerade der Zeit ist aus Versehen wieder ein bisschen nach vorne gesprungen. Oh, Leute können wohl sich nicht ruhig verhalten. Sie können wohl aus Versehen passen drücken. Es scheint so, es scheint so. Jemand hat eine Tendenz zu der Fünfe. Gefällt jemand mit einem BIP von 5 Millionen? Hm. Bayern überlegt gerade, ob es sich vielleicht mal eine Geheimpolizei einführen sollte. Zum Schutz der Monarchie und der Ordnung. Die polnische Grenzpolizei meldet Sie mit, erfolgreich die Deportierung der Polen von der Deutschen Föderation nach Warschau ist abgeschlossen und es gab keinerlei Ton. Deportation hat sich aber nicht... Ich wollte gerade sagen, es findet sich sicherlich ein besseres Wort. Ja, das so hätten wir das in Deutschland nicht ausgedrückt. Ein schöneres Wort. Aber deportieren bedeutet, Leute aus dem Land raus zu suchen. Umsiedlung. Umsiedlung hört sich ein wenig günstiger an, ja. Ja, jedoch ist Deportation das korrekte Wort, aber meinetwegen. Der Kirchenstab ist zu einem Vereinigungskandidat in der Gründung Italiens geworden. Oh, das unterstützt Bayern natürlich. Nun, ich hoffe mal, dass Sardinien-Pirmont und das Königreich bei der Beziehung das ähnlich sieht. Da hat die Norddeutsche Föderation es anscheinend nicht geschafft. Ähm, wir schaffen, äh, Bleiben. Ja. Kurz, wir haben sie gerade gefragt. Ja, natürlich. Wollen wir nach oben, oder? Äh, ich danke euch. Wir haben leider keine freien Arbeitskräfte mehr für Bleibenien in unserem Land. Ja, jedoch ist das Blei für unser Glas sehr wichtig und ich sehe, dass wir auch einen Glasmangel durch den Mangel an Blei haben. Ähm, ich schaube ihnen gerade ein paar neue, ähm, Werkzeuge haben, damit sie hier schönes Blei erbauen können. Danke. Ah, die Finanzen in Bayern sehen nicht so gut aus, wie ich es mir wünschen würde. Das sah eins besser aus. Wir mussten auch, wir mussten in Polen-Litton auch unsere Steuern erhöhen, nachdem der Geldhahn aus Berlin zugedreht wurde. Ich habe aber ein Gefühl, was du vielleicht... Niedrige Steuern können die Preußenkunft. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso, äh, die der Finanzhahn so schlecht ausschaut. Ich kam noch gar nicht dazu, alles zu bedenken, was die Vereinigung der süddeutschen Staaten hier, äh, mit sich bringt. Das haben wir jetzt korrigiert. Es wird, äh, um einiges mehr Steuergelder nur in unsere Taschen wandern lassen in den nächsten zwei Jahren. Sehr schön. Äh, verkündet ihr mir die vollständige Integrierung von Litauen in Polen-Litton. Die Staaten, Latvia, Estonia und Brest sind, äh, noch für ein oder drei Jahre geplant. Nun, es ist doch schön zu sehen, dass es jetzt so eine, ähm, einstmals stolze Nation wie Polen-Litton wiedergibt. Ich meine, vor noch, äh, zwei bis dreihundert Jahren war sie doch eine riesige, äh, große Nation, nicht wahr? Und, ähm, sie könnte wieder zu altem Glanz und Größe kommen. Äh, dies plant auch Polen, äh, denn immerhin hat, äh, die polnische, äh, Krone Anspruch auf Mingsk, äh, Orscha und auch Ingria, oder auch besser bekannt im Westen als St. Petersburg, äh, gestellt. Und dann viel Erfolg dabei, den russischen Bären zurückzudrängen. Und wir haben es schon zweimal geschafft, also werden wir jetzt auch ein drittes Mal schaffen. Schön, schön. Ähm, Entschuldigung, störe ich gerade? Nein. Nein. Dann würde ich einmal kurz den preußischen König fragen, ob er Zeit hätte, äh, eine diplomatische Verhandlung mit mir zu führen. Hm, das hätte ich. Äh, könnten Sie mit nach Diplomatie 1 kommen? Hm, können wir. Vielen Dank. Nun, nachdem die Frage des Rheinlands geklärt ist, könnte ja Bayern tatsächlich wieder ein wenig Geld sparen und, äh, die Armee etwas, äh, weniger teuer darstellen lassen. Ähm, wir bemerken zum ersten Mal, äh, Garnitionen. Ja. Interessant. Sie sind besonders nützlich gegen Flotteninvasionen. Ja. Hm, das wird bei Bayern bestimmt sehr oft vorkommen. Ja, wenn eine Invasion über den Rhein stattfindet. Ja, das stimmt. Ich habe aber schon mal nachgedacht. Das wäre möglich und bedenklich, das stimmt. Äh, ich habe gehört, die Griechen kennen sich mit Schulden machen aus. Äh, wir nehmen gerade einige Kredite auf. Habt ihr Vorschläge, wie man aus dieser Schuldennot wieder herauskommt, werte Freunde aus Griechenland? Wir gründen regelmäßig Banken. Nun, wir haben bis jetzt in unserer Hauptstadt, äh, 10 dieser, ähm, Finanzdistriktionen. Also ich kann euch versichern, 15 sind immer unbedenklich. Wenn sie noch höher gehen, dann könnte sie durchaus etwas Risiko tanzen, aber mit 20 ist unsere Invasion auch noch nicht gestiegen. Naja, dann erhöhen wir doch erstmal konservativ auf 12. Ja. Wir werden euch berichten, wie unser Experiment mit einem Finanzdistrikt von 25 läuft. Ja, hervorragend. Tut wild. Seht es so, wir Griechen sind das Experiment für die Wittelsbacher, damit im Heimatland alles in Ordnung läuft. Ja, hervorragend, hervorragend. So soll es sein. So, und wir, äh, schauen gerade mal, dass wir hier wieder ein paar... Oh, wir brauchen wieder mehr Dünger. Was ist denn, hab ich dachte, ich hab, äh, hab ich die... Ich hab doch hier was gebaut, oder? Dünger. Ich muss ja auch noch eine Stahlindustrie aufbauen, aber wann? So, die Chemiefabrik läuft nicht. Ah, wir brauchen Schwefel. Deswegen läuft die nicht. So, jetzt müsste doch die... Jetzt müsste die doch laufen, oder? Jetzt, wo wir Schwefel haben. Weil wir brauchen doch beides, Dynamit und Dünger. Also eigentlich müsste sich das doch jetzt extremst lohnen. Dass wir hier mal ein bisschen mehr produzieren können. Ja, 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 nee. Jetzt leider wieder nicht mehr, weil wir uns wieder, äh, Schwefel fehlt. Importiere ich doch nochmal mehr aus Österreich-Ungarn. Schwefel haben wir, meine ich, nicht in unseren Gebieten. Nein, das ist leider da, sind wir abhängig von anderen. So, in einer Woche werde ich mal wieder den Bausektor pausieren, denn, äh, wir müssen Geld, äh, Mittel sparen. Als Bayern. Ja, das ging jetzt sehr schnell. In zehn Jahren hat sich hier das, die deutschen Lande, der deutsche Bund, äh, erheblich verändert. Es gibt jetzt ein großes Hannover und, ja, ja. Wie viel Geld bekommen wir eigentlich von unserem hessischen, äh, Dominion, äh, 4000. Und vielleicht sollten wir tatsächlich auch hier darauf achten, dass wir die Hessen jetzt bestrafen. Und, äh, sie annektieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie Frankreich damit umgehen wird. Ja, genau. Hessen hat eine Schwefelmine. Dann würde es sich ja umso mehr, äh, ja, natürlich hat Hessen eine Schwefelmine. Ja, wir, wir werden Hessen einverleiben. Ja, die neuen Gebiete habe ich jetzt begonnen zu inkorporieren. Ich habe es vorhin vergessen, weil so viel gleichzeitig war. Aber beide werden aktuell inkorporiert. Der Rest ist ja schon inkorporiert. Äh, ich habe tatsächlich nur ein bisschen Sorge. Ich habe jetzt ja meine Armee zurückgestuft. Äh, ob die Franzosen sich da vielleicht einmischen könnten. Wir haben jetzt keinen deutschen Bund mehr. Und wir haben damit, wir haben keine Bündnispartner. Das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt ist die Frage, wie will sich Bayern orientieren? Wollen wir uns an dem Norddeutschen Bund oder an Österreich orientieren oder an beiden? Diplomatisch. Vielleicht mit beiden erstmal einen Verteidigungspakt. Und wir entscheiden uns langfristig vielleicht noch für eine Seite. Denn ehrlicherweise, die bayerischen Interessen des Königs betreffen vor allem Elsass-Lothringen. Und da bräuchten wir langfristig beide großen Länder vielleicht an unserer Seite. Ich würde mal tatsächlich mit beiden sprechen. Ich meine, Bayern hat ja mittlerweile auch... Wieso haben wir nur so wenig Bataillone, die ich einberufen kann? Hä? Da hatten wir doch irgendwie 100... Über 100? Hä? 24? Das war noch mehr, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ne, aber... Wir haben doch eine... Woher liegt denn das? Der Berufshamil? Hm. Gut, wir haben keine National... Ähm, äh... Garde. Die würde nochmal 38 zusätzlich bringen. Ich habe ja auch überlegt, ob wir uns die Geheimpolizei hier holen wollen. Äh, Marzipan-Piebal, ich grüße dich. Hallo. Äh, wann zur Hölle gab mal Wittelsbacher in Griechenland? Doch. Ich glaube, es gab doch... Natürlich... Oder? Ich glaube, es gab doch... Es gab historisch Wittelsbacher, die in Griechenland geherrscht haben. Meines Wissens. Oder auf Älters verzichten und als Süddeutschen aus Österreich mit dem Franzosen erobern. Ja, aber ehrlicherweise im Roleplay, äh, wo wir uns ja gerade befinden, sind wir ja eher beim Kirchenstaat. Und, äh, Frankreich hat ja sehr den Kirchenstaat brüskiert. Goldfelder erschöpft, das heißt doch, wir können Goldminen bauen, oder? Ja, eine Goldmine in Franken. Ach, hervorragend. Bauen wir mal die noch. Wir haben unseren Bausektor vielleicht ein bisschen hochgebaut, ja. Ja, ja. Genau. Wittelsbacher hat Griechenland bis zum Ende der Monarchie regiert. Aber du supportest doch auch die italienische Einigung, oder? Ja? Ach so, wegen Österreich-Ungarn. Ha, ja, das ist eine gute Frage. Ha, eine schwierige Frage. Aber Elsass-Lothringen wäre halt schon spannend, tatsächlich, weil halt, äh, durchaus dieser Traum da war, vom, äh, bayerischen König. Äh, ah ja, das Oktoberfest. Ah, kurz vorm Oktober, diesmal bin ich etwas pünktlicher. Ah, die Goldmine braucht zwölf Wochen, um Himmels Willen. Ähm, wo war's denn gerade? Journal. Ein Traum von Größe. Bayern hat bayerische Bergwerke. Bayern besitzt Elsass-Lothringen. Der Ruhm Bayerns, ja. Ich mein, Tirol hatten wir ja auch eins. Napoleon hat uns ja Tirol gegeben. Das Problem ist, ich geh davon aus, dass Norddeutschland und Österreich, glaube ich, nicht mehr groß aggressiv sich gegeneinander wenden werden. Das heißt, die beiden werden immer recht eng zusammenarbeiten. Und die haben auch ein Bündnis, tatsächlich. Ne, ach, Norddeutscher Bund hat mit Polen und Litauen ein Bündnis. Ich meine, nach Norden wollen wir ja eigentlich nicht mehr. Wir sind mit dem Rheinland zufrieden. Ich würde fast behaupten, für Bayern ist es am sinnvollsten, mit dem Norddeutschen Bund vor allem gut dazustehen, Elsass-Lothringen zu holen, vielleicht auch noch mit der Unterstützung Österreichs. Und Bayern könnte ja dann eines Tages sich überlegen, vielleicht sich auch gegen Österreich zu wenden, mit dem Kirchenstaat zusammen. Und natürlich dem norddeutschen Land. Wir werden jetzt mal mit Preußen sprechen, würde ich vorschlagen. Ach, Mann. Hier ist ein Abgesandter der bayerischen Krone. Untersprechen wir ihr gerade etwas? Ja. Aber das kommt ja immer mal vor. Sprechen Sie gern weiter. Ah, das freut uns, dass wir das Wort erteilt bekommen. Wir wollten nur anfragen, ob Preußen dann nach dieser Unterredung Zeit hat, sich mit Bayern zu unterhalten. Wir könnten uns auch gerne jetzt schon unterhalten. Na dann, lasst uns doch in ein Nebenzimmer hier in London gehen, wieso sie sich auch immer in London befinden. Ich habe eine Sekunde. Dann lasst uns nach Moskau gehen. Gut. So, jetzt, Wertespreußen, nachdem es ja den Deutschen Bund nicht mehr gibt, wollten wir ein wenig über die Zukunft mit euch sprechen. Vor allem auch, was Außenpolitik betrifft. Beziehungsweise wer der Anführer des Norddeutschen Bundes ist, muss man ja sagen. Es gab ja schon hier diese sehr schöne Vereinigung, die wir gut heißen. Und, äh, nachdem wir ja schon schön die Grenzen, äh, klären konnten für uns, äh, dass wir auch durchaus dem Norddeutschen Bund, äh, das Interesse auf Hannover zusprechen und das auch gerne unterstützen, ähm, wollten wir tatsächlich langfristig um Unterstützung vielleicht gegen Frankreich anfragen, ähm, um, wenn es soweit ist eines Tages, Elsass Lothringen nun in deutsche Hände zurückzukommen. Komm, ähm, ja, Elsass Lothringen zurück in deutsche Hände zu bringen, das, äh, klingt für uns, ähm, sehr gut. Sehr schön. Ähm, da würden wir sie auch unterstützen, nachdem wir der Hannover wieder in den Norddeutschen Bund eingekledert haben. Sehr schön. Ähm, wir wollen jetzt tatsächlich, jetzt in Kürze Hessen, äh, offiziell, sagen wir, integrieren. Äh, eventuell muss unsere Armee an der Grenze ein bisschen stehen. Allerdings haben wir die Sorge, dass Frankreich sich einmischt. Und weswegen wir, äh, einen Verteidigungspakt mit dem Norddeutschen Bund abklären wollten. Hm, das hört sich sehr gut an, das können wir gerne machen. Dann machen wir doch auf jeden Fall diesen Verteidigung, ah, perfekt. Und, äh, allerdings glaube ich, wenn ich, äh, nun Hessen angreife und Frankreich sich einmischt, dann müsste der Norddeutsche Bund sich selbst auch nochmal einmischen, nicht wahr? Ja, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, ich würde das dann unterstützen und euch, äh, das halte stehen gegen die Franzosen. Sehr schön, das ist genau das, was ich, äh, hören wollte. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Oh, in Italien scheint gerade einiges verstanden zu gehen. Das, äh, interessiert mich doch. Dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, nur für mich noch kurz, um das zu wissen, äh, wie sind die aktuellen Beziehungen nach dem Krieg mit Österreich-Ungarn für den Norddeutschen Bund? Ähm, die Beziehungen sind, äh, jetzt sehr gut und, äh, sind auch beide da, dass ich, äh, sich die Bearbeitung zu verbessern. Ich verstehe. Aber wir haben Geist, die ja alle Deutsche sind, macht das ja nur Sinn, äh, zusammenzuarbeiten oder zumindest freundschaftliche Beziehungen zu halten. Ich verstehe. Ähm, nun gut, nun gut. Dann, äh, vielen Dank und dann werde ich doch, äh, mal erkunden, was in Italien gerade los ist. Auf bald. Ja, voll. Ein Ablissander aus Bayern ist eingetroffen und fragt sich, was in Italien los ist. Da scheint eine Kunde die andere zu übertreffen. Nun, äh, ja, also der Papst hat, äh, Sardinien, Pirmont und, äh, das Königreich bei der Sizilien an die rechtmäßige konstantinische Schenkung. Und dann haben sie sich, gottesfürchtigen, wie sie waren, äh, den Kirchenstatt angeschlossen. Nur die beiden Staaten, Lombardei und Venezien, äh, tun unser gottgegebenes Recht auf Italien noch nicht anerkennt. Und, ähm, wie sind diese, äh, wurden diese Staaten von Österreich-Hungarn entlassen? Durchaus, da wir, ja, den, den Papst dabei unterstützen, ein vereintes Italien, äh, zu, ja, zu gründen. Ich verstehe, ich verstehe. Und diese Provinzen ja auch noch in unserer Zollunion bleiben. Genau, die Spiele-Fürsten gehen nicht verloren, sagen wir so. Weil der Kirchenstaat, äh, im, äh, im, österreich-ungarischen Markt auch nach dieser Wiedervereinigung, oder dieser Vereinigung Italiens, äh, bleibt? Ja, äh, Italien hat bedauerlicherweise nicht die Ressourcen, um, um selber, poexitieren zu können und eine nennenswerte Wirtschaft auftreiben zu können. Ach, Bayern, äh, hat vielleicht, also, wir sind sehr zufrieden im bayerischen Markt, auch wenn wir nicht alles haben. Ja, ihr habt das Glück von größeren Kohlevorkommen in eurem Landen. Das stimmt tatsächlich, das stimmt. Die bayerischen Vorkommen, alleine in dem Staat Bayern, äh, sind etwa genauso hoch wie die gesamten Kohlevorkommen Italiens. Ja, für wahr, das sind wir sehr glücklich darüber. Ähm, wenn wir schon hier den, äh, abgesandten Österreichs, äh, sehen, ähm, Bayern plant, äh, jetzt in Kürze, ähm, Hessen enger an die Nation zu binden und hat ein bisschen die Sorge, dass Frankreich sich einmischen könnte, könnten wir darauf, äh... Ach, das freut mich doch, dass diese integriert werden. Äh, falls Frankreich sich einmischt, sind wir auf ihrer Seite. Ja, das wollten wir abklären. Wunderbar, das freut uns doch zu hören. Das freut uns doch zu hören. Nun, dann werden wir diese Angelegenheit einmal klären, denn tatsächlich fehlt uns gerade für unsere Wirtschaft Schwefel und in Hessen gibt es nun mal Schwefel, allerdings Schwefel vorkommen, die nicht von in Hessen genutzt werden. Es wird also Zeit, aus wirtschaftlichen Gründen das zu ändern. Durchaus. Ach, Schweden ist auch im britischen Markt. Wir können auch verkünden, dass wir die ewige Stadt wieder erneuert haben. Sehr schön. Ja, ebenso wie wir Konstantinopel erneuert. Ja, also Ost- und West-Rom sind wohl wieder aufgebaut. Ja. Das wird, glaube ich, nicht passieren, Eiwey. Dafür müsste ich wahrscheinlich in den österreich-ungarischen Markt. Ja, da haben wir in den meisten Kärnten nicht die Probleme. Äh, guten Abend, äh, Braginator, ich grüße dich. Wir werden mal die Armee vorbereiten. Ich habe jetzt natürlich die Armee nicht auf Plänkel-Infanterie gestellt, aber wie stark sind die Hessen? Die Hessen haben noch uneinheitliche Infanterie, also gar kein Problem für uns. Ah ja, unser Gesundheitssystem sollte man mal auch noch stärken. Ja, sehr schön. Ansonsten haben wir eine schöne, konservative, äh, äh, Regierung. Oh, wir haben schon wieder Speed 5. Ähm, ich glaube, das Rad der Zeit wurde einmal wieder überansprucht. Ach Gott, warum tun die denn an dem Rad der Zeit immer rumspielen? Ich weiß es nicht. Wie ich sehe, scheint es im Osten schon wieder einen Krieg, äh, zwischen Russland, Polen, äh, und Ukraine zu geben. Oh, und im Osten nichts Neues eigentlich. Für wahr, für wahr. Ich finde es auch sehr spannend, dass Moldawien, äh, an Polen-Litauen gibt. Gefallen ist, das ist ja durchaus auch etwas gewesen, was sicherlich auch für die Ukraine interessant gewesen wäre. Ja, aber ein Feind, äh, das, äh, freundschaftliche Band zwischen Polen und der Ukraine ist wohl etwas ausgedünnt mittlerweile. Oh, ja, ich, die Ukraine hatte mich auch angesprochen. Für Moldawien allerdings, ja, wollte deren Präsident, wie er sich nennt, äh, keinen Konflikt mit Polen-Litauen vom Zaun brechen, weshalb sie es ihnen überlassen haben. Eine recht pazifistische Angelegenheit in der Hinsicht. Ja, muss wohl an dieser Demokratie, wie sie es nennen, liegen. Es scheint fast zu sein. Kein Stolz für Expansion des Landes. Genau. Ja. Für wahr. Und die Eisenbahn hält nun auch in Süd- und Norditalien Einzug. Wir bringen diesen neu angeschlossenen Ländern Fortschritt und Glauben. Oh, und ich sehe gerade in Madagaskar wird von Ordnungsverletzungen. Oh, wir können noch mehr Spirituosen bauen, das ist natürlich nicht schlecht. Oh, dann hätten wir aber auch weniger Lebensmittel. Hier noch mal ein Gas mehr von, von, von 60.000. Spirituosen werden tatsächlich benötigt. Ja, durchaus. Oh, der Gouverneur wieder. Er ist verschwunden. Aber das läuft doch bis jetzt recht gut für Bayern, muss ich sagen. Wir sind auch, ah, wir sind ein bisschen wieder abgestiegen, wir waren doch auf Rang 7. Wir haben einen kurzen Hotjoin, da ist jemand gecrasht. Okay, ja. Perfekt, dann kann ich die Zeit auch mal nutzen, liebe Zuschauer, um mir vielleicht noch mal was zu trinken zu holen. Ansonsten muss ich sagen, Afrika ist ein schöner Kontinent. Ja, wir haben nun auch eine Kolonie dort angefangen. Oh, ein Norddeutscher Bund hat dort eine Kolonie. Hörten wir, dass es sich so nannte. Ja, es scheint schön dort zu sein. Zumindest berichten das meine Diplomaten, welche dort schon Urlaub gemacht haben. Und ich habe die Armee runtergefahren. Das ist richtig richtig. Das muss nicht mehr gut mit der Armee. Ja, ich konnte es mir geldtechnisch nicht mehr leisten, die Armee. Das ist einfach nicht so ein bisschen. Stimmt. Und was haben wir denn in den USA? Vereinigte, vereinte Wissenschaftsverbindungen? Ähm, meine werten Herren, ist Ihnen aufgefallen, was in den Vereinigten Staaten von Amerika geschehen ist? Durchaus. Die vereinte Wissenschaftsverbindungen? Ja, eine Technokratie, so scheint es mir, hat sich dort... Ich wusste nicht, dass sich dann der gesamte Staatsname ändert. War mir auch noch nicht bewusst. Das ist ja höchst. Also ich finde, dieser Staat ist traurig, trüb. Er wirkt einfach nur niedergeschlagen. Ja, als würden die grauen Herren dort herrschen, nicht wahr? Ja. Als gäbe es keinen Spaß, keine Feiern, keine Lustschlösser. Ein wenig sehr, also, grau, ja. Ich glaube, das könnte noch eine Gefahr für uns werden. Wir sollten dagegen vorgehen. Wir beobachten das auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist das jetzt eine Art Unternehmen geworden. Mit Hauptgeschäftsführer Maxwell Long. Ja. Hm, interessant. Oder gab es dort einen Krieg zwischen Nord- und Südstaaten? Nun, es scheint mir, als ob auch die Sklaverei dort... ... noch mal zum Beispiel das letzte Mal geschaut hatte. Ja, aber sie wird wohl gerade abgeschafft, so wurde mir mitgeteilt. Ah, interessant. Verstehe ich. Im Moment geht wohl immer noch einmal Sklave, immer Sklave. Ja. Oh, das rattert zeitlich. Es scheint mir aber, als ob Frankreich es zulässt, dass Hessen nach Bayern integriert wird. Es scheint so. Es mischt sich niemand ein. Das ist wunderbar. Dann wird das kein Problem darstellen. Ja. Ha, wir haben jetzt die Kondensationspumpen. Wir haben tatsächlich so viel Eisen in Bayern, wir wissen gar nicht, wohin damit. Ja. Gerne nach Österreich. Ja. So, schauen wir doch mal, wie die erste Schlacht läuft. Ja. Die erste Schlacht läuft doch gut. Eine Kondensate. Eine Kondensate. Ja. Die erste Schlacht läuft doch gut. Eine Kondensate. Ja. Das kostet uns alles Prestige. Nee, was war... Äh... Ja, Mega halt ist kein Problem, sondern vor allem, das hier auch beides eigentlich. Erhöhen wir mal wieder. Jetzt strömen die Einwanderer auch nach Konstantino. Stöhnen würde ich ja auch gern wieder sehen. Wo wir mehr Menschen aber... Mit offenem Herzen bekommen. Können wir wieder was im Bausektor bauen, jetzt wo wir wieder Geld haben, aber was... Ich würde mal fast behaupten, wir bauen noch ein paar Chemiefabriken. Die lohnt sich an... Ach ja, klar, wegen Schwefel. Aber wir kümmern uns das. Sieht es eigentlich inzwischen mit einem Friedensvertrag bei der Spezialoperation hier aus. Ich gucke es aktuell, aber sie wollen nicht. Wie sieht es denn bei unseren Möbeln aus? Die wollen wohl doch nicht annektiert werden, so einfach, ne? Transessionswerkzeuge, genau. Müssen sie noch ein wenig. Ja, das wird die Zeit kriegen. Ja, und Färbemittel ist halt echt ein Problem, ne? Ja. Ein paar Italiener auch noch. So unnötige Leben. Und wir brauchen dringend mal ein Stahlwerk. So, sag ich euch. Naja, wir gehen jetzt direkt zu Gott und so. Franken vielleicht? Ja. Franken haben wir noch viele... Machen wir mal drei... Drei Stahlwerke dorthin. Wir haben sogar einen leichten Überschuss an Eisen. Schlacht läuft gut. Das nimmt man doch immer gerne mit. Nun, wie gesagt, wir haben einen großen Überschuss an Eisen. Aber es fehlt uns an anderen Waren, Porzellan und dergleichen. Die Lombardei wurde vereinigt. Ah. Dann fehlt jetzt hier nur noch Venetien. Ja. Ein absolutistisches Herzogtum. Was ist nicht einzig? Nicht mehr lange. Ja, für wahr. Nicht mehr lange. Ja, die 42.000 päpstlichen Bataillone dort sorgen sicherlich dafür. Wir haben nur ihr Seelenheil im Sinn. So, ich nutze die Zeit kurz, um mir was zu trinken zu holen. Ich bin gleich wieder da. Friedliche... Nun nicht Konvertierung, aber Integration zum direkten Nähe zum Papst. Also, wer will nicht unter direkter Herrschaft des Weltvertreters Christi auf Erden wohnen? Eben. Außerdem, es scheint mir, als würden wir nun einen Friedensvertrag vorschlagen können. Scheint es so? Nein. Nein? Ja. Nun. Italien, äh, ganz unter der Herrschaft des Farbstabes wie nie zuvor. Ich habe erstmal sehr viel Minus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt der Hauptwaffenproduzent in unserem Markt geworden. Ja. Ich habe nämlich auch noch in fünf Waffenfabriken in Neapel und in Sardinien-Pilmois sind auch noch welche, meine ich. Mein Bip war übrigens ein bisschen am Fallen gerade. Der Regen ist mir das. Mein Bip war am Fallen. Hm. Meins nicht. He... He... Eines hat ich einen Freudensprung gemacht. Meins geht gut, ja. Das stimmt. Ne, du bist über mir jetzt. Hehehehe. Hehehehe. ...ja, aber du hast mehr Einwohner, du bist langfristig mehr. Ja, ich bin Österreich-Ungarn. Ja. Mein Italien auch stark ist. Ja. Ich werde noch mal kurz mit dem Norddeutschen Bund reden, ob wir nun vielleicht final die Freilassung meines Sohnes verhandeln können. Seid ihr bereit? Päpstlicher Staat und Griechenland. Ja. Ja, ich glaube, es sollte gehen. Ja. Ja, ich glaube, es sollte gehen. Ja, ich glaube, es sollte gehen. Ja. 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 ist vollkommen der wahnsinn wahnsinn sage ich sie kamen gar nicht auf die karte farbe der karte die farbe der nationen gar nicht klar auf der karte das war so sehr schön schön dass ihr da seid hallo hallo macht es euch gemütlich zu schönen victoria 3 ganz viel extra events in dieser mod die es hier gibt so hätten sie jetzt zugerufen gegen hessen erobern genau so machen wir das schauen wir ob das auch so richtig drin ist ja er könnte das noch zu einem haupt das ist automatisch glaube ich ein hauptkrieg sie haben sie perfekt sehr schön sehr schön nun gut dann muss es eben hannover noch mal mit dem schwert spüren dass sie es wagen uns hessen hier weg zu schnappen wenn man einmal dabei ist sein lustschloss zu bauen und keine zeit für solche sachen hat unfassbar dann werden wir doch jetzt auch noch mal die rivalität erklären wenn sie es wagen also und so wurden es aus vier bald drei deutsche staaten die noch übrig sind das macht den handel einfach und ist gerade an landest ein peter port in china ist kein peter mehr ist nur noch split state warum ist nur noch split state und wir haben leider hier den markt dann ist man noch ein bisschen okay ist mein fehler das kriegen wir noch hin tuch 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 und das ist nur bei den portugiesen nicht mehr so kleidung haben wir eigentlich ganz gut beim portugiesen ist es nicht aber luxuskleidung ist ein problem und sie wollen uns färbemittel fehlen weil wir als bayern keine färbemittel bekommen verdammt ich verstehe es hat sich chinesisches landvereinamt wie man hört das wird eine seite warte mal die frage ist bekomme ich irgendwoher seite ich habe aber nicht sehr viel privatbau aktuell ich füge dir noch mal die tuchfabriken hinzu so jetzt noch mal kurz franken ich werde jetzt mal hier auf hand näher beiden umstellen und wir schauen mal ob wir irgendwie an seite rankommen von österreich von briten franzosen und von österreich das gibt uns schon mal grundlegende seite immerhin schön ruhig keine beilerei keine schreie ja nur jetzt ein handfesten krieg das sollten wir unsere truppen mobilisieren jetzt dass wir dagegen marschieren können gegen hannover leider habe ich jetzt meine armee eben nicht mehr gestärkt weil wir gerade ein paar geldprobleme hatten aber da muss jetzt die schwächere armee einfach ausreichen so das war jetzt aber der falsche shoutout oder aber der zweite hat ja funktioniert das so viel genau schaut bei karsak gerne vorbei der hat heute eine runde checkt aliens 3 gespielt ja rio schreibt aber als pfälzer habe ich mit den bayern nur schlechte erfahrungen nun jetzt wirst du nur gute erfahrungen hier bekommen überall und nirgends genau sehr gut wenn du noch ich weiß nicht ob du noch kapazitäten hast während du spielst kannst du mal kann man eine umfrage machen wo nur subs also abonnenten die umfrage abstimmen können äh und dass man sozusagen dann da mal die abonnenten die heute dabei sind und zuschauen fragt ob sie überhaupt ein interesse an einem spiele key für core born nations of the ultra core haben den zu gewinnen weil falls nicht dann würde ich ihn doch unter allen zuschauern verlosen so der krieg startet so der krieg ist ausgebrochen wir werden unsere waffenproduktion mal ein wenig erhöhen ah die hannoveraner verteidigen sich leider recht gut ja aber im norden können sie nicht gegen das vorsische militär stand halten ja wir haben aus finanzgründen äh wir hatten einst eine starke plänkel infanterie aus finanziellen gründen haben wir sie wieder zur linien infanterie zurück gestuft uns war ja nicht bewusst dass wir so einen krieg führen müssen wir hatten nur mit hessen gerechnet und den hätten wir gewonnen ich denke aber das wird ja kein problem sein solange ihr in bayern unten eure stellung halten könnt ist dieser krieg denke ich recht schnell vorbei ja für wahr hm ich wundere dass hannover noch nicht den äh gab es schon eine schlacht bei langen salzer wir hörten davon dass die hannoverische militär einen kriegsplan gegen preußen sich zurecht legt aber mir scheint dass sie zur anwendung gekommen ist verstehe verstehe und die amerikaner gehen gegen die mexikaner vor mhm aber es wurde auch zeit so wir reden mal wieder ein bisschen ich bin hier so konzentriert gerade wir haben hier ganz ganz viele tolle entscheidungen schon gehabt durch diese mod die uns atlanes geschrieben hat es gibt zum beispiel wieder das oktoberfest wir haben jetzt ja oktober ich darf übrigens jeden zum oktoberfest einladen herzlich nach beendigung des russlandkrieges wurde die gesamte polnische streitmacht wie vereinbart an die hannoveranische grenze verlegt ja das freut uns 70 divisionen begrüßen wir gerne 70 division feinster polnischer kriegsgrund ja ich sehe auch im norden gab es gerade einen durchstoß sehr schön dann werden wir erstmal verteidigen im süden außerdem habe ich anton nowak der für mich kämpft der bis jetzt ungeschlagen in jeder einzelnen flacht ist führte er über buch darüber äh ja darf ich das nicht aber natürlich er ist immerhin er ist immerhin äh der held des landes der held des landes also ich glaube frankreich hat ein leichtes problem mit occitanien sie zu gesprengt oh was ist denn da los ein aufstand in frankreich eine demokratische republik um himmels willen also wir mögen ja kein frankreich aber eine demokratische republik also ich weiß ja nicht diese auch schon hat auch unsere handelsnetze etwas gestört es wird endlich ein denkmal für mich errichtet so muss es sein ich meine welcher bayerische könig vor mir oder herzog bevor es die königswürde gab hat es geschafft bayern so groß und stark zu machen keiner wir tun uns sehr schwer wir können leider unsere schönen lebensmittelfabriken nicht zu konservenfabriken ändern weil wir einfach keinen fisch dafür haben und nicht genügend fisch importieren können wir kriegen gerade mal genügend fisch um eine einzelne lebensmittelfabrik zu stärken nun ähm wie wärs denn wenn wir euch da umfällt nun wir haben schon alles genommen was wir im angebot hatten oh die Stadt Hannover ist schon gefallen sehr geehrter norddeutscher kaiser können wir uns kurz nach moskau zurückziehen können wir gerne machen also meines wissens war er noch könig und kein kaiser er erkennt einfach die wahre größe des norddeutschen bundes schon ja nun aber ja so und das ist eine hausbildung deswegen wahrscheinlich pause ich gehe mal wieder schönen guten tag ich hoffe bayern ist hier auch in london willkommen spannenderweise ohne die briten hier vorzuhaben wir haben hier eingelüstet wir haben zeitlager aufgeschlagen und der brite ist freiwillig gegangen wir verlachten auf dem trafalgar square verstehe verstehe hörten sie von den ausständen in frankreich ja ja wir haben es vernommen wir haben es vernommen mal wieder revolution in frankreich was das probiert ja für wahr ein napoleon der schon herrscht allerdings eine revolution die diesen dann stürzen möchte allerdings wundere ich mich über diese occitania deren hauptstand in der britannien ist die fällt wohl bald ist schon gefallen da ist es wird wohl eine kurzlebige rebellion das sind niedere menschen teilweise auch sie wissen nicht so richtig was sie wollen ja okay der papillon schreibt wieso glaube ich dass bayern demnächst versucht wird zu annektieren wenn ich kaiser höre nein das würde das würde preußen und der norddeutsche bund niemals versuchen uns zu annektieren da bin ich sicher bayern hat einen stabilen stand und freunde in italien und in österreich und wir verstehen uns mit dem norddeutschen bund auch sehr gut wir kämpfen ja gemeinsam gerade ja was ist denn in indien passiert ich meine das hat uns noch nie interessiert aber wir sehen jetzt eine eine karte der welt das ist ja waren das nicht mal britische kolonien in indien ja die sind aber recht schnell verfallen und wir haben die punjabi haben sich dann aus der asche dieses reiches erhoben ich verstehe wie ich hörte sind sie auch sehr verschrien in der welt nun oh Prozent ah mein account ist nicht wichtig zuweiter für ihn einfach abgibt sehr interessante entwicklung auch im amerikanischen bereich haben es da reingeschaut es gibt auch ein technologie wie war es ein technologie technokratie ja ja die grauen herren die dort herrschen wir sind höchst verwundert darüber und beunruhigt genau es gibt einen gesamten geschäftsführer ja als wäre es ein 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 unternehmen ja ein unternehmen das ist ja eine selbstsetzsam entwicklung habe ich noch nie gesehen in dieser form er ist doch ein erfahrener kolonialverwalter ja merkwürdig kein amerikaner soll man einfach weitermachen oder ja ok wir müssen in bayern endlich mal eine papierindustrie eine ordentlich große aufbauen das ist doch alles jetzt mittlerweile wieder heil hier sehr schön so wollte ich das haben wir müssen in bayern endlich mal eine papierindustrie eine ordentlich große aufbauen ja damit ihr auch einen finanzmarkt aufbauen könnt nur den haben wir in konservativer weise schon gebaut mit zwölf finanzdistrikten eure verwandtschaft kann ich übrigens mitteilen dass erst ab 25 die inflationen äußerste langsam beginn zu steigen ja alles über 20 denke ich wird dann irgendwann und dann erhöhen wir doch mal konservativ auf 15 ja die 15 klappt auf jeden fall nun gut dann sieht's ja mit der diplomatischen verwicklung mit hannover aus sind sie da gute Dinge dass sich das regeln wird nun ich bin du der dinge dass hannover bald keine Fragen mehr stellen wird das ist doch schon mal gut zu hören was freutest du ja wir waren ein bisschen verwirrt darüber da wir da ja hessen unser protektorat war und wir eigentlich den krieg gewannen und das ist dann plötzlich unter hannoveranischer herrschaft stand da waren wir mal kurz dabei ein lustschloss zu bauen und schon passiert sowas immer wenn man abgelenkt ist das geht viel zu schnell sage ich viel zu schnell vielleicht solltet ihr ein lustschloss in der nähe der grenze bauen das so hoch ist dass ihr direkt auf das geschlägen gucken könnt ja das ist eine gute idee da fällt mir auch gerade ein ich habe so viele schöne schlösser und gebäude gebaut aber viel zu wenig oder kaum universitäten das ist natürlich nicht gut wir wollen ja durchaus auch die ein oder anderen dinge erfinden und vorankommen mit der industriellen ja architekten schulen sind ja richtig richtig das sollten wir tatsächlich jetzt mal langsam nachholen nachdem wir uns ein bisschen etabliert haben wobei mit der vereinigung württemberg und baden haben wir tatsächlich neun universitäten dazu bekommen immerhin das ist doch schon mal was also jetzt hier ich muss einmal afghan man muss sagen hannover hält sich tapfer wenn auch nicht mehr lange nun wir beginnen jetzt auch koloniale wege zu gehen neben missionierungen auch jetzt das inland vorzudringen ach ja wir bayern haben keine interessen an irgendwelchen kolonien wobei wir hätten interessen an den waren die fehlen uns nämlich im markt färbemittel vor allem und seite das ist ganz schwierig der neugierige norddeutsche markt ist der groß oder ergiebig ja wir werden mal schauen was wir noch so bekommen können das irgendein grund viele hätte meinen können dass ein zusammenschluss aus österreich und preußen gut gehen wird ja wer hätte das gedacht das stimmt ja ich habe mir boh ich mir feind die mittelwächte wurden gegründet wir haben mit norddeutschland österreich und der kirchenstadt haben jeweils ein defensiv abkommen oh interessant ja wir haben mit dem norddeutschen staat auch ein defensiv abkommen naja ich denke jeder feind unserer länder ist aktuell abgelenkt wenn man das glaube ich auch wo die grundlob wie ihr habt ihr habt gegründet überall in der feldzeug unruhe in bayern ist alles stabil die heilige stadt ist auch um glorreich und glanzvoll wie er die wobei wir auch bald mal und nach ägypten spielen müssen ja durchaus auch kreter muss zu den griechischen Hand ja in diesen ambitionen können wir uns gegenseitig auch gut unterstützen da wir nun den vertrag in konstantinopel der osteuropäischen union unterschrieben haben mit Teil nix war nicht im osteuropa aber nur auf mir ja und der der papst ist ja immer der Osterbumpa und der Papst genau womit wir uns alle zusammen in einer Zollunion zusammengeschlossen haben um ja den aggressiven napoleanischen Franzosen und auch den imperialistischen Großbritannien ein Gegengewicht zu bieten nicht zu vergessen dass wir versuchen wollen unsere wirtschaft so eng miteinander zu verknüpfen dass ein krieg in unserem osteuropäischen Union und dem Kirchenstaat unmöglich erscheint genau damit sichern wir auch den Frieden zumindest in Osteuropa äh ich sehe gerade was ist denn äh gab es nicht einen Osteuropa der als Westeuropa bei Westeuropa die ganze Zeit Krieg führt also ich mir fällt gerade erst auf gab es nicht einst einen österreich-ungarischen Markt also das ist ja ein riesiger Markt der hier entstanden ist das ist die osteuropäische Union von welcher wir gerade sprachen interessant ungewohnt sehr groß oh da macht man sich schon ein paar Gedanken bei diesem Markt unsere Kreuzritter haben erfolgreiche Land in Afrika erneut Aure der herzlichen Glückwunsch holzfederladen jedoch wo ähm bei ganz wohl in der Nähe holz in der Ackerhaus bis heute ja auch konservative Partei hat wieder mal die Wahlen gewonnen äh machen überlegt alles aber noch sehr sehr gut dabei wir können tatsächlich mal die Industrie mal in die Regierungsverschmacht nicht wahr genau holen wir mal die Industriellen noch dazu ich finde es übrigens sehr amüsierend wie Giuseppe Garibaldi durch die ganze Welt reist um den Bürgerkrieg zu kämpfen ja auch schon in Russland in Italien ist er nicht willkommen Lassifere nun ist er in Schweden wie es scheint ja vorher war er in Russland wahrlich ein Mann von Welt ja die Frage ist sind wir industriell soweit dass wir sagen Lassifere wäre das Richtige Naja Unruheflüchter würde ich eher sagen hm keine soziale wir haben ja noch Migrationskontrolle hier oh wie ich hörte wurde Pascal Migloretti aus dem Kirchenstaat verbannt was war denn das für ein Mann nun er war ganz offensichtlich gegen die Macht des Papstes und hat damit in Italien nichts mehr versucht die Einführung einer Republik ist ja wohl unerhört das ist korrekt das stimmt das darf nicht sein ah äh erinnere ich mich gerade richtig äh wenn man Lassifere als Wirtschaftssystem haben möchte muss man auch Freihandel dazu nehmen ja man muss Freihandel vor Lassifere haben ja dann hat sich meine Frage sowieso schon erledigt die ich mir und meinen Beratern gestellt habe dann bleibt Bayern sehr staatsautoritär geführt ich möchte übrigens betonen dass wir drei fast drei Millionen Loyalisten haben und lediglich 90.000 Radikale in Bayern also es ist ja die Leute sind zufrieden mit mir und meiner Herrschaft das ist schön was ist denn der Notterschwund hat auch eine wunderbare Verwendung für die Radikale gefunden sind fleißig dabei Hannover gerade zu erobern dadurch sinkt unerwarteterweise die Zahl der Radikalen äh Stucky ich bin mir nicht sicher ob aus Roleplay Gründen es Sinn machen würde die Klassenwahl zu beschließen vielleicht eines Tages aber noch nicht jetzt tatsächlich also ich habe schon gesehen dass es klappen würde aber ich bin mir noch nicht sicher ob es aus Roleplay Gründen passt oder nicht da könnt ihr ja mal gerne als Volkberater argumentieren im Chat ob es aus Roleplay Gründen Sinn macht wunderbar welch ein schöner Sieg welch ein schöner Sieg der Bali verdient das Sieg jetzt können wir uns auch darum kümmern dass Hessen ordentlichst inkorporiert wird ja beim Ampfinden Inneren bin ich mir noch nicht sicher Geheimpolizei oder doch wie man es klassisch macht Nationalgarde für mehr Truppen ja Klassenwahl sind die reicheren wenigstens die wählen das ist schon richtig was sind denn die Vorteile im Roleplay eurer Meinung ui was ist denn jetzt los absteigend achso Moment hier mach mal ein Interesse in den Reihen hinein mir fällt gerade auf dass ich jetzt Desperate die Fans zünden kann mein bayerischer König ähm was ist denn hier passiert äh was ist denn hier passiert bitte ähm das ist uns gerade auch eine Rätsel was zum Geier warum das Reinert auf einmal hm das verstehe ich jetzt auch nicht nur das muss aber schnellstmöglich äh wieder korrigiert werden das ist schon seit jeher in bayerischer Hand wie erst die hessen oder erst die Rheinländer hä und ein Teil von Hannover hat sich jetzt doch da war da war doch noch mehr mhm der Plan war eigentlich den Rest von Hannover da noch einzumarschieren nach dem Krieg aber mhm ein paar Truppen haben sich wohl verirrt bist du schon zum Nordrhein äh vom Rheinland gegangen äh ah nicht das denn am besten äh ich glaube das ich glaube ich glaube es gibt äh unter Diplomatie bei Release Subject die Möglichkeit das Rheinland ja genau das heißt ich muss dieses Rheinland erobern wieder ja ja nein Rheinland kann ich nicht Müsste du ein ähm ähm zum Rheinland gehört auch der Nordrhein da kann ich die nicht freilassen aber wie aber wie konnte das ohne einen Krieg passieren dass sowas an euch fällt ha ich entschuldige mich für malz das ist eine Katastrophe unsere ganze Wirtschaft wird durcheinander geworfen es ist katastrophal ah mhm ich könnte nicht äh vielleicht eine kleine Militärübung abhalten das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen das heißt wir müssen unseren Defensiv-Abkommen erst einmal beenden und die Beziehungen radikalisieren oder? äh mhm ja dann beginnen wir die und zwölf Monate warten haben wir einen Waffenstillstand ja scheint mir als würde ein Kreuzzug haben wir ja der Kirchenstadt genau der Kirchenstadt wird jetzt der Norddeutsche Bund würde bis dahin ähm die Bayern ja das ist sehr entschädigt das würde uns sehr freuen denn tatsächlich fehlen uns jetzt 260 wir wollen da sind auch sehr verengert da unsere Fischhandelsroute nach Bayern jetzt nicht mehr stattfinden ja der gesamte Fisch fehlt uns die gesamten wichtigen Waren aus den Niederlanden fehlen uns das ist katastrophal für die Wirtschaft haha die kann Bayern ja einfach aus dem osteuropäischen Markt beziehen nicht wahr? na scheinbar nicht ihr habt nicht das was ich brauche kein Fisch ist mehr vorhanden äh Fisch ist bei uns jetzt keine Ressource die so verbreitet ist bei dieses Griechenland seine Heiligkeit ruft zum Kreuz zu ich hab gehört in Siam gibt es viel Fisch he 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 seine Heiligkeit ruft zu einem Kreuz zu Seus Wuld Gott will es und Preussen äh genau Preussen Polen wird antworten Polen wird auch antworten und auch Bayern wird sich dem anschließen wir werden mitmachen wenn auch in schlechter Situation eh jedoch müsste der Papst den Polen Schiffe geben wir besitzen keine eigenen ja wir Bayern schicken Truppen nach Rom und die dürfen dann verladen werden ich möchte noch einmal einen das ist doch jetzt wohl langsam das kann doch nicht sein was ist denn jetzt hier los jetzt ist Hessen wieder in hannoveranischer Hand was doch jetzt hier eigentlich oh nein also ich möchte nicht sagen aber diese deutschen Staaten sind wirklich sehr wechselbedürftig ich vermute solange Hannover lebt wird das glaube ich so weiter gehen oh nein wenn es der Waffenscheater mit Hannover dann beendet in vier Jahren ist ja nicht so als hätten wir ja schon 19 Verrufenheit so jetzt reicht es mir wir wollen das ist die Nationalgarde oh Antoni Nowak will in den Norddeutschen Bund auswundern das ist eine Katastrophe hier diese vermaledeiten Hessen und Rheinländer mir scheint es zu sein dass die Herzogtümer von Hessen und Rheinland ziemlich illoyal sind ach pappalapap ich rate dem bayerischen König sobald er wieder das Rheinland und Hessen unter Kontrolle hat die Nade dort auszutauschen oder gar komplett hin zu richten ja das wäre zu überlegen tatsächlich ich stimme ihnen zu das polnische Königshaus kann da nur sagen das funktioniert sehr gut wir haben das auch minks getan und kaum war das getan ja höchstabwechstungsreiches Gameplay ich sag mal so ich bin das keine größeren ich wurde darüber informiert dass ich in irgendeiner Form einen Mord beauftragen kann ich bin so langsam in der Stimmung ich weiß nicht was passiert wenn ich das mache ja aber leider könnt ihr nur in eurem eigenen Land Leute ach so nun dann ist es weniger interessant das ist dazu gedacht Leute in der Opposition ich hab auf Position etwas ruhig zu stillen darauf ein Oktoberfest ja ich muss der bayerische König muss jetzt einfach sehr viele Liter Bier konsumieren einfach die Sorgen ja er will das einfach gar nicht mehr sehen dass Hessen und Rheinland nicht mehr zu Bayern gehören als alkoholsüchtiger Papst können wir das natürlich verstehen richtig nach all den Kriegen die die polnische Bevölkerung geführt hat ist uns aufgefallen dass nun anscheinend jeder Pole mindestens 10 Waffen jeglicher Art bei sich zu Hause bunkert wir gehen davon aus dass das keinerlei Konsequenzen dazu witzig ähm ich hoffe das Konsequenzen mit sich bringt nämlich dass meine Waffen wirtschaft wächst oh die Vereinigten Niederlande möchte ich den Markt von Hannover öffnen was oh diese Marktöffnung ich glaube sie werden vielleicht einfach nur andere Leute hineinziehen nicht wahr ja wahrscheinlich damit Hannover Ruhr gibt das ist doch unfassbar bald wird der Kreuz mit der Staat Ägypten und für euer Problem mit diesem komischen Hannover ihr habt eine Lösung ich hoffe ich habe eine Lösung bin gespannt äh das Rad der Zeit ist glaube ich auch mal wieder ein bisschen ausgerutscht ach Gott Johannes der Große äh äh nun mein lieber mein werter Papst äh wo sind die Schiffe meine Soldaten meine Soldaten stehen äh in Bessarabien an der Küste auf das Schiffchen ja unsere Truppen werden jetzt erst einmal anlanden müssen deswegen ja auch österreichische Truppen geben sie auf den Weg nach Tyro und anschließend äh solltet ihr in der Lage sein euch Hessen wieder einzuverleiben werter bayerischer König dann sollten diese grässlichen liberalen Nationalisten aus Hannover endlich mit ihren Aufständen aufhören und der Nordrhein wird nun niederländisch oder nur bis der norddeutsche Bund ihn zurückerwerben möchte für eine gewisse Summe Geld wie der Händler in den Niederlanden sagen könnte nein das ist eine gewisse Summe von Tulp ja genau Spekulationen könnten beginnen Adlanes Adlanes ja ähm wenn ihr mich ziehen mögt kann ich nicht äh ja hab ich ganz klar Moskau so wir werden mal hier die Landwirtschaft etwas noch fördern Russland stellt sich seit Hannover es scheinen alle durchzudrehen jetzt Russland oh nein wie was ist mit Russland stellt sich auf die Seite von Hannover dabei kann Russland nicht mal Truppen schicken Russland hat nichts mehr zu verlieren ja 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 Russland am Ende quasi ich befrage von Belgien die Russen schlagen nur noch mit um sich na die haben noch 60 Flotten mit denen könnten sie in der Niederlande landen finden den Weg ja gar nicht äh ich sehe dass der Papst gelandet ist und werde nun meine Truppen senden ja aber das Stage Transfer Tool also ich kenne die Mod aber die haben wir jetzt halt nicht und die hat auch beim letzten bei der großen Multiplayer-Runde für große Probleme gesorgt Eiwei äh bemerke jedoch sofort dass äh der Papst nicht genug Schiffe bereitgestellt hat das war katastrophal weswegen ich nur 20.000 senden kann wir sind erfolgreich gelandet äh Polen sendet äh die versprochenen 20.000 wir sind in Kairo gelandet soeben weil sie dort noch truppen ähm also wir hatten uns dem Ganzen angeschlossen aber wieso sind wir nicht Teil des Krieges sie hätten glaube ich manuell auch noch in das äh eigentlich nicht ich musste das schon ich hatte aber kein Interesse dort ja das ist aber eigentlich sollte das Event so wir sagen dass äh dass die Leute die tun es haben auch Leute den Boni gekriegt die gar nicht im Kreuzzug sind also das ist ein Fehler ja schade Nordische Verbund hat die in den Boni gekriegt Holland hat sie gekriegt und so weiter höchst enttäuschend äh aber Bayern hat auch den Boni gekriegt äh meine Berater haben mir mit gezeigt dass nun die äh industrielle Revolution erfolgreich auch in Polen wird hört das ist doch was ja wo es fehlt uns einiges an Kohle in Bayern hm und unsere Wirtschaft hat einen Boom erlitten wir sind Nummer 1 im BIP pro Kopf wirklich? Riechenland äh ich könnte sagen eure Verwandtschaft stellt sich etwas besser an nicht wahr Polen kann mitteilen dass dieser Boom damit zu tun hat dass soeben gerade 5.000 äh Menschen in Polen bei der Lotterie gewonnen haben und mehrere und alle tausende und bekommen haben die so existieren äh die polnische Wirtschaft äh garantiert zu 100% ein sehr schneider Abfall ja aber ich dachte äh dass nur einer im Lotto gewinnen kann und nicht 5.000 ja aber da Polen äh ne ne einer bei Völkungsgruppen kann gewinnen es ist vielleicht noch Kommunismus beim Völkungsgruppen wer weiß es können auch Klassen gewinnen wir haben die wir haben die Staatsreserven Russlands geplündert und haben diese zum Lotto freigegeben und 5.000 haben das gewonnen so 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 interessant wir waren ja in St. Petersburg und äh wir wollten nicht alles für den Staat selbst nehmen und es war uns legal legal technisch verboten das ist aber sehr ehrenwert naja kaufwütige Polen kaufen gerade den ganzen Makler ne ich meine die Wirtschaft das sinkt auch schon lange wieder ja ja über den bayerischen Markt möchte ich nicht reden der sah so gut aus gerade noch doch nun nach jedem nach jedem Flut kommt halt auch der Fall und wenn man zu hoch fliegt ist der Fall halt sehr hart wir hatten Überfluss an Eisen jetzt haben wir zu wenig das ist doch unfassbar und unsere Kreuzritter sind im heiligen Land gelandet das hört sich doch gut an das hört sich doch gut an äh die polnischen Eisenbedarf könnten wir gerne auch decken die polnischen Soldaten kämpfen um Adena jedoch verlieren sie wie ich gerade sehe gegen eine starke Übermacht von ägyptischen Soldaten ja aktuell kölft die Hauptlast meiner Truppen in Syrien bei Aleppo ähm der norddeutschen Markt möchte er vielleicht einmal mehr Seite produzieren das wäre fantastisch norddeutsch das ist der oft europäische Markt denn nur wir südeuropäer können Seide produzieren also eigentlich kann das nur Griechenland und ich ja dann würde uns das sehr freuen wenn Griechenland und Italien einen Fokus auf Seide legen würden wir würden das sehr gerne stärker importieren ja das können wir gerne machen nachdem wir den Fokus gerade noch auf Bild umlegen und in Universitäten bauen ist jemand unter dem Wissen was hier in Deutschland passiert ist mit den ständigen Rebellion von irgendwelchen Hannoveranern? äh nein nein zur Zeit auch nicht also fürs Rheinland bin ich verantwortlich das gebe ich doch voll aus Schärmen zu also ist es so passiert eine der drei Nationen die in normal Deutschland ist kriegt eine Variable drauf dass sie quasi der bevorzugte Vereinigungskandidat des Volkes ist und solange der existiert werden immer mal wieder Provinzen zu ihm flippen das ist hier passiert Unterwanderung sag ich doch ja Unterwanderung ihr wurdet unterwandert von liberalen Agitatoren aber wir werden sie für euch ausmerzen unfassbar ihr könnt dann euch Hessen gleich wieder einverleiben und den Nordrhein trete ich selbstverständlich an den Norddeutschen Bund ab vielen Dank Polen und Litauen kann hiermit verkünden ja Bayern wird auf jeden Fall nicht Teil dieses Marktes Bayern bleibt im eigenen Markt das wird hier verkündet der Norddeutsche Bund kann verkünden dass wir das Land mit der dritthöchsten Alphabetisierungsrate haben ganz knapp hinter der Vereinigten Niederlande nun also in Österreich können 37% der Menschen lesen und schreiben aber man sollte das auch nicht immer so eng sehen ja das ist ja mehr 30% bei uns sind es 53,3% wir dürften in Italien die Analphabeten im Konflikt Italien aufnehmen deswegen das Schlimme ist dass wir uns in unseren Universitäten auch noch weggefallen ist die wir eigentlich noch dazu hatten naja bauen wir eben noch ein paar Universitäten in Bayern Bayern sollte nicht wegfallen nein es handelt sich lediglich um den Bereich der Mitte von Deutschland wo sich diese Liberalen aufhalten ja wenn die Probleme in Zukunft bald wieder behoben sind haben die Niederlande mehr Färbemittel wir brauchen Tonnen an Färbemittel und kommen nicht hinterher der Norddeutsche Bund könnte auch Tonnen an Färbemittel gebrauchen ja wir werden sicherlich in Ghana unsere Färbemittelplantagen ausweiten nun müsst ihr aber auch sehen dass dieser kleine Konflikt hier doch einiges an Ressourcen gepostet hat aber wir werden uns bemühen diese Kolonialwahn für den europäischen Markt herzustellen die polnische Regierung fordert hiermit alle Polen die außerhalb Polen mit uns leben auf bei der nächsten Wahl dafür zu wählen dass nun auch nicht Polen wählen dürfen ich bin verwirrt und folge sagen die Polen sollen da leben Polen in Griechenland falls ja dann werden wir ein bisschen ungebeten mitteilen ja ja 1000 Polen leben in Griechenland wie denn das ihnen sein dass sie so abstimmen 1000 Polen sind 1000 Polen schauen wir doch mal ob in Bayern äh Polen leben äh die 45.000 Polen werden sich auch zur Wahl begeben ich glaube nicht dass wir können wir das irgendwie genauer nein äh ihr könnt bei eurem Kultur ähm mehr? nein danach auf mehr Anzeigen wie bitte? auf mehr Anzeigen und dann ähm ihr glaubt aus welche Kulturen alle in eurem Land sehen wenn ich mehr Anzeige dann sehe ich nur die Berufe äh wartet ich schaue einfach selbst nach in eurem Lande lebt äh kein Polen aber ich würde das gerne selbst sehen und detaillierte Liste ne Bevölkerung und Diagramme unter Kultur kann man das doch einfach ganz einfach machen weil da wären alle Beziehungen, Diagramme Bevölkerung und Diagramme und dann kannst du quasi alles ausklappen ja Süddeutsche, Alemann und Aschkenis habe ich hier als Bevölkerung und mehr nicht genau mehr besitzt ihr auch nicht achso dann sonst wäre ich hier noch mehr Anzeigen wenn ich mehr hätte genau aha es scheint mir als wurde gerade eben das französische Empire oh Imperium unter einem Bonaparte mal wieder und es herrscht auch ein es lebt auch immer noch Napoleon Bonaparte übrigens immer noch im Alter von 83 der startet bald seinen nächsten Feldzug nicht schlecht nun gibt es also in Europa alleine drei Empires ha 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 das österreich-ungarische und das polnisch-litaunische Empire ja gut in der Zahlenreich ist eigentlich auch ein Empire der Kreuze könnten übrigens beendet werden ja ja kann er ich weiß nicht ob ich dieses ob ich dieses Skelett eines Reiches noch als Empire bezeichne Geod Wuld Jerusalem wurde erobert oh herzlich Glückwunsch grüß dich des Wünsche aus Bayern der katholische Glaube hat obsiegt und wie ich sehe haben wir ja sogar immer unter Ägypten in euch einverleibt ja das Patriarchat von Alexandria ist mal in der reitenwunde wieder unter christlicher Hand verstehe wir haben auch schon in Madagaskar hunderttausende Katholiken mittlerweile eine umsetziert voran Tatsache Tatsache Werther Norddeutscher Bund ich glaube unser Waffenschnittstand ist abgelaufen wie können wie können 500 dann können wir diese kleine Militärübungen gerne abhalten für das Rheinland dann machen wir dies doch äh wenn ich raten müsste würde ich sagen sie sind ausgewandert ähm wir haben jetzt auch 22.30 Uhr eigentlich ja unsere kleine Militärübungen können wir noch bestimmt abhalten ja ihr könnt dann einfach ach stimmt ihr müsst ja dann einfach nur nachgeben direkt genau richtig richtig nur macht es uns doch deutlich verrufen in der Welt obwohl das doch alles friedlich gewesen wäre nun ja ich hoffe dass dort noch alles so steht wie ich es verlassen habe im schönen Rheinland wir haben dort nichts angefasst ja das sieht schon viel schöner aus ja da fehlt noch Hessen wir suchen nun den heiligen Graal aber jetzt muss ich das Rheinland inkorporieren das in 5 Jahren der König ist echauffiert weiterhin da äh da äh muss die Finanzierung noch einiges weitergehen um diesen Fauxpas wir würden das noch ein Jahr äh ein Jahr? ich würde fast sagen die 5 Jahre bis das Rheinland inkorporiert ist wären notwendig bis die Steuern wieder dort fließen wie es sich gehört äh wir würden den äh äh griechischen Staat darum bitten die grünere Gras Kampagne in Tragien zu binden da zurzeit zu viel Arbeit in der Kraft die nicht peunisch ist aus Grunetorn abwandern natürlich das tun wir doch gerne damit haben wir kein Problem ist da gerade der Mann irgendwie mit Nachnamen Portugal der da verbannt wurde ja der auch zu Holland verbannt wurde ja er Portugale Portugale hallo ist der Desinteresse ich grüße dich hallo äh allgemein kleine Frage an den an die osteuropäische Union äh hat einer von euch irgendwo grüneres Gras Kampagne an weil nein wenn ja dann bitte deaktivieren denn Bevölkerung das wenn die abwandert ist nicht gut für die Seele des polnischen Königs für die Seele also ich hab jetzt alle ausgeschaltet ich bedanke meine ich aber auch alle aus da passt nur dann wird Bayern sich darum kümmern dass sie alle nach Bayern wandern können das äh dann müsst ihr im Markt betreten wieso können die äh nicht äh ins Ausland auswandern äh ja schon aber die Anforderungen dafür sind sehr hoch ja das ist äh nein die polnische die polnische Regierung erlaubt das Auswandern außerhalb des äh äh Osteuropäischen Union ach sie erlaubt es nicht ne ne wir erlauben es nicht ich hab ja ja ich hab das Wort nicht äh darauf habe ich gewartet und ich habe es nicht gehört jetzt ok nun gut nein nein das Auswandern ist verboten und nicht gestartet haben schade das ist so schön in Bayern langsam steigt auch der Lebensstandard wieder nach dem das glauben das glauben wir gerne goat jedoch haben wir in waschau dem entschluss gefasst das wenn wir das auswandern lieben würden würden uns die ganzen russinnen aus dem land auswandern und deswegen haben wir uns entschieden äh äh ich bin als polen einfach sein staat unter deutschland also sprich ich bin nicht der marktführer weswegen meine bevölkerung erst nach deutschland wandern kann und erst von deutschland ausland woanders also wenn sie ins ausland wandern wollen müssten sie erst nach deutschland ausland war genau innerhalb des marktes könnte zwar überall hin wandern nach österreich nach italien nach griechen hat aber wenn sie außerhalb des marktes auswandern wollen müssen sie erst mal nach deutschland und dann von dort können sie dann erst aus ich verstehe das das hat paradox eingeführt damit die usa ist nicht hinkriegt innerhalb von 20 jahren von 15 auf 80 millionen bevölkerung ich verstehe eben bemerkt der kirchenstadt ist der größte handfeuerwaffen produzent der welt das ist aber das heiliger vater ich mal gedanken machen warum das so ist das ist natürlich nur für die ausstattung der kreuzritter ja ach so ja gut für den kreuz zu machen macht das der sinn dass das benötigt wurde das würde erklären warum die preußischen fabriken leer stehen es sind auch nur 30 waffen fabriken ja und 20 bei uns stehen leer hat sich österreich umgang für neutral erklärt oder in diesem konflikt oder hatten sie kein interesse wir hatten gerade kein interesse da wir dabei sind unsere sansibar zu annektieren wofür wir kurz den verteidigungspakt mit dem norddeutschen bund aufgeben müssen da kann ich das immer noch nicht machen da musst du abwarten noch mit dem oman habe ich nicht mehr allerdings dass du kriegst aber ein mit dem modellten bund und damit kannst du es nicht machen mal nicht aber der kann ich auch nicht den oman dann angreifen ich bin mir mal waffen in die ganze welt so oder so muss ich den eh erst mal heilige gebrauchte gebrauchte Waffen sind da der Krieg ist gleich ruhig das wäre schön ja bei 82 Prozent dann könnte Hessen noch zurück integriert werden und machen wir Schluss das wäre fantastisch wenn das noch äh ganz geschlossen funktioniert ja apropos werte niederlande wir haben einen hohen bedarf an zucker an und an färbemittel immer noch ich bin bereits an reinhandeln in euch das ist gut das ist gut ich glaube färbemittel ist auch gerade besser geworden wir müssen nur noch einige sachen umstellen wir konnten vieles nicht umstellen weil wir die färbemittel nicht haben wir sollten vielleicht einen handelsvertrag machen um die bürokratiekosten zu sparen das können wir gerne jetzt wo wir so viel handeln wie ist eigentlich gekommen dass holland ein größeres kolonialreich hat wie england oder frankreich holland ein größeres naja wo denn naja also in Afrika also und in Indonesien dazu in Afrika? in Indonesien sind in West auf Elfenbeinküfte ah in West? oh ja tatsächlich das ist uns gar nicht aufgefallen die Briten scheinen ja in Afrika gar kein Interesse zu haben kann hiermit erfolgreich mitteilen dass in Polen ab sofort auch Nicht-Polen wählen wird das ist eine moderne Techno-Technologie die es ermöglicht der Bevölkerung eine Stimme zu geben ich komm von Gott ich denke das hat nicht so ganz so funktioniert mit ähh sie haben doch kapitaliert thirty vid hatte aber bleibt das dann wenn sie weg sind weg also wenn halt einfach weg ist dann bleibt es bei euch na gut das heißt in sechsunddreißig Monaten Oh Gott. Dann, liebe Leader, lande, dann würde ich direkt den Nordrhein noch korrigieren wollen. Ja, bitte. Ich bitte darum. So, jetzt haben wir wieder genügend Eisen zum Glück. Ja, wir handeln auch fleißig nach Bayern. Ja, aber Färbemittel ist katastrophal. Wir können unsere ganze Tuchfabrik... Wir haben riesige Tuchfabriken, aber wir sind alle auf handgenähte Kleidung. Wir müssen alles handgenäht machen. Das ist katastrophal. Wir müssen zunächst... Aber handgenäht ist auch positiv zu bewerten, oder nicht? Ich meine... Ich trage lieber was handgenäht ist, als was von der Stange. Ja, aber per handgenäht kann man nicht so viel von herstellen. Das Schlimme ist, wir haben handgenähte Kleidung, aber wir können nicht auf Handnäherarbeit umstellen, weil uns die Seite fehlt für die Luxuskleidung. Also die Bevölkerung hat unser Staat hier unten nicht. Unsere Bevölkerung dreht inzwischen Güte. Das ist nicht schön. Güte? So, Zucker brauchen wir jetzt in Zukunft auch wieder stärker. Wir haben die Lebensmittelfabrik ausgebaut. Und die Bierproduktion muss natürlich auch erhöht werden. Das steht fest. Oh ja, passt auf jeden Fall. Aber da brauchen wir noch mehr Zucker und Glas. Können wir das nicht irgendwo noch... Lieber Niederlande, sie könnten jetzt nicht nachgeben. Oh nein, wir kriegen keinen Zucker. Wir können uns das Zuckerdefizit nicht leisten. Wie enttäuschend. Dann können wir leider nicht noch mehr Alkohol produzieren, sondern müssen da wieder zurückweichen. Schade. Der polnische Staat hat sich dazu entschieden, das Holzproblem in der osteuropäischen Union anzugehen und eine massive Rodung der galizischen und baltischen Wälder zu bewegen. Das ist sehr gut, weil Italien hat kaum noch Wälder, die mehr abholzen können. Ich schlage vor, dass wir am 01.01.53 pausieren. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 10.000 Holz abholzen. Ja, aber derzeit ist der Kirchenstadt der drittgrößte Holzproduzent. Ich frag mich, wie? Weil der polnische Staat bis jetzt keinerlei Ressourcen in die Abholzung seiner Wälder gesteckt hat. Ach so. Und wir erst jetzt damit beginnen. Wir beginnen jetzt mit dem brutalen Durchgreifen im Rheinland. Nachdem diesem Hin und Her ist jetzt die Hälfte der Bevölkerung im Aufruhr. Bayern muss jetzt mit harter Hand alle umbringen, die es wagen, hier noch einmal sich von Bayern entfernen zu wollen. Es gibt jetzt radikale Umstürze in Bayern. Mein lieber Küchenstaat, der polnische Staat war damit beschäftigt, der zweite größte Produzent von Lebensmitteln und Konservendosen zu werden. Wieso ist denn das Eis wieder teuer? Wir haben doch gerade genügend Eis. Wir haben doch Kohle brauchen wir auch in Masse. Nun, sollen wir jetzt Kohle oder sollen wir Holz euch liefern? Ich bin Niederlande das produktivste Handelszentrum der Welt haben. Kurz OOC, Askanon, das hört sich gerade an wie Küchenstaat, nicht Kirchenstaat. Küchenstaat. Küchen, der Küchenstaat. Küchenstaat. Küchen, wie die Küche, wo du kochst. Küchen. Aber ich muss dir wieder ein paar Sachen umstellen. Wo bin ich hier gelandet? Welcher Markt? Ich ernte auch Brustoffverlaub. Ich sorge dafür, dass jeder Tabak rauchen kann. Ist das nicht auch positiv? Ja, das ist auch sehr viel wert. Ja. Meine Bevölkerung geht jetzt schon richtig gut. Ich bin... Ich finde. Flächenland tut einfach jeden mit Tabak und Opien versorgen. Ein wertvolles... Ein wertvolles... Ein wertvolles... Ein überaus wertvolles Volk. Ein wertvolles Volk. Ein wertvolles Volk. Wir hängen. Jetzt nicht mehr. Nein. Der 1. Januar. Ja. Ich glaube, ihr wartet an einer veralteten Zeitlinie. Ja, das ist korrekt. Aber es liegt nicht an uns. Seid euch sicher. Ganz sicher. Zur Nachfolge nach Luxusgesund ist gerade enorm gestiegen. Oh, positiv. Soll ich ein Lotto gewinnen? Wer hat ein Lotto gewonnen? Ja. Die Norddeutschen haben ein Lotto gewinnen. Oh nein. Oh nein. Das sind Norddeutschen. Ja, das hatten wir in Dutch East Indies eben gerade auch, dass die Kapitalisten einfach gesagt haben, wir haben einen Molotto gewonnen. Wir kaufen die Welt. Das Problem ist, dass in unserem Fall es jetzt schon das zweite Mal ist und wir haben die Erfahrung, dass dies normalerweise die Wirtschaft in ein tieferes U senkt, als es davor war. Ja, aber bei Kapitalisten ist das nicht so schlimm wie bei Arbeitern. Ja. Das stimmt. Arbeiter und sowas, die sind ja sehr viele. Aber so kann man jetzt schön auf die ganzen Luxusgütersteuern erheben. Also der Klerus ist wohl ziemlich süchtig nach Kunst, weil ich mit Abstand mit dem Doppelten von Part 2 Nummer 1, 2 Kunstfunktion bin. Äh, wo sehe ich das Ergebnis? Das ist interessant. Wo sehe ich eigentlich das Ergebnis von Lottogewinnern? Ich hatte jetzt auch Lottogewinner und dann wurde jemand... Woher weiß ich das? Ähm, bei Bevölkerung und dann Übersicht. Da siehst du Überfluss. Und wenn eine große Gruppe im Lotto gewinnt, äh... Mittelschicht? Dann hat die minus 2.000 oder so. Kann ich das noch... Ach, Minus. Ach so, ein Defizit, nicht ein Überschuss. Ja, einen riesigen... Ja, genau. Also die Unterschicht hat jetzt minus 11.000 Defizitprozent. Ja, die hat auf einmal seine Geld dann aber wieder aus. Der Krieg der Staat, bitte nehmt dies an, was ich euch gesendet habe. Weil die im Einklang gleich werden und das ganze Geld dann aus dem Team zerwerfen. Ich bin verwirrt, wieso mache ich gerade plus 3 Millionen? Äh, ja, weil die Bauern Geld haben gerade und alles ausgeben. Deswegen haben sie auch so ein Minus, wie sie sieht. Häuft das an, ihr werdet das brauchen. Ja, denn danach kommt der Fall. Danach haben sie nämlich gar nichts mehr, weil sie alles ausgegeben haben. Oh Gott. Dann wird mein... Das heißt, der Lebensstandard, der jetzt nach oben schnellt. Geht da oben nicht runter. Oh nein, wir waren doch gerade auf einem konservativ guten Weg nach oben. Aber werter König, ihr kennt euch doch mit Bergen und Tätern aus. Ja. Dann müsst ihr wissen nach einem, wer kommt immer? Ja, ja. Geht immer die Palfahrt. Oh mein Gott, wieso ist denn meine Regierung jetzt illegitim? Was ist hier los? Werter, werter, werter griechischer Staat, könntet ihr bitte euch einen weiteren Rivalen suchen, bestenfalls des Osmanischen Reich, sodass auch wir unseren Verteidigungspakt eingehen können? Natürlich. Es gibt jetzt eine, übrigens eine deutsche Volkspartei, die sich gegründet hat in Bayern. Oh. Deutsch-Nationale Volkspartei, die Streitkräfte. Ich glaube, die Streitkräfte versuchen eine Vereinigung mit dem Norddeutschen Bund einzugehen. Ich würde das unterdrücken, wenn ich... wenn ich hier werde. Oder sie haben ein ganz anderes im Sinne. Oder sie haben ein ganz anderes im Sinne. Die Verbrauchsteuereinnahmen, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wir sollten langsam posieren, meine Herren. Ehm... Oh. Ne, das ist mal eine Frage. Nicht, Platonius. War alles gut, alles gut. Passt schon. Wie Seppe Garibaldi ist aus Schweden wiedergegangen, nachdem er einmal durch alle Länder Europas gehüpft ist? Ja. Ähm... Gibt's nicht ein Problem, wenn man zu viel Gold als Reserve anhäuft? Müsste ich das jetzt nicht schon irgendwo sehen können? Ähm... Nun... Nein. Es gibt kein Problem, ihr spart einfach nur mal weniger Gold an. Anmuch ein Lottogewinner ? Oh Gott. Oh nööööööuh! Vielleicht... ...bank ich das direkt lerne. noch einmal überdacht werden habt ihr auch über spielhüllen dabei daher kommt das sonst gäbe es das nicht naja wir finden wenn ihr findet wenn ich fest das geht habt ihr kredit der die platz und dann habt ihr glücksspiele und andere lustige dinge ist auch immer sehr schön dass ich glaube wenn er negativ auf den lebensstandard auswirken ja auf dem sinne ortshaft ist hätte ich auch das geld mineral logische untersuchungen in franken zu machen das ist auch recht teuer ja dann macht es doch nicht dass man ich bin gespannt was passiert ich würde den kurzen weg gehen das ist ein langweg ich nehme mir den kurzen weg ja mit kürzen wegen im gebirgischen bereich was sind der kurze weg also ach so den pöbel einfach ignorieren ja das würde doch zu uns passen das ist der kurze weg ihr meint oder habt ihr eigentlich schon die walhalla errichtet dafür fehlt uns irgendwas wenn ich mich nicht täuschen dafür fehlt uns noch der realismus nichts was wir fokussiert haben aber sollten wir wahrscheinlich aber wir bekommen ihn sowieso bald in vier bis sechs monaten wir keine stimme der hier anwesende bischof in warschau ist unglücklich von der treppe gestürzt hat sich das glück gebrochen wir fordern aus dem wir fordern aus einem neuen an die die finanzierung an bayern können wir langsam beenden da wir gerade 321.000 an bayern sagen also wir nehmen das alles also ich möchte noch mal festhalten dieses problem was sich jetzt etabliert hat ist noch größer als man denkt ich hatte vorhin 90.000 radikale und drei millionen loyalisten ich habe jetzt 1,4 millionen radikale und nur noch 1,4 millionen loyalisten also die leute mögen es nicht dass der lebensplaner singt das jetzt kommt wenn man eine frage ist der krieg in europa nicht jetzt zu ende komplett wir sollten position ist 23 uhr und könnte der nächste uhr fortsetzen dann machen wir das doch einfach ist ein freiwilligen die statistiken macht diesen bestimmt sehr lustig heute ich finde es übrigens überaus witzig dass bei der gründung der osteuropäischen union ausgerechnet italien das mächtigste land war ich muss mir sagen zu betonen dass norddeutschland demnächst wahrscheinlich mitteleuropa gründen wird was mitteleuropa mitteleuropa okay eine lore technisch eine weg drei variante von der eu die haben wir schon in dem technisch der pedig gegründet ja das ist auch osteuropäische union genannt werden dann alle geschluckt nein nein du hast du irgendwann die option zu sagen dass du gerne der kaiser werden möchtest aber können alle anderen nein sagen und die auf die fresse geben dann lassen wir das glaube ich lieber ne mach mal mach mal gründet gründet trotzdem fährt aber nur nicht überheblich das reicht aber wenn die mitte europäische union gegründet wird ist das dann die west erweiterung der osteuropäischen union die besterweiterung wäre wenn sich bayern anschließen würde aber bayern hat da kein interesse aktuell bayern möchte ein eigenständiger staat bleiben mit wirtschaftlicher handelstechnischer autorität und autonomie und da die polnische armee an jeder waffe made in germany oder made in österreich draufsteht naja also eigentlich noch benutzen wir noch benutzen wie die deutschen und österreichischen waffen denn wir vertrauen den den päpstlichen waffen noch nicht die päpstlichen waffen sind so liebe zuschauer wir sind also heute so ein bisschen zum ende gekommen für diese multiplayer runde haben von 1836 bis 1853 gespielt ja bayern sah mal sehr gut aus jetzt sieht es in ordnung aus es könnte besser sein aber ja wir holen uns beim nächsten mal wieder hessen zurück und dann versuchen wir mal wieder die industrie ein bisschen stärker noch zu fokussieren und ich habe ja immer noch dieses interesse an elters lothringen da hoffe ich doch sehr dass wir da noch das hinbekommen und ein bisschen unterstützung vielleicht bekommen müssen wir mal schauen aber dieser lotto gewinn ist schon ein bisschen kurios wir haben noch eine volkszählung der süddeutsche bund wieso wann ist eigentlich wann ist bayern ein einigungskandidat was fehlt denn dafür dass bayern ein einigungskandidat noch wird wir sind doch eine mittelmacht müssten wir da eine großmacht sein hoffen wir dass hessen diesmal klappt das hoffe ich auch so wir müssen es noch moin erdmännchen müssen noch das thema mit der kiefer losung noch mal ein bisschen abklären und zwar war mal der ursprüngliche plan den kie an die abonnenten also unter also für heute und den abonnenten zu verlosen und in den nächsten live streams an alle zuschauer ja ja nationalismus habe ich schon ganz lange erforscht jetzt ist nur die frage unter den abonnenten die gerade da sind also mal alle die gerade ein abo da gelassen haben die nur ein sub haben hier die frage hat erstmal grundsätzlich jemand von euch ein interesse daran einen key zu core born nations of the ultra core zu gewinnen für alle die das nicht kennen core born nations of the ultra core ist das spiel was ich aktuell sehr sehr viel live streamen was ich auch morgen wieder ab 19 uhr live streamen werde wo wir ganz tolles roleplay betreiben da spiele ich den lord gaios lagoon da gibt es dann noch typikalli lotti eine streamerin die spielt die lady und dann gibt es da circa 20 leute plus minus immer mal die halt teil unserer roleplay stadtbrücken wacht sind und ich kann doch ja einfach mal ganz kurz zeigen dass ihr es mal seht vielleicht das ist glaube ich eine gute idee das ist eine gute idee aber dann seht ihr ja was es morgen gibt was es interessantes geben kann zeige ich euch das doch mal schnell und an der stelle auch noch mal die frage vielleicht für die zuschauer die dazu gekommen sind wen von euch könnte ich denn an der gamescom treffen ich bin an jedem tag da schau das gerne meine chat das würde mich interessieren scheint auf jeden fall nicht irgendwie groß jemand der einen sub hat in den chat zu schreiben dementsprechend machen wir dann vielleicht die verlosung dann doch unter allen zuschauern die interesse an dem key haben und deswegen zeige ich euch einfach kurz das spiel was wir jetzt eben die ganze zeit spielen und das im roleplay machen dass ihr überhaupt wisst um was es geht was ihr dann gleich für den key gewinnen könnt und ich habe noch viele keys von da von dem spiel also ich werde an jedem in jedem live stream schon einen key dann verlosen so und zwar einmal die spielaufnahme ändern korborn zack so so genau das ist korborn hey me du kannst auch mal ganz schnell im stream das spiel ändern von victoria 3 auf korborn ich kann euch ja mal zeigen was wir bisher gebaut haben wenn man fängt hier mit nichts an man hat auch keine kleidung und dann muss man sich sachen sammeln sachen craften werkzeuge schwer waffen rüstungen kleidung und dann kann man gebäude bauen und wir haben das alles im roleplay gemacht das heißt wir haben eine stadt aufgebaut brücken wacht und ein palast dazu ähm das hier bin ich lord gaios lagoon ich finde das ist eine schöne grafik und das ist alles noch early access das heißt das spiel wird auch immer noch weiterentwickelt das spiel kostet ungefähr 20 euro äh wie gesagt morgen wird es hier im live stream weitergehen ähm ab 19 uhr mit diesem projekt und hier hat noch einiges nicht geladen da unten müsste es eigentlich eine hütte geben das spiel braucht kurz bis es alles alle text touren äh lädt so da unten wurde auch noch äh da wurden noch zwei weitere hütten und häuser gebaut das müssen wir noch mal ein bisschen abklären das war nicht so hundertprozentig mit dem lord abgesprochen nur interesse an äh vic dreimann kommen äh zwei drei ja also victoria 3 wird es jetzt jeden samstag ab äh 18.30 Uhr geben darauf könnt ihr euch freuen das ist der palast den wir hier gebaut haben wie ihr seht recht hoch recht groß und das ist noch gar nicht alles denn das hier ist unsere ganze stadt dahinter ist noch die ganze stadt okay da ist die lagerhalle das hier ist unsere taverne ist sogar grad jemand hier ah unser priester hier geht es in den weiteren teil der stadt da haben wir eine kaserne eingerichtet dann haben wir hier unsere krankenstube eingerichtet hier ist die schreibstube des schreibers mit seinem bett und hier ist eigentlich die werkstatt geplant das hat bis jetzt aber noch irgendwie nicht geklappt dass da jemand betten sind immerhin schon da da dachte ich eigentlich auch dass der holzfäller hingeht naja genau hier ist die rüstkammer und hier wurde jetzt ein tempel ohne die erlaubnis des lords gebaut äh das hat der vogt gemacht ah interessant hier sind auf jeden fall einige hier ist auf jeden fall grad einiges los und hier schaut sich der lord äh gerade äh das alles an ja soviel mal dazu ich habe das gefühl es hat äh keiner der abonnenten interesse deswegen würde ich sagen dann verlosen wir unter allen zuschauern den äh steam key für core born nations of the ultra core jetzt gleich das heißt dann hat jeder von euch die chance tatsächlich diesen key zu gewinnen ich glaube das ist doch dann das beste dann machen wir es doch so so ach die aussicht ist doch schön was wir hier alles aufgebaut haben äh hat sich einiges verändert seit ich zugeschaut habe ja 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 wie gesagt morgen im roleplay wird es weitergehen morgen haben wir auch wieder zwei tolle gäste zwei andere streamer die hier auch dabei sind so aber jetzt machen wir mal die keyverlosung noch für euch und danach raiden wir noch irgendwo hin deswegen bleibt gerne noch kurz da und zwar ah giveaways das machen wir mit einem keyword also ich werde euch gleich ein wort nennen und jeder der äh den key gewinnen möchte sozusagen der ein interesse hat kann dann dieses wort in den chat einmal schreiben so und zwar ähm nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir mal das wort lord also alle die äh an der verlosung teilnehmen möchten für den steam key im wert von knapp über 20 euro für das äh aufbau survival koop spiel coreborn nations of the ultra core einmal das wort lord in den chat schreiben ohne ausrufezeichen bitte genau sehr gut hansi ohne ihr müsst ohne ausrufezeichen einfach nur das wort lord genau ja passt perfekt so schauen wir doch mal übrigens wir suchen auch immer noch äh leute die interesse haben im roleplay teil unserer stadt zu werden also falls jetzt jemand von euch äh das spiel gewinnt und äh lust auf roleplay hat gerne eine bewerbung schreiben äh wir haben da so ein formular ähm das findet ihr mit ausrufezeichen coreborn da findet ihr mein video und da äh in der video beschreibung ist das formular abgelegt und dann könnt ihr euch drauf bewerben oder schreibt mir mal auf discord genau so und ich glaube nachdem ja gar nicht so viele leute interesse an dem key haben habt natürlich eine besonders hohe chance den zu gewinnen also nochmal für alle zuschauer wer äh eine chance darauf haben möchte den key für das spiel corebornations of the ultra core zu gewinnen einmal das wort lord in den chat schreiben ohne ausrufezeichen bitte wobei scheinbar ist es egal wenn man ein ausrufezeichen dabei schreibt ah ok das du bist trotzdem dabei honorius gut gut ich zeige euch das ganze ja passt alles ich zeige euch das ganze mit kurzer bildschirmübertragung dass ihr auch seht das geht alles mit rechten dingen zu genau hier auf der linken seite seht ihr wer jetzt alles im ring im seinen hut in den ring geworfen hat ghost in the shell hunzi oder hansi jimps strategie mister des interesse olf äh olf äh herzlichen glückwunsch aber schon follower seit äh vier tagen glückwunsch wissi wow und hi mensch das ist doch mal eine begrüßung da kommt man in den chat und gewinnt direkt ein spiel im wert von 20 euro aber wie gesagt ich habe noch drei weitere keys die ihr gewinnen könnt für corebornations of the ultra core ich werde morgen einen weiteren key verlosen das stream ich ab 19 uhr und nächste woche auf jeden fall auch noch zwei keys so ich schicke dir den gleich per flüsternachricht lieber wie sie ähm sehr schön herzlichen glückwunsch und jetzt würde ich sagen wie gesagt wir sind am ende des streams angekommen dementsprechend werden wir jetzt noch einen raid machen ich schaue mal kurz wo wir hin raiden ich hoffe euch hat es gefallen mir hat es wieder sehr viel spaß gemacht jetzt hier mit bayern zu spielen ähm mit bayern in unserer roleplay multiplayer runde in victoria 3 so gut 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 ich freue mich auf jeden fall schon wieder auf morgen abend auf coreborn wieder mit lotti und unseren tollen gästen und allen die sonst dabei sind wo raide ich euch denn hin das wäre eine möglichkeit bisschen aufbaustrategie wäre eine möglichkeit ähm ja ich glaube nicht dass jemand ich kann ja mal kurz gucken aber leider streamt kaum jemand victoria 3 im deutschsprachigen raum mehr ne also äh kare sack und ich sind da gefühlt die einzigen die da groß unterwegs sind die haben wir denn hier zum beispiel oh ok oh position da haben wir doch noch einen kleinen ganz kleinen streamer der victoria 3 streamt wisst ihr was dann schicke ich euch doch zu dem der freut sich bestimmt mega der hat grad fünf zuschauer imperator marlon der sieht auch noch mehr wie caesar aus als ich gerade aussehe also eigentlich müsste ich mir von dem mal was äh abschauen dann überfallen wir doch mal alle gemeinsam diesen kleinen streamer den guten imperator marlon der freut sich da bestimmt so deswegen bleibt noch gerne alle da der spielt im victoria 3 das heißt ihr könnt dann da weiter victoria 3 sehen mal oh gott ist das ein L oder ein ah da ist er doch so so schauen wir doch mal auf die Reaktion ich hoffe er freut sich er spielt glaube ich gerade äh 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 Sizilien Neapel also Italien ich glaube auch in einer Multiplayer Runde ich glaube mit oder mit einem anderen zusammen im Multiplayer schauen wir doch einfach mal rein gut dann überfallen wir den ich hoffe euch hat es gefallen ähm auf youtube gibt es gerade nicht so viele neue Videos es gibt dafür aber 5000 alte Videos die ihr euch alle anschauen könnt äh aktuell läuft ein neues Let's Play mit Napoleon Total War mit Hessen das ist sehr spannend und sehr cool kann ich euch nur empfehlen ich will auf jeden Fall bald auch wieder ein neues Let's Play mit victoria 3 machen ich muss ich brauche nur ein bisschen Inspiration und ich brauche vor allem Zeit aber schaut euch gerne vorbei und ansonsten jetzt viel Spaß bei Imperator Marlon euch eine gute Nacht wir sehen uns morgen wieder live hier ab 19 Uhr vielleicht sogar schon eine Stunde früher mit einem anderen Spiel da warte ich noch auf eine Antwort aber ansonsten 19 Uhr morgen wieder live hier auf Twitch gute Nacht Valete euer Gaius Julius Cäsar Papier ähm auf 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 auf